Oh man, ich da! Stream stirbt! Oh man, ich da! Oh man, ich da! Oh boy, oh boy, jo jo! Brownie, danke für die Wii-Sub im Siebten, ich kiss dein Herz zurück, Dankeschön! Und Weakness, Dankeschön für den Prime-Sub im neunzehnten! Versteht man mich überhaupt? Was? Nein! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Voll richtig, Alter. Bei dem darfst du nicht mal ein bisschen rumbiegen, Alter. Kriegst du keinen Zeitpunkt. Vollidiot. Ja, sicher, Junge. Kuckaloo. Ey, die Oma ist echt nicht da, da tut ein bisschen weh, ne? Vielleicht hat die Oma was zu tun, wer weiß. Auf jeden Fall wunderschönen guten Abend. Meine geliebten Kinder. Moin, moin, Tag, Tag. Ach, Assalamualaikum, Harabibi. Merhaba. Vielleicht wirklich durch Schneechaos. Ja, der Oma hat ja auch noch ein Leben. Oder heute ist Bingoabend, genau, Holy Coase. Oh, ich bin gespannt, was heute passiert, Alter. Das kann big werden heute. Bin schon seit gestern Abend gehypt. Gleich machen wir, IP. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Alter, wie du, die lohnt sich. Auf jeden Fall das Ende noch. So, geht's euch gut? Habt ihr gut gegessen? Ja, schön. Freut mir. Oh, gutes Lied, gutes Lied. Oh, gutes Lied. Direkt eine Hip-Hop-Zigarette, Junge. Krise, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 13. Moinsinn. Mir geht's gut, Niki-Nik. Ich hab nochmal einen schönen Power-Nap gemacht heute Mittag. Funktioniert, Alter. Ich hab gar nicht bei dir zu futtern. Heute hab ich mir, äh, hab ich Geld dafür bezahlt, mir den Bauch scheißen zu lassen. Ich möchte das gar nicht aussprechen, was ich gegessen hab. Weil ich keine Werbung dafür machen will. Ja, das sagt man so, Space Pirate, bei dem Restaurant zur goldenen Möwe, Alter. Widerlich eigentlich. Na, eigentlich, eigentlich in den ersten zwei Minuten lecker, aber dann, danach bereut man es sehr. Goldene Möwe, Junge. Das ist eine goldene Möwe. Ekelhaft. Am besten fand ich das auf dem Weg zur Rennstrecke, du und Miele Auto. Ach, bruh. Hallo, Genji. Ich google auch noch, Junge, Alter. Gibt's da Steaks, ne? Ach, das Ding, so ein Asia-Statt hier, das wird, nein, man gibt's nicht goldenen Möwe, Alter. Das ist eine ganze Hühnchengeneration vernichtet. Werdad mal Hühnchen, Alter. Bruder, das ist... Aber lass dich drüber reden, Alter. Ich schäme mich dafür sehr. Aber ich hoffe, ihr habt vernünftig gegessen. Da brauchst du gar nicht so stehen, Joko, ehrlich nicht. Ich kann mir auch mal Fehler erlauben. Mann, ey. Hunter wird zum Boomer. Ja, ja. Heute gab's Thunfisch-Salat. Lecker. Aber Thunfisch-Salat, ach egal, lass nicht über Lebensmittel und Dings reden. Ich bin ja hier kein Twitter, Alter. Ich verurteile ja hier keine Leute, außer die sind rechts und rassistisch oder sonst irgendwas. Oder sexistisch. Die sollen sich verpissen, Alter. Leben und Leben lassen. Vor allem ist Joko nackt, ja. Der ist immer nackt. Einfach heute auch goldene Möwe. Das klingt gut. Das freut mich für dich. Ich hoffe, du bereust es auch so sehr, wie ich hier tue. Bisschen Hühnchen ist da sicher irgendwo drin. Auch wenn's nur Eier in der Banane ist. Warte, mein Zap ist weg. Anscheinend schon. Herr Duisburger Kollege. Schande, Junge. So, Niki, Niki, Hallo, Alpine, Unicorn, Bonfai, Yoko, Bucky, Lübsa, Wusa, Manksen, Alpino, Too Strong, Hallo. Los, winkt nochmal. Spotted, Hallo. Hallo, hallo. Castello, hallo. Die üblichen Verdächtigen mal wieder. Schön. Alina, hallo. Wie cool ist das, bitte? Die Unicorn, danke für die Prime-Sub im 41. Monat. Mods, Fragezeichen. Hallo, Sandy. Charpo, hallo. Pyro, hallo. Meggotten. Auch kein Zap mehr, tut weh. Lemi, hallo. Auch kein Zap mehr. Ah, das... Boah, da muss ich ja... Da muss ich ja mal wieder ein bisschen beten, ne? Ja. Äh, Space, hallo. Teddy, hallo. Comics, hallo. Black Moon, dock, hallo. Holy Coase, hallo. Tag, tag. Tag, 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 tag. Monkey Shoulders, Nunzaps. Schreibt die Ja auf, Junge. Genji auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damals war das noch Gruppenzwang. Tiger auch kein mehr. Schön. Es geht hier auf jeden Fall bergab. Ich will den Hintergrund haben. Äh, ich schlag den... Ich schlag den kurz im Diskotuch. Moment. Moment, Moment. In dem Wallpaper-Channel. Haben wir den noch? Wallpaper da, hier. Datei hochladen. Ach nee, hier. Habe ich hochgeladen, bitteschön. Baki, vielen lieben Dank für den gifte Zapp an den Lemi. Äh, Wimmer, hallo. Und Yogyra, hallo. Habe ich irgendeinen überlesen jetzt? Bitte einmal winken, ja. Ich glaube nicht. Schalpes auch. Schalpes. Shapes, hallo. Venom, hallo. Heute bitte kein Mist schreiben. Dann nenne ich Fortnite-Gambo. Oder momentan keine Zeit, ne, irgendwie. Oma, Oma ist grad nicht da. Wissen wir nicht, wo die ist. Ich hoffe, der geht's gut. King Brot, hallo. Sergeant Obi, Corporal, hallo. Lazarus, hallo. Sind das so mega? Was denn, Teddy? Ach so, den Wallpaper. Ja, den haben wir vorhin im Discord gemacht, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, wir haben einen Discord-Bot. Das ist der Mid-Journey-Bot. Da könnt ihr Slash-Image eingeben. Und dann schreibt er irgendwie hin, was weiß ich. Giraffe mit nem Joint im Mund und schwarzer Hintergrund. Er trägt nen Hoodie. Was weiß ich. Und dann macht ne künstliche Intelligenz solch ein Bild daraus. Das wird von nem Bot erstellt, der Wallpaper. Hallo, Kadusch. Bester Pilot der Welt, das bin ich. Das stimmt. Hexerei. Ja, es gibt sehr viele Künstler, die sich dagegen aussprechen, weil die, ne? Weil die halt echt manchmal auch sehr gute Bilder hervorbringen. So, heute sogar Stream-Ankündigung auf TikTok. Vlogs, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Hast du den Sleepy noch gesehen? Den hab ich hochgescaled hab. Äh, weiß ich gerade gar nichts. Hammer? Ach so, den, den für Herr Potter, ne? Der ist richtig cool. Warte, können wir ja mal ganz kurz zeigen. Das ist, Bruder, das ist insane, Alter, wie gut, wie gut das mittlerweile ist. Warte, ich mach mal eben den Krankenwagen links weg. Und das hat einfach ne künstliche Intelligenz gemacht. Bro. Ja, okay, die Füße sind ein bisschen scuffed, Alter. Muss man sagen. Aber das kann man ja noch, das könnte man noch reparieren ohne Probleme. Mit so ein bisschen Photoshop-Kenntnisse. Aber der Rest, das ist krank, Alter. Ja, ich hab mit Vlogs schon mal drüber geschrieben. Der hat auch gesagt, er ist ja auch Künstler, ne, er macht ja auch Sachen. Und er benutzt die AI auch so für Dings halt, ne? Inspiration halt so. Aber das ist schon heftig. was das Ding da ausspuckt, Alter. Das ist schon nicht schlecht. Das werden behagten Zähler machen, ja, könnte ich. Ja, die Anzahl der Finger und Zählen ist oft ganz komisch. Ja, aber das kann man ja, das kann man ja selbst reparieren. Aber man darf die Bilder ja eigentlich, also man darf die Bilder Dings nicht benutzen. Man dürfte die jetzt nicht verkaufen oder so. Da müsste man bei dem Boot ne Lizenz kaufen. Hallo, Ernie. Aber Inspiration kann man sich da holen, ne? Skynet übernimmt. Das war nochmal Skynet. Das hatte ich von aus diesem Zombiefilm. Hallo, Lemoran. Hallo, Hilano. Ich hab übrigens mal wieder ein paar First Badges verteilt. zwei, drei Stück, glaube ich. Hallo, Herr Morales. Flüssel, hallo. Pace, hallo. Nighty, hallo. Hat uns hängen lassen gestern. Mann, Mann, Mann. Das war großartiges EP, ey. Boah, hätte das gestern noch funktioniert, dann hätte es richtig geknallt. Geil, hakt nett. Das gibt es nicht. Boah, Batch. Ich bin schon mit dem Locks am Quatschen. Wegen Panels und so. Und, ja, wir brauchen halt Ideen, ne? Dann lass ich das gerne machen und zahle da auch Geld für. Unos Problemos, por favor, Alter. Ah, Maschallah. Mrs. Vio können wir auch fragen. Das sind zwei sehr gute Künstler. Bin im Exil. Ja, ja, komm. Wir holen dich aus dem Exil raus, Junge. Wir haben so viel im Petto, Alter. Aber das habe ich dir ja gestern schon gesagt. Da arbeiten wir zusammen. Lea Lee, hallo. Der Killer-MW, hallo. Gordon Hesti, hallo. Haben wir irgendjemanden vergessen? Wenn ja, tut es mir leid. Die Mucke macht stoned. Orkan Merhaba. Hab ich jetzt einen CP. Ne, immer mit der Ruhe, Junge. Joshua. Mein Freund Joshua. Und Akuma, hallo. Und Luhank, hallo. Joshua auch da. Aber Oma ist nicht da. Halla geht's auch mal gut, ja. Traurig. Luftkerzen, dann gehen wir schon rein. Hier ist der Oma-Waiting-Room. Ist so. Der Oma gehört den Stream, Alter. So, nicht anmode mich nun. Nö. Nee, der Oma wird schon gut gehen. Erste OP, wenn Oma da ist. Ich mach nur Duft-Gärzchen, dann gehen wir rein. Hallo, Leid. Hälfte geht an Oma? 80% geht an Oma, Alter. Oh, nur Oma kein Stream. Day-Night auch nicht da? Guten Abend, Schnappe. Und Happy Birthday. Wo ist die private Nachricht? Don't shame this. Du bist drauf reingefallen. Poco Loco? Mila, du sollst hier was zu essen machen. Hallo, Dirk. Habe ich gestern noch viel verpasst. Das kommt drauf an, wann du abgehauen bist oder eingeschlafen bist. Du bist Main-Topic im nächsten Mod-Meeting. Hallo, Veluro. Stimmt, gestern hast du auch nicht zugehört, Mila. Mache ich kein Poco Loco mehr an. Habe ich nicht mehr. Das geht ab Schiefpummel. Nix, wir quatschen gerade. Ich mache nur Duft-Gärzchen, dann gehen wir in die Pummel schon. Vielleicht schon, wir sind ja schon wieder 16 Minuten hier. Acht Minuten Intro, acht Minuten am Quatschen. Der hat gesagt, kommt nicht, doch. Ich habe gesagt, am Ende vielleicht. Woher soll ich wissen, dass es dann doch kommt? Ach, komm. Nö, heute kein Poco Loco. Heute Reggie. Ja, wenn die richtigen Leute heute da sind, Alter, könntet ihr richtig abgeben im RP, Alter. Das wird großartig. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich bin heiß, Mann. Ich habe richtig Bock. Hallo, Haki, mein Freund. Erst ab 15 Prime Subs gibt es Poco Loco. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Wenn ich bete, dann bete ich ohne Dings, ohne dass ich dafür was machen muss. Hallo, Kill Force. Was geht, was geht, was kann man, was kann man? Mal gucken. Nighty, echt. Es Senor Gustavo. Müssen wir doch mal wieder alles gerade biegen in der Pomme, sei. Ich bin ja absolut kein Fan von diesem Hinrichtungsding und so. Aber gestern haben sich auch einige Leute im Stream gewundert, so, warum das so schnell geht. Aber ich sag mal, die Leute sind doch selber schuld, ne? An der P jetzt gleich. Und Flying Star, hallo? Erst mal ein paar Baller aus dem Kopf schießen. Quatsch. Die Leute sind doch selber schuld. Was aber nicht bedeutet, dass ich das trotzdem cool finde, so diese Machtverhältnisse. Das ist... Weiß ich. Teilweise bekommen die Leute das wochenlange RP bis dahin nicht mit. Ja, das stimmt auch. 7-Line-2, wir sind jetzt durchgespielt. Next Game, hallo? Ich hab übrigens das Flackern behoben. Ich hab auch zeitweise mal Chrom heute Mittag deaktiviert, aber hab wieder angemacht. Ja, lass mich quatschen. Fetz mich nicht. Digga. Audi, bei mir stand gerade, Curtis Kusch hat dir eine Nachricht geschickt. Ja, Fetzer, dann bist du auch drauf reingefallen. Das ist meine neue Nachricht, wenn ich online gehe. Aber schön, dass du hier bist. Nimm Platz und genieß vielleicht die Show. Wenn du Bock drauf hast. Hallo, Hunter. Und Hati, hallo? Und Genji? So, da ist wieder der Sub, aber ohne Alert. Aber warum? Kam kein Alert? Du drück mal STRG, also halten und F5. Vielleicht kannst du dir ja nochmal teilen. Weil nix Fortnite-Bumm ist. War klar, geil, klar. Schau immer gerne vorbei, ist mir gelustig. Danke, danke. Aber cool, dass das funktioniert, Alter. Dann werde ich mir nochmal anderes mal durch den Kopf gehen lassen. Mengsten Dankeschön für den Prime Sub im Dritten und Moin. Verstanden, es gab keine Nachricht. Was ist ja das Coole daran? So, wir gehen rein. Aber die Oma ist heute nicht da. Wer macht denn da ein Ausrufzeichen GTA? Ist der Loco da? Jetzt ist der Genji, jetzt funktioniert. Danke für den WeSup im 13. Genji. Aha, da ist das, siehst du? Krieg dann deinen Browser an. Merci. Guck mal, Oma nicht da. Wer macht Dings? Ich vermisse Peanut. Peanut, Bruder, Peanut. Wie ein Erdnuss auf Englisch. Und Twinkie. Ja, können nur Oma und Loco. Loco ist auch nicht da. Der ist ja irgendwer da am Zocken. Ich weiß nicht, wo Oma ist. Hallo, Cloud. Muss ich das halt machen, ne? Stream stirbt, Mann. Ja, das läuft gar nicht, ohne Oma. Das gibt auch eine ordentliche Gehaltskürzung. Das sag ich immer. Hallo, Chris. Oma, Chili, Chili, soweit? Ja, die können sich ja auch mal Urlaub nehmen. Ist Pinsel online? Ist die auch schon übergelaufen? Boah. Boah, das wird mir mein Herz brechen, ehrlich. Hallo, Art of War. Warum bist denn du nicht, warum bist denn du im Discord nicht als Sub angezeigt, Art of War? Hast du deinen Twitch-Account nicht verlinkt? Ich habe vorhin deinen Namen gelesen, der war weiß. Pass lieber auf das Oma, den ich den Gehalt kürzt. Nee. Hallo, Molotow. Ich glaube noch nicht, okay. Kriegst halt eine Rolle im Discord, ne? Wenn die bei Pinsel ist, kommt hinrichtungsantrag. Ich schwöre, Alter. Nein. Pinsel ist auch nicht mehr im PD. Die Leute kommen jetzt auch alle wieder zurück. Boah, ich bin manchmal so gemein, ne? So, Chat. Lackert das Bild? Nein, oder? Nein. Tut es überhaupt nicht. Dann kann man leider kein, kein, äh... Wie heißt das? Irgendwas mit Multisampling oder so. Ich habe so ein extra nochmal Multisampling angestellt für GTA. Das funktioniert dann. Also funktioniert schon, aber für den Stream halt nicht. Der Kopf lackert. Wir waren heute Mittag schon in der Pommes, um halb zwei. Doch, ich habe bei Mila Haier gemacht. Ich habe gestern da ausgelockert. Wir waren heute Mittag schon drin. Immer mal so ein paar Sachen erledigen, ein bisschen Chopping oder so. Hä? Ich glaube, ich bin der einzige oder einer der wenigen Streamer, die GTA RP spielen und das auch für sich selber mal eine Stunde oder so. Was ist denn hier los? Oh, Boit, oh, Boit. Ja, ja. Oh, Gott, Junge. Wie heißt die Dame? Jo, Junge, Junge. Keine Lust auf Dates und Beziehungspflege? Dann heiraten sie einen Job, der sie immer braucht. Junge, Alter. Günter Netzer. Frank Zander. Ja, was. Hallo, Nettik. Ich habe dir übrigens geantwortet im Discord, ne? Und danke für die WeSupen13. Und hallo, Sojik. Und hallo, Brot. Ich bringe die Digitalisierung in den Norden. Imagine, du machst von deinem IP-Kamera, da andere Fotos wieder vor dem PC sitzt, Junge. Oh, Gott, Alter. Der neue Vito ist beim Lost. Döner Burger oder Pizza? Nö. Vieche, Vieche, Mann, Vieche. Wattesdienst? Ich bin ein Nightblade, Alter. Eine Pizza, bitte. Zeh mal Fufu, bitte, Junge, Alter. Wer ist denn der Typ? Was ist denn mit dem? Lade doch noch mehr das Bild hoch. Ja, Jut. Ahem. Habe ich gar nicht nach Anti-Analyzing geguckt, aber sieht gut aus. Obwohl, sieht man das im Stream? Da ganz hinten die Dings? Die da? Diese Laternen, wo ich mit dem Finger drauf zeige? Ich könnte das sehen, wie das so flackert. Ich hasse das. Ja, das ist aber normal. Da kann ich nichts gegen tun. Das sieht man überall. Das ist aber normal. Das ist aber normal. Das ist aber normal. Bomberklar. Das ist aber normal. 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 Ne, im Steinbruch waren wir nicht mehr. Dann fahren wir mal zur Villa hin, ne? Gott, 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 weg hier. 50 FPS, Junge. Genji, vielen lieben Dank für den Gifte-Zapp an den Haki. Ja, oh, die Frames Lampi, die sind sehr schlimm. Hallo Björn, haben wir doch schon lange den Porsche. Komet, alle sagen mal Porsche, Mann. Hallo Montezot. Get up with the... Get up with the... El Brutalo, Dankeschön für den Prime Sub im vierten Monat. Dankeschön. Was denn? Oh Gott, die Graffitis sind da. Die Graffitis sind da. Boah! Gott! Junge! Was ist denn das für eine Penner-Bude, Alter? Ah, die Graffe, Junge. Was ist denn das für... Oh Gott, das gibt so Ärger, ne? Junge, was für eine Penner-Bude, Alter? Ist hier einer? Was ist denn das? Ach, die Dings sind das, ne? Boah, wie krass ist das denn, Alter? Das ist Roy. Ja, was geht, Junge? Ja, was geht, Junge? Du warst fleißig, hab ich gesehen. Ja, Mann. Oh, das gibt so Ärger. Nö, gab gar nicht so viel Ärger. Ne? Haben die schon gesehen? Was? Haben die das schon gesehen, deines Stil? Ja, hab das. Das sind schon gezeigt, Mann. Ich hab da aus der Nummer sogar noch 2000 Dollar rausgezogen. Echt? Ja, Mann. Ey, gehört das? Ich komm grad nicht rangehen, weil ich hab Zigarre geraucht. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Kennzeichen. Nur mal ein Schild da rausfinden. Über wen machen wir das jetzt? Was ist mit dieser Cortez? Die steht grad hier. Die ist so anzurufen. Die war nicht erreichbar. Die steht voll auf Haus zu hören. Ich bin dann ein Wilder. Ja, ich komme. Perfekt, Mann. Natürlich hab ich das schon gesehen, Alter. Aber ich wollte euch ein bisschen heiden. Natürlich ist das Fake. Guck ja beim Royal Mazu. Junge, aber das ist richtig wild, Junge. Naja, Mann. Das sieht aus wie einer von Frankfurt Hauptbahnhof. Ja, Mann. Es geht ab, Chaos. Crispy was hier. Hallo, Juiceless. Hallo, Seamaster. Gucken wir uns gleich alles an. Aber wie sehr darunter gewirtschaftet aussieht durch die Graffitis, ne? Jetzt fehlt hier nur noch Müll und so, Alter. Guck mal schön aus, wie einer von Frankfurt Hauptbahnhof. Nee. Ja, ja, die Zelte bauen wir wieder auf. Die hat der Roy gestern mal abgebaut. Dann die Pennerfeuer wieder. Ja, aber wer ist Gonzo und wer ist Ingo, Alter? Fake it till you make it. Tracky Nemental, Alter. Nental. Wo ist das Quartist-FM? Welches? Ach so, ne, das haben wir nicht. Ich glaube, vom Jay Corner, die Community, hat das alles gemalt. Er hat das ja auch hauptsächlich komplett ausgespielt. Hallo, Schmacko-Matz. Aber es sieht cool aus. Es sieht echt cool aus. So ein paar Dings, so Müll und so ein Shit hier hin und so. Aber man muss ja auch auf FPS achten, ne? Aber hier ist es 143 in Ordnung. Er hat mal überall, dann würde ich Redux oder so installieren. Oder NVE oder so. Das ist schon lange unsere Bude. Bestimmt schon seit zwei Wochen oder so. Komischerweise haben wir aber noch keinen Auftrag bekommen. Er hat ja gesagt, wir können das haben, wir können hier wohnen, wenn wir Aufträge erledigen für die. Ach so, Gonzo ist der Revolver. Ah. Aber auch ein Klein-Körtis gemalt. Soweit ich vorhin gehört habe, sind das 50 Graffitis. Kann sein, hat da welche fehlen, aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, Kack-Fers kommen echt nur wegen der Streaming-Range beim PD, Strip-Club und Stadtpark. Ne, Strip-Club ist in Ordnung. Stadtpark ist auch in Ordnung. Solange du da die Schatten nicht komplett hoch hast. Aber da ist die Vegetation von GTA selber. Ja, und PD ist halt, ne? Mit zu machen. PD ist aber auch nicht, ich glaube nicht, dass MLO, sondern eher, dass da so viele Spieler sind immer. Also innen drin in dem Gebäude. Die werden halt mitgestreamt, wenn du vorbeifährst. Wir müssen aufs FB. Aber ist ja auch nur die Ecke. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Nightlight, vielen lieben Dank für deinen Zapp und herzlich willkommen. Dankeschön. Und vor Weihnachten, ja, ja, klar. Oder? Haben wir die Bude schon vor Weihnachten gehabt? Nee, nee, nee. Weihnachten waren wir ja angeln im Park. Ich weiß nicht. Hallo Masahiro, hallo Double X. Und hallo Herr Grün. Bude von meinem Rasen. Geh nix, Junge. Soll wieder angeln gehen. Ich bekomme noch Essen. Aber ich habe schon immer, schon wieder irgendwas am Shader gemacht, Alter. Oder die Textur der Jacke ist einfach so. Ingo, wer ist Ingo? Grab Seed for Life. Giraffe Roy nochmal. Angefallen bald. Mit Dr. Chuck natürlich. Johnny fucking Laser was hier. Kauft und nicht gemietet. Kim Miller, Jörg, Kim. Dic-Tac-Toe, Wade, Goat, Ziege. Cheddar. Luis, ne? Loller Zeichen. Das sieht so dreckig aus hier, Alter. Anarchie. Anarchie. Laser Grape Seed. Curtis? Mila? Ich bin dieser Curtis. Hallo, Mila. Weißt du, ich verstehe Dinge nicht. Im Leben gibt es Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann. Ich verstehe das auch nicht. Aber ich habe eine Überraschung, okay? Okay. Kannst du mit dem Schinken, Mila, kommen und dann zu Willa kommen? Ich habe was gemalt. Na, Caro? Okay, dann bis gleich. Okay, bis gleich. Vorsichtig. 8, 9, 5. Irgendein Kiffnick. Ist auch geil, Alter. Grape Seed. Mr. T. Tucker. Was primest du mit Amazon Prime, Bruder? Ist halt ein E-Mail, Alter, oder ein Haus? Fünf Tage seit dem letzten Platzverweis, Junge. Mr. M, das ist Morales, das ist Roy sein Daddy. Mr. P, Pelletti und Pelletti steht sogar ohne da. Ich liebe es hier. Ich liebe dich auch, achso. Ich bin mal rumgelaufen, ich liebe es hier. Ja, Mann. Oh, Gott. Ich bin nur noch 7,9 Uhr, ne? Ich sag's, das ist es. Alter, wir müssen direkt an gestern weiter anknöpfen. Geht schon wieder weiter. Okay. Kim weiß Bescheid, dass wir ihn ausgeflogen haben. Ich hab das Mila auch schon erzählt. Fred weiß davon nichts, Sandro auch nichts. Die suchen noch den und ich hab gesagt, ich hab ihn schon lange nicht mehr gesehen. Die trauen ihm aber nicht. Ich bin heute Mittag unterwegs gewesen, ich hab ein paar Optionen gesucht. und es gibt ein paar kleinere Hotels, wo wir den verstecken können. Da wohnen so viele Menschen, das fällt nicht auf, wenn der drin bleibt. Wir holen den an der Cover und verstecken den. Ja, und solange bis Mr. Chicken anruft und wir Macarena uns aus dem Tod ausliefern können. Einmal Pink Cage, dann gibt's in der Westside was. Überall eigentlich. Achso, ihr wollt, ähm, eintauschen? Ich will, will die am Leben erhalten. Wir versuchen es, ne? Hm, okay, auch nicht. Macarena kann sterben und Billy soll am Leben bleiben. Und dafür soll Billy leben und wir begleichen noch eine Schuld oder so. Genau, weil jüngst mein Mr. C. Und dann haben wir die Rechte und dann ganz einfach, wenn die Schuld beglichen ist. Ja, genau. Hi! Du Rode Lugnerin. Rode Lugnerin. Ja, besser so. Ja, du musst dir auch zurecht machen, hab doch gesagt. Ja, auf jeden Fall, Sandro weiß davon noch nicht. Ich hab gesagt, ich hab dir noch nicht gesehen, nix, keine Ahnung. Aber boy, was, wenn die sagen, dass Billy sterben muss? Machen wir das dann? Ähm, Tod vortäuschen, oder? Sagen, wir haben ihn umgebracht. Das kannst du nicht machen. Hm? Da geht das. Ja, aber wenn der irgendwann auftaucht, dann müssen wir die Angelungen haben. Ja, also wenn's nicht anders geht, kann der auch sterben. Jo, ist klar. Aber ich will erst ein halbes Kilo Koks haben. Das Sandro übrigens auch haben will. Ja, aber das geht uns. Äh, ja, weil... Rade und Dings waren ja dabei, das war die Bezahlung irgendwie, dass die da ihm helfen. Äh, ja, aber ich will das halbe Koks haben, dass wir ihnen geholfen haben. Ich mein, wir haben den voll in den Eiern jetzt. Ähm, hab ich noch was sagen? Ja, ich hoffe, dass der Chicken an sich meldet. Damit der Chicken ist immer noch wichtiger. Was denn? Ähm, du weißt doch, hier stand noch mal, ähm... Mela. Hier hinter noch paar, du weißt doch, paar, paar Glanz, ne? Oh! Was? Alter, ist das krass, wie das aussieht. Äh, ja, die Pflanzen? Geil. Hallo. Hallo. Können wir vom Sprengbogen dagegen? Der nervt mich. Ja. Ei, Puppe! Ei, Puppe! Ach, geht mal... Oh, mein Gott. Hör dich doch. Hallo. Ich hab gestern alle dran riechen lassen. Der Jörg und Fred sind total süchtig danach. Wenn die wissen, wo das war, ne? Komm, ich hab dich ja schon aufgeklärt mit Billy und so. Heute Mittag, ne? Ja. Komm, wir gehen Quatsch mit Roy. Ja. Guck mal den... Guck. Ach ja. Ne, komm, schnimmelt. Komm, schnimmelt. Gummah! Gumm bei mir! Gumm! Ich hab was gemalt. Das ist voll der Beweis. Das ist voll der Vertrauens-Liebes-Beweis, okay? Du musst mir also nicht mehr unterm Kopfkissen kranken. Ich muss dir ja auch was beweisen. Guck her. Oh, wie süß ist sie nicht! Ja, das hab ich gemalt. Mit meinen Händen. Dankeschön, das ist schön. Sag man da dann... Komm mit! Echt? Aber ich muss dir... Was denn? Ich muss dir trotzdem unters Kopfkissen ahren. Ne. Doch, das zeigt... Halt, Mohl! Halt, Mohl! Halt, Mohl! Guck da! Pass auf! Guck da! Da bist du! Oma ist da! Omi! Und du auch! Und ich! Mit Sterne! Komm, wir müssen jetzt zum Woi! Sonst rastet der Woi wieder aus! Ja, ausrasten! Oh, schau mal! Ja, Anji! Amelia! Nix, Amelia! Alles voll gekritztet hier! Hat der Woi gemacht! Cool! Ja, ich kann auch nicht mehr... Da pfeift mein Lohr! Ist das der Geistbrock da? Ja, der aller ist aus Köln! Guck mal, das hab ich auch gemalt! Komm mit! Oh Gott! Mann, warum müssen wir... Guck da! Guck da! Ein Köln! Ja! Oh! Wo ist der beste Daddy in der Welt? Du? Wer hat... Wem von uns gehört auf das Konto das ganze Geld? Ja! Was? Mir? Nö! Oui! Uns bald, okay? Uns bald, okay? Okay! Ein Gaffel! Ein Gaffel! Ist das... Hat, hat, hat! Nee, das ist Woi! Ach so! Komm, hat, hat, hat! Hat, hat! Pizza, hat? Nein, nicht Pizza, hat! Hat, wie beim Football! Oh! Guck mal, dein Ziege! Der freunde Momo sich! Mo! Nein, nicht Mo! Wo sollen die hin? Weiß nicht! Vielleicht auf Co! Pass auf, du musst kettern hier! Was hat gesagt, pass auf! Jod! Der Herber! Der Pfanne! Aber, Herr, sieht man, dass die Streichbahn nicht durchführen, den fünften? Ja. Oh, Herr, ich bin auch noch ein Steilstein. Crispy was hier. Oh, die Leute aus Pedickeln ja Englisch. Was? Ach so! Aber der Crispy war gar nicht hier. Und die Frau wohnt jetzt hier, Mila. Okay. Die Frau Cortez. Okay, das sieht richtig schön aus. Super, Mann. Ja. Soll ich sie zur Arbeit fahren? Ja, das wäre ganz nett. Ja, klar, mach ich, ja. Moment mal! Ich melde mich gleich, ich bringe sie nur kurz hin, Mann. Können wir uns alle einmal entspannen? Ciao! Woher, Kiki? Weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das nötig ist, eine gewisse Spannung. Ja, 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 das sehe ich auch so. Okay, dann, ähm, seid lieb, macht keinen Unsinn. Wenn irgendjemand gemein ist, ruft die Polizei an. Blö! Die können uns nicht helfen. Ach so. Das sind die Idioten. Ja, ich habe heute mich eine Waffe geholt. Schau mal. Hier. Ja, okay, gut. Aber wenn das, ähm, ähm, ja, wenn das nicht reicht, dann ruft die 911 an. Das ist privat gelernig. Ich darf hier rumknallen und Entschuldigung. Okay, okay, ja, ist doch gut. Ja, ja, alles gut, alles gut. Wie ist das mit Platz betroffen? Wie später, Leute. Oh, das ist Sandro. Ah, das ist meine. Also, das war mal Sandro. Oh, Gott. Herminien. Ich auch, ja? Okay. Wow. Ey, wenn, 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 äh, Sandro fragt, was war, sagt er ihm einfach Dings. Nein. Das waren die, 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 die Weißen. Der hat gerade Ärger mit denen. Okay. Mhm. Was meint ihr mit den Weißen? Ähm, pass auf. Ähm, die, äh, die Weißen haben Probleme mit, ähm, mit, ähm, mit grünen Haaren. Die Saints? Äh, nicht die Pandas. Ich glaube, die anderen, die nehmen neben dem Waller. Hallo Max Moreno und Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut in deinem Urlaub auf deiner Weltreise. Ich hab's schon gehört. Glaube ich jedenfalls. Weißt du, wir kommen ja auch nicht so aus. Wo ich hinaus will, die, ähm, hatten gestern, wollten, die, waren die alle beim Gewerbeamt. Oh ja. Und dann kamen die auch an. Das klingt so marxistisch. Haben die keinen Namen? Weiß nicht mehr, wie die heißen. Komm, wir nennen die, die Weißen und Andere. Äh, wie gesagt, und dann wollten die, ähm, ähm, mit Petro sprechen und dann haben die dann einfach, ähm, da rangezogen, weil wir mit Petro sprechen wollten und dann hat das, ähm, Sandro gesehen, hat dann eine Knarre nur gezogen und wollte das Gespräch dann zustoßen und dann wurde direkt niedergeschossen. Krall. Sind das Bilder so, wenn sie da schießen? Korrekt. Ihre Aussagen habe ich gehört, dass die, dass die so sind wie, naja, zu erschießen als reden. Wo bleibt meine Gork? Wo bleibt meine Gork? Ich will ja nicht meine Gork haben. Wo bleibt die Gork? Genau. Läuft was zwischen Roy und der Prokardus? Weißt du, sind die am Knutschen? Scheife dich. Warum? Ich schütze nicht so ein, dass die da, weiß ich nicht. Hast du heute eine lange Leitung? Ich, ja. Ja, ne? Hast du schon wieder Uhu gegessen, ne? Korrekt. Wixxer. Wixxer. Oh Mann. Okay, aber was machen wir jetzt mit Billy? Eigentlich müssen wir auf den Anruf warten vom Chicken-Man. Chicken-Man. Und dann gucken, wie er sich entscheidet. Eigentlich wollten sich andere Leute bei mir melden dann. Na ja, mal gucken. Vielleicht meinen sie sich ja heute, Leute. Bis dann. Ich sag dir, was wir mit Billy machen. Hm? Aber, aber Billy ist ein guter Freund von Roy. Die wollen nur Geschäfte machen. Ach so. Deshalb probier mal, dass du überleben kannst. Okay. Und wenn nicht, können wir das machen, was du vorgeschlagen hast. Genau. Dann stirbt er wenigstens durch die Hand deines Freundes und nicht Vereinde. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als durch einen Verein zu sterben. Genau. Voll Möhre. Voll Möhre. Wir sind keine Vereinde, oder? Nö. Weiß ich nicht. Hab ich auch nicht entschieden. Hey. Was soll denn das heißen, Perna? Na ja. Herr Kimmelder, wir sind Freunde schon seit ganz lange. Ja. Und ich hab dein Schnürsenkel. Warte mal, wie bitte? Ich hab dein Schnürsenkel gewaschen. Ah. Sehr freundlich von Ihnen. Weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir erzählt, du bist Schauspieler und wärst reich. Ja, bin ich doch. Ich bin nur noch nie reich. Äh, hallo? Wer gehört die Hütte hier? Ja, nicht dir. Ähm. Das haben wir uns erkannt. Ruf mal Dennis hier an. Was denn, ne, warum? Ja, wie, ne, ne, warum? Warum soll ich da anrufen, Perna? Naja, weil die ja dafür sorgen, wer was gehört, immobilienmäßig. Wenn dir das gehört, dann schlägt die Tür auf. Ja, komm jetzt. Okay. Hab ich den Basebeschicker wohl in meine Nase kieke? Nee. Moment. Das ist aber ein komischer Schlüssel. Ja, das ist ein neuer, moderner Schlüssel. Das ist ein Generalschlüssel, da kann man vieles öffnen. Aha. Ja, okay. Was? Was, ach, da passt grad nicht in das Eingelauf in der Waschmaschine. Genau, Metall läuft ein, ne? Ja, kennst du damit aus? Ja, Metall hat Siedepunkt von 900 Grad. Ja, klar, so ist jetzt aus dem... Weißt du, was Aggregatzustände sind? Äh. Wer sind hier die Doktoren, hä? Aha. Du oder wer? Ist hier der Schauspiel und versucht euch gerade hier raus, mich rauszureden. Hey, Sandro, es hat sich schlafen gelegt, hier mitten auf der Straße, nach einer Prügelei mit Sancho. Und wir sind vorm Alice Repairs. Bist du zufällig an mir? Ja, aber ich bin nicht im Dienst gerade. Ja, dann rufe ich 922, oder wie ist das? 966. 966, alles klar, danke. Okay, Alboa. Ja. Luke, ist das dumm? Du bist dumm, ich hab genau gehört, was du gesagt hast. Hä? Sachwechser. Hey, 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 hey. Sach bin ich, aber, naja. Ich habe meinen Anrohrer nicht dabei. Pass auf, Kim. Ich hab dich mal. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Ich beobachte mich gegenseitig. Du weißt, was mir mindestens zu tun hast. Ich bin böse. Ich bin freundlich und böse. Okay, du bist böse. Du? Du weißt nicht, du hast eine, du bestrahlst eine, eine Freundlichkeit aus. Ach, ich will den Staatsanwalt ein guter Angebot machen, dann bist du hinter Kettern. Bist du ein scheiß Verräter, du Schwein. Ja, natürlich. Weißt du, wie oft reu ich knasst das wegen mir, weil er nichts gemacht hat? Warum, was bist du für ein Freund? Na ja, ein guter, weil ich war nicht im Klass. Ja, aber du bringst... Mh-hmm. Willst du Fire haben? Willst du Fire? Nein. Kein Firestarter? Lass mich mal kurz eine Kippe anmachen. Das kann man nicht auspusten, Uliot. Ich hab... Du bist das... Du hast doch keine Ahnung, du schüttelst und redest von irgendwie Agrarzustand und Siedempunkt und sonst ein Kram. Ja, weißt du, was ein Agrarzustand ist? Nein. Weißt du wirklich nicht? Schauspieler, wenn ich einen Text habe, dann weiß ich das, aber hab keinen Text. Ja, aber das muss man doch wissen. Quatsch. Wohl doch. Ach. Einmal drei sind zehn, das weiß doch jedes Kind. Du bist kein Schauspieler. Bitte? Den Film, den ich von dir gesehen hab, den hast du selber gedreht. Ja. Das war keine richtige Produktion. Oh, Romeo. Oh, Gott, das tut jetzt weh. Weißt du, ich hab ein kleines Ego, aber dir... Nein, du bist ein echter Schauspieler. Du hast ja immer einen... Ja, klar bin ich ein echter Schauspieler, mein Schätzchen. Nein, na. Nämlich nur am Schätzchen hau ich dir in den Zähnen ein, du Wichser. Äh, Verzeihung, Schätzchen. Du bist nicht dieser Rex aus dem Film, du bist Cam Miller. Ja, richtig. Aber ich hab den... 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 Ich bin Mila. Rex, mich gespielt. Ja. Mila Krusch, meine Freundin nennen mich auch Mila. Alles klar, Frau Krusch. Manchmal heiße ich auch Miha oder meine allerbesten Freunde, aber nur die dürfen mich auch Pila nennen. Komm, wir laufen mal so zu... zum Tor, dann... dann sieht's aus, erzählen mir was zu tun. Komm mal an. Weg vom Brunnen, dann geht's dann nur auf den Senkel. Okay, korrekt. Ja, weg vom Brunnen. Ich würde es voll cool finden, wenn da Blut rauskommen würde. Ja, dann können wir so solche Bloodouts machen. Wir brauchen Lebensmeldepfarbe. Meine Grüße. Gott, Kenny, du Wichser. Kenny, hast du... Schrecklich, du bist so. Wer hat gelogen? Äh, Fresh M, man. Oh, cool. Was ist das? Äh, Moser. Ach ja, der lebt, ne? Ja, Mann, ich war auch grad total verwundert. Ja, und ich hab mir mal direkt eine Aufgabe gegeben. Und wollt gucken, äh, auf welcher Seite er steht. Mit dem Kennzeichen gegeben. Äh, das möchte... Das möchte Dynasty wissen. Hallo, Kenny. Äh, da belagern... Irgendwelche, anscheinend ein Grundstück. Und da ist morgen ein Meeting. SDM, die was weiß ich. Ähm, und Dynasty, als die von hier waren, haben uns gefragt, ob wir das da rausfinden können. Und ich hab Fresh M auf, dem das Kennzeichen gegeben, was für Autos da standen. Er hat mir aber einen falschen Namen gesagt. Und er kommt jetzt hier gleich her. Ich schlammle den zusammen. Ja, darum bitte ich, ihr dürft euch austoben. Ähm, aber ich möchte ihm vorher noch eine Ansage machen, ist auch klar. Und, äh, das... Der wahrer Name des Halters. Das Auto, was dort vor Ort steht. Was Dynasty wissen möchte, ist... Erste Bahn. Erste Bahn. Woher wusste ich das? Wo, 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 wo... Ist das wirklich, Erste Bahn? Ja. Und wo ist das, am Möwopark? Äh, nein, das ist die alte Nervenheilanstalt. Rehabilitationszentrum. Oh Gott, wo bin ich gut. Ähm. Auf jeden Fall möchte Dynasty das wissen. Wir wissen das. Die jetzt noch nicht. Wir... Naja, woi, aber du wolltest dich doch eh mit dem treffen. Dann sagst du nur einfach, dass wir die Kraner wegmachen. Und bei deines, die sagst du dann, wir haben den recht verprügelt. Ja, wir müssen gucken, wie wir da am meisten Geld rausholen. Weißt du, dieser erste Band ist auch wieder in Schachfigur. Natürlich. Ähm. Ja, Bauernopfer. Äh, ist denn der Bauer, der vorne steht. Genau. Warte mal, wer schlägt denn den zusammen jetzt? Ja, ich... Weiß ich nicht. Mila, hast du Bock? Also Mila hat schon bestenschläge draußen. Ja, ich hab den heute neu gekauft. Ja, der musste ja eingeweiht werden. Und wie nennst du ihn? Warte mal, schlagen wir den richtig zusammen oder nur so ein paar Schläge? Ja, ich möchte den direkt als erste Messenger. Ich dachte... Wir sind nicht im Dienst, wir haben keinen Koffer bei, ne? Ist mir egal. Ja, ich... Ja, weil, weiß ich, Folter den macht, also ich will, dass er einfach leidet jetzt. Also direkt von Anfang weiß man, dass ich nicht mehr sein Praktikant bin bei Weasel News. Weißt du was? Dann machen wir den mit Schocken. Schlagen einmal und dann schocken wir den. Ihr seid die Ärzte, ihr wisst, wie ein Mensch so aushält. Mila, ich geb dir gleich mein Tasergerät. Ich hab gar nicht zugehört. Wir sollen den poltern. Wehtun, zusammenschlagen, Mann. Also nicht irgendwie Adern aufschneiden und dann Salz rein und so ein Shit. Oh. Ammer Salz. Ja, genau. Kannst die Drohne reinspritzen. Kein Blut, Mann. Obwohl ein bisschen Nasenblut im Mund und sowas. Wenn du das aufplatzt, ist vollkommen in Ordnung. Okay, das kann ja seine Kippe auf ihn ausdrücken. Bist du bescheuert? Okay. Das ist aber auch das härteste der Gefühle, aber ist okay. Lass den zum Tennis-Bad bringen, da kann uns keiner sehen. Ja, Mann. Dann kannst du richtig austoben, Mila. Die stellt schon mal einen Taser ein. Kim, guck mal. Passt das so? Alter, das macht man doch immer mit den Neuen, Mann. Was sagst denn du so, du Peiner? Übrigens, Roy, übrigens, der Billy hat auch einen Taser, ne? Der hat einen richtigen Taser. Keine Ahnung, ich hab Billy schon ein paar Tage nicht gesehen. Ich sag's dir nur. Ach, da ist er doch. Wie heißt der Fachwächsinnummer? Moser. Moser, genau. Das ist Fresh M. Moser, der beste Anwalt. Der wird sich erst gleich wundern. Richtig. Dachte ich so. Ne, noch hab ich noch nicht drum gekümmert. Komm, wir gehen nach hinten, wir zeigen ihm noch das andere, Mann. Herzlich willkommen, hier wohnen wir, Fresh M, jetzt inzwischen. Was heißt denn hier? Ah, FG, wie das Kiege. Grüße. Alternative. Guten Abend, ihr Herrscher. Na, Moser. Na, Moser. Moment einmal, sie. Jo. Ja, was ich? Um Gottes willen, hier hat sich ja das Spotparee dieser Stadt versammelt. Also im positiven Sinne, nicht wahr? Komm mal mit, Mann, wir haben noch was richtig krasses. Ich weiß, dass du das machst. Ich will eigentlich nur meine 2000 Dollar für die Information, die ich gerade im Kopf rausgekisselt habe. Er bekommt 2000 Dollar. Ja, das ist der Standardinformant. 0815, DIN A4, Beitrag. Ah, ich habe das vom Lalo nie gesehen. Warum haben sie denn hier alles beschrieben? Gib dem Mädel dann ein Zeichen. Guck. Wie wird das schon mitbekommen? Ja, aber hau dir nicht direkt kaputt, ne? Ja, und achtet auf euch. Ich kann echt weit ausholen. Okay. Ich weiß, ich wäre langsam. Was ist denn der Dicke? Du hast nicht einen schönen Tennis-Patz? Er ist wunderschön. In der Ruhe liegt die Kraft. Das hat meine Großmutter schon immer gesagt. Guck mal, du magst doch Tennis. Ja, absolut. Ich schaue mir das ganz gerne im Fernsehen an, die verschwitzten Taten. So machen die mal. Ja, richtig. Guck dir mal das Netz an, Mann. Das ist neueste Hight-Technology mit Sensor und so. Ja, ja. Also mit diesem Hawks-Ey. Nicht wahr? Das kenne ich alles. Ja, 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 Mann. Haben sie das gehört? Das haben wir gesehen, oder wie? Na klar. Wir haben das einfach besetzt. Und das ohne deine Anleitung. Aber Fresh M, ich habe eine Frage. Wie hieß der Typ nochmal mit dem Kennzeichen? Der hieß... Warten Sie, wie hieß der nochmal? Donald McKenzie, also. Donald McKenzie, richtig. Donald McKenzie. Er kippt auf die Frechne. Ich wäre nicht jemanden, wenn ich nicht inzwischen dazugelernt hätte, dass man sich immer absichert. Ich dachte, Monate, du wärst tot, Fresh M. Wir alle dachten das. Die waren ziemlich traurig. Ja, ich bin der Meister der Tarnung. Ja, du bist auch der Meister des Bullshit-Redens anscheinend. Also Kim, deine Haare, bitte was? Weißt du, die Zeiten sind vorbei, Mann, wo ich dein Scheiß-Praktikant bin. Oder so. Sag sie, Rael, was ist denn mit denen los? Wir haben was hier erreicht, jo. Guck dir den Shit an. Und ich biete dir einen Scheiß-Job an, Mann, damit du vielleicht Geld verdienst. Ja, das herzlich willkommen, dass ich dich vermisse. Denn 2000 Dollar ist viel zu viel für so eine Information. Und dann dreistest du dich noch, mir den falschen Namen zu sagen. Wie der falsche Name? Mach du da. Entschuldigung, ich muss mit deiner Hand halten. Das war so, was er hieß. 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 Ja, so hieß er, richtig. Ja, dann. Hey, Mann, das ist einfach eine Lüge. Natürlich war es eine Lüge. Dieser gottverdammte Cop, er wollte mir nichts verraten. Er hat mir nur gesagt, er ist männlich, männlich. Mehr hat er mir nicht verraten. Ich wollte ihm 200 US-amerikanische Präsidenten durch die Luke schieben. Hast du gerade gesagt, natürlich war das eine Lüge. Es war so eine Notlüge. Wissen Sie, wie klein meine Patientin ist? Warte, von dir oder von dem Cop jetzt? Wie war's? Hat er sich gerade verplappert? Ja, das tut sehr weh. Hey, Fresh, ey, Mann. Du hast mir echt immer oft aus der Scheiße geholfen, aber ich muss direkt ein Statement setzen, dass das nicht mehr so läuft wie früher. Ich bin jetzt der Baron, Mann. Das ist die Gloria. Und dass du das direkt von Anfang an lernst, Mann, nimm mir das bitte nicht persönlich, nimm uns das nicht böse. Aber du musst direkt dazulernen, dass sich die Verhältnisse, äh, naja, wie soll ich sagen, verändert haben. Was meinst du mit böse nehmen? Oh Gott, das will ich das eigentlich glauben. Betont? Ja, warte. Hey, Mann, wie hat dir das, wie hat dir das geschmeckt? Ja, 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 ja. Wirst du Roy noch mal anlügen, Joch? Da schattest du dich an der Zunge verschnuppt. Roy, nie wieder, nehm an sie ihren Finger, see, die Hüchte. Willst du noch eine Packung? Ich glaube, ich kann meine Großmutter sagen, meine Tote. Willst du noch eine Packung? Nein, ich, oh Gott, das ist meine Notlüge, ich muss, ich brauch das Geld. Du brauchst das Geld, das Problem ist, du schuldest mir jetzt 2000 Euro. Wie, Peter? Ich hab keine Zweite. Ich hab's verstanden. Oh Gott, nehmen Sie die Waffe weg. Hast du verstanden, wen du jetzt geitschuldigst? Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Und ich bekomme auch nochmal 1.500 Dollar wieder. Du hast acht Wochen Zeit. Du hast acht Wochen Zeit. Acht Wochen. Der Schlombeck hat mich damals abgezogen mit dir zusammen. Ich hab den bezahlt. Ich hab herausgefunden, wie ihr euch immer freigekauft habt. Oder uns. Du hast die Scheiße einfach nur bezahlt, Mann. Du hast verstanden, du Dreckschwein. Ich hab's verstanden, natürlich. Ich hab's verstanden. Oh Gott, bitte. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Und dann verschwinde von hier. Ich hab was Besseres in der Tasche. Warte. Nein, holen Sie ihn bitte nicht raus. Oh Gott. Nila, helf mir. Er ist so riesig. Oh Gott. Schass auf. Hast du das verstanden, du Schwein? Ich hab's verstanden, du Schwein. Du hast acht Wochen Zeit, um dem Baron die Kultuszeug zu zahlen. Acht Wochen. Ja. Sonst wirst du geplant. Acht Wochen geplant. Dann scrimier dich. Wir sehen die Baronschaft. Und hier noch einen, damit du es nicht vergesst im Schwein. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Acht Wochen. Schmeiß den jetzt hier runter oder macht noch was mit dem. Ey, Acht Wochen, du bist so mit deinem Auto. Deshalb hab ich ihm genug Zeit gegeben. Trash Elman, ich mag dich immer noch. Aber man muss den Leuten das einfach beibringen inzwischen. Und du arbeitest jetzt für uns. Hast du verstanden? Haben wir noch ein Bier hinten drin? Vergeben wir, meine Söhne. Entschuldigung, haben wir noch ein Bier hinten drin. Für wen arbeitest du? Für mich selbst. Für meine Kinder. Kinder und Kinder. Für wen arbeitest du? Ich arbeite für gar niemanden. Er hat dir geholfen. Für wen arbeitest du? Hier, Wasser ins Gesicht. Nee, Mann. Ich habe bei einer älteren Frau im Norden geworben. Okay, weil dann für niemanden arbeiten, dann können wir ihn wegmachen, oder? Ja, was mit der Frau, Mann? Ich arbeite für Frau Valerie. Für Frau Valerie. Wer ist Frau Valerie? Crucial Facts. Crucial Facts. Sie bezahlt mich. Sie bezahlt mich für Informationen. Okay, Mann, jetzt ergibt alles hin, Mann. Die sind Anwälte. Ihr und ihr neuer Ehemann. Der ehemalige Staatsarbeiter. Ja, genau. Der Ermergott. Vielleicht so, dass meine Frau nochmal zuschlägt. Nein, bitte nicht. Ich will mich nochmal zuschauen. Nein, bitte schlagen sie nicht an. Bitte weg. Warum hetzt Valerie dich auf uns? Keine Ahnung, Valerie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf ihn, okay? Keine Lust auf seine Lügengeschichten. Ich meine, alles ist eine Lüge. Ich meine, die Leute denken, du bist tot, Mann. Das ist nur eine Platzpatrone. Eine Platzpatrone. Oh Gott. Verdammt, ihr seid ja alle komplett verrückt. Ja. Das verrückteste hat er doch gar nicht gerät. Das ist Kenny. Was heißt denn, Kenny? Kenny, Mann, halt dich zurück, Kenny. Halt dich zurück, Kenny. Oh Gott, nicht Kenny. Ich weiß nicht, Kenny. Oh mein Gott. So, jetzt hörst du mir zu. Ja, ich weiß nicht. Du trinkst ja unser schönes Bier, okay? Ja. Und das ist warmes Bier. Das ist vergiftet. Das ist doch vergiftet. In dem Bier ist Gift drinne. Wie bitte, was? Was so ungefähr nach 10 Tagen seine Pfekt zeigt. Also bring die Kohle ran, dann kriegst du das Gegengefekt von uns. Ja, das ist so dick, fett, den Schiss. Und das Tage lang und Stunden lang. Oh ja, du wirst dich richtig ausscheißen sonst. Moment mal, ich dachte, ich habe 8 Wochen Zeit. Ja, und das ist 10 Wochen. 10 Tage. Das heißt, das ist ziemlich bald, nicht wahr? Was jetzt? Verdammt, sie verwirren mich komplett. Was ist unsere Taktik? Du wirst es merken, wenn es weh tut und ausläuft. Sie müssen noch wissen, weil es verwirrt zu werden. Du hast 48 Stunden. Ja, das ist richtig, 48 Stunden. Das ist aber ziemlich wenig. Du hast 8 Wochen, um die Kohle ranzuschlappen. 8 Wochen und in 10 Wochen sitzt du Gegengefekt. Dann hast du voll arbeitest du für Baron Royale. Seine Exzellenz. Baron Royale. Ich habe verstanden, ihre Exzellenz, nicht wahr? Meine Verehrung. Ich werde die Kohle auftreiben, ich werde alles auftreiben. Ja, Mann. Ich halte 8 Wochen Gegengifte. Vielleicht verstanden, ja. Er hat da noch was drin gelassen, ja. Mein Tier Exzellenz. Verdammt, mein Schädel brummt. Richtig gut, Mila. Was dem richtiges Ding verpasst, dem Dreckschwein. Ich dachte, der ist direkt grau. Ich glaube, ich muss zu Dr. Bob. Ich muss die Kohle auftreiben. Ich brauche das Gegengift, das Gegengift. Und Wil, du redest über heute. Wil, du redest über heute. Wir haben dich im Auge. Im Auge, auf Gottes Willen. Ich habe zu heulen, du bist ein erwachsener Mann. Ja, genau, Herr Schäman, wo ist denn seine Coolness, jo? Coolness, jo. Was fällt dir eigentlich ein, über unseren Rasen zu laufen? Entschuldigen, ist der englische Rasen, natürlich. Den haben wir importieren lassen, von Paletti und Badner. Oh, Gott. Abgesignet von Schaller. Das ist Peruanische Ziegenwiese. Da kostet man 3 Meter 7.000 Dollar. Um Gottes Willen. Sie müssen wirklich reich sein. Das ist unglaublich. Oh, fresh, Herr Mann. Und wenn du in Zukunft deine Arbeit anständig machst, dann kaufe ich dir ein neues Auto. Ja. Genau. Aber das ist mein Schatzi, Bozi. Die Karin. Ich nenne sie Karin. Okay, dann machen wir das anders, Mann. Guck mal, was du von seinem Auto hättest, Mila. Genau. Nicht. Und wenn du die Kohle nicht ranbringst, dann nehme ich mir das Auto einfach als Zinsen. Siehst du, was wir von deinem Auto halten? Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, das reicht, Mann. Das überdreifst nicht. Das passt. Yo, was ist der, Motherfucker? Das ist Crispy. Yo. Oh, nein, das ist Crispy. Kommt ja aus dem Gebüsch. Aber eins noch. Ja, was ist das? Den Außenspiegel werde ich auch noch verstellt. Oh, Gott. Oh, Gott, nein. Oh, Gott. Der hat den Außenspiegel verstellt. Viel Glück am Abbiegen. Und jetzt verschwinde, Fresh, ähm. Ja, richtig. Lauf, bevor du nicht mehr laufen kannst. Ich werde dir 500 Dollar besorgen, acht Wochen. 2.000, Mann. 3.500, ich kriege auch eine 1.500. Wenn du nicht die Kohle nicht begeholtst, dann nehmen wir dir noch dein Auto weg. Karin, nicht Karin. Oh, Gottes Willen. Jetzt tu nicht so, als würde die Karin nicht ansprechen. Das war wirklich acht Wochen zum Hochrasten. Hab ich doch gesagt. Ja. Was ist nicht los, ey? Alles dann, ich will Kenny. Warum? Weiß ich nicht. Und, wie geht's dir, Crispy? Ich kann nicht mehr aus. Ich weiß, das ist gut. Okay. Hast du das schon mal gesehen? Ja, klar. Ich nicht. Äh, Karin. Wir machen mir gleich ein paar Sprechen. Vielleicht deiner Karin noch mal Starthilfe geben. Oh, wow. Könnten Sie mal heute einen Tagsherrufen? Wir rufen den Abschlepp, Alter. Gündigung, guys. Das ist ja mal nicht unangenehm. Ich sollte eigentlich weg sein. Jetzt stehen wir hier. Und, wie war Ihr Tag so? Ja, eigentlich ganz gut. Also, ich wurde eben von so ein paar Gangsterner Jugendlichen bedroht. Und die haben mir Gift ins Bier gemischt. Nein, ich soll nicht darüber reden. Nein, natürlich. Nein. Scheiße. Er hat drüber geredet, Mann. Er hat eine Warnung. Okay, wir brauchen jetzt da... Ja, wir müssen ihn in die Schmelze bringen. Ich meine, in den Film ist doch eh gerade keiner, oder? Oder wollen wir lieber, dass er für uns arbeitet? Er ist auch nicht tot. Ja, dann... Noch nicht, genau. Noch nicht. Warte. Der Pult schlägt noch. Ja, wir können ihn zu den anderen legen, die wir vergraben haben. Hat der noch Puls, Mila? Hat Puls. Wir müssen den retten, Mann. Wir brauchen jeden Mann für unseren Krieg. Sag ein Wort und ich mach sein Leben am Ende. Nein, Mann, lass ihn am Leben, ja. Er hat mir oft genug auf der Scheiße geholfen. Deshalb hat er das Recht zu leben noch. Hey, kriminein, okay? Bist du im Dienst? Ja, klar. Ich glaube, hast du dich schon erledigt. Mila hilft gerade schon. Ach, supi, ja. Dann ist er perfekt. Kein Ange. Na, komm. Da viel Erfolg. Ciao. Hallo? Moza, Sie Arschloch. Können Sie mich hören? Hat sie mir die Stimme verschlagen? Ich glaube, du musst den, äh, den lassen Finger ins Ohr halten. Wie viele Baseball-Schläge habe ich in der Hand? Ach. Ein, ein, du Idiot. Wo bin ich hier? Was sind sie? Das, was ist hier passiert? Acht Wochen, 3500 Dollar. Ach, acht Wochen, 3500. Ach, ja, richtig. Das Gegengifte. Warum kostest du mir das Gegengifte? Tick, pack. Tick, tacky, ticky, tacky. Tick, pack, tick. Sie haben sie vielleicht, äh... Und geh gar nicht ins Krankenhaus. Wir arbeiten da. Wir wissen genau, wenn du da bist. Ach, ja, sie arbeiten da. Das ist richtig. Geh los jetzt zur Polizei. Ja, Mann, äh, ja, wir müssen los. Es geht um Weight, Mann. Jetzt. Okay. Alles klar. Ab in die Ass, ihr Witz. Ja, es... Ich ruf den... Geh gegen die Schmerzen. Ruf den Abschlepper an. Die soll nicht abschleppen. Ich ruf den Abschlepper an. Richtig, den Abschlepper. Oh, nein. Oh, Gott, das will... Wir waren ja gestern noch unterwegs gewesen, ne? Ja. Was ist mit Weight? Ich hab von... Ja, erzähl ich dir gleich. Von Jörg, der hat auch dieses ganze Plantage hier gehabt. Ja. Ey, von der Schellmann, merkt ihr, dass wir dir gesagt haben? Piss. Ja, richtig. Merkt ihr. Ich hab sein Auto aufgeknackt und hab die ganze Ernte geklaut. Das ist jetzt im Lager drin. Crispy, du bist so ein Wix. Und genau so machen wir das. Ne, es geht jetzt um Weight, man. Weight war ja auch ein Teil der Doppel-Null-Mann. Ja. Und den ganzen Scheiß. Und jetzt will er sich mit Sandro trennen. Und der hat aber jetzt neue Freunde beim AOD. Aber Sandro hat mir was per E-Mail geschickt, dass er... Ja, Weight hat keinen... Also, der muss das tun, was Sandro sagt. Es gibt so einen Beschluss. Ist das ein gesetzlicher Vormund, oder nicht? Ja, ja, genau. Und... Und Sandro will nicht, dass er da anscheinend... rumhängt. Und das Weight geht, hab ich gesagt. Ja, da sind wir dabei. Also, holen wir den jetzt nach Hause. Ich hab keine Ahnung, was er so vorhat. Sandro, Mann. Scheiße, ganz scheiße auf den AOD. Nee, Lutscher. Ich hab 5.000 Dollar Dings gezahlt. Schutzgeld am Blob. Ich bin drei Wochen mit einer Kutte von denen rumgelaufen. Ich bin kein Arsch. Die haben gestern auf mich geschossen, ey. Ja, Mann, das ist doch Spaß. Milder egal. Wie viel Kilo hatten die denn? Zweieinhalb, glaube ich. Wer hat auf dich geschossen? Sandro und so. Da saß ich im Auto mit drin. Wir haben einfach auf die Schäfer gekreilt. Sandro hat gesagt, er hat auf den Reifen geschossen. Ja, das ist ja. Der Chris, wie er von mir hat, hat ganze Gras geklappelt, die angeboten haben. Und wir geben ihm unser Vertrauen, Mann, aber wir beuten ihn aus und verraten ihn und boykottieren, dass er merkt, Mann, das geht so nicht. Und dann ist er unsere Bitch. Wir müssen erst mal die Leute unsere Bitch machen. Klar, klar. So wie Moser, Mann. Und Billy. Moser gehört jetzt uns. Achso, ey. Das ist top secret. Ja, Krim ist schon erzählt. Okay, gut. Aber hat der Sandro wirklich so ein Gerichtsding, dass der White auf den Hörn muss? Ja, der hat es mir per E-Mail geschickt. Es geht irgendwie um Aufenthaltsort und sowas. Ja, aber wenn der White doch einen Job hat und da arbeiten will. Ey, ich weiß es nicht, Mann. Das ist Sandro sein Ding. Das Problem ist, ich will White umbringen. Also, eigentlich muss ich sterben. White weiß zu viel. Aber weiter. Warte mal, du willst White umbringen? Mir ist ja auch hier. Hi, Mir. Nee, im schlimmsten Fall, Mann. Meinst du, der plappert was aus? Ey, ist viel Risiko. Solange man ihn nicht drauf anspricht, wird er sich nicht reininnern. Aber wenn du es sagst, dann weißt er es sofort. So ein Ding ist das. Gott, was passiert hier schon mal da? Du hast schon mal versucht, die Lern zu rufen. Wir müssen die da auch noch mal rausholen. Ich probiere mal. Und Sandro will was von ihm und wir will was von ihm. Das ist, ja. Aber alles top secret. Ja, wir ziehen unser Ding durch. Ein Handy aus. Ich zieh mal Maske an. Du musst tranken, Bro. Ah, danke. Das kann ja was geben. Ich glaube, wir sind die ersten, die ohne Meta dahin fahren mit Rp-Story einfach. No hate, no hate. War natürlich nur Spaß. Was sind die denn? Rechts, rechts, rechts. Grüße. Oh, das ist doch dann gleich mal ein Auftritt, Alter. Fucker. What's poppin', what's crackin'? Ich hab' den alten Kleiderschrank mitgenommen, falls wir uns umziehen müssen. Ja, 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 ja. Grüße. Grüße, Gemüse. So, Leute. Heute startet... Am liebsten würde ich jetzt grad so'n epischen, militärischen Hintergrundklang anmachen. Aber, Kürtis, vielen Dank für deine Anwesenheit. Und was mit meiner Anwesenheit, Mann? Und Macarenos? Oh, ja. Und Jörg? Stimmt. Und welchen... Und Crispy, ja? Crispy, ja. Gib mir von denen. Crispy, seit ihr den Typen mitgemacht habt, you in particular. Ja, das ist... Ja, das ist... Ups, Entschuldigung. Crispy, hör mal, jeder kann dazu. Du Scheiße. Wir schaffen das aus der Welt. Komm, gib mir, komm, gib mir einen Bruderkuss. Müssen, küssen. So, kein Samstag für euch. Zwischen Kim und Crispy, gerade in dem Kuss. Nö, nö. Okay, es geht um Wade, Mann. Also, der Plan ist der folgende. Wir fahren davor und sagen, Wade, du musst hier raus, die sind nicht gut für dich. Und dann sagen die, nein, das machen wir nicht. Und dann geben wir denen den Sieg und warten vor der Tür und rufen die Polizei. Dann gehen wir auf die andere Straßenseite und dann rufen wir das Sheriff-Department an, wedeln mit unserem Beschluss. Und dann holen die den im Namen des Sozialgerichts, holen die den da raus. Das ist absolut krank. Erst geben wir den Sieg, ja. Die sollen sich so richtig da fühlen. Bevor sich jetzt hier Sorgen gemacht werden, ne, diese Musik ist mit, 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 mit Anti-Anti-Dings vollgepumpt. Halt, lass, 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 lass einfach, lass die Scheiße. Ich zieh mich kurz um. Die war mit Anti-Anti-Allergen vollgepumpt, aber na gut. Weißt du, Jörg, wenn du es drauf warst, musst du nicht alles mit Musik untermalen. Ja, echt nicht. Guck mal Kenny an, Mann. Ja, die richtigen Ehrenmänner untermalen nur für sich selbst. Alles mit Musik. Genau. Fick dich. Gut. Sharing ist caring, sag ich immer, ne? Aber wir fahren mit dem schwarzen Wagen. Limewire. Ja, bitte? Wir fahren mit dem schwarzen Wagen, ne? Die roten müsst ihr hier stehen lassen. Wir fahren mit allen Wagen. Alter, was du auch so schön ist. Das ist die Baronschaft hier. Das ist die Baronschaft und Amigos. Die schwarz-roten sind ja wohl immer noch nicht viel voll. Landstalker, Benz, ne, Benz, Landstalker, Benz, Landstalker. Jo. Und ich fahr vorne. Nein. Du fängst dich. Ich nehm dir gleich die scheiß Stücke. Du fährst gar nicht auch zu, Fred. Sandro, tritt dir gleich den Stock weg, Fred. Was haben wir dir gerade übers Kolonne fahren erzählt? Fred, das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, warum wollt ihr Wade da raus haben? Woher wissen wir, dass die nicht gut sind? Das schien mir ziemlich glücklich zu sein mit seinem Job. Das ist der scheiß AOD, Mann. Die zahlen 5000 an Lost. Ich bin drei Wochen mit der Entkutterung gelaufen. Die können nicht kurz hinsehen. Außerdem ist Wade, seit er mit den Leuten da oben rumhängt, verändert. Ich hab ihn geheiratet und seine gesetzliche Betreuung gerichtlich übernommen. Eben, um für seine optimale Entwicklung zu sorgen. Sowas hab ich für mich auch. Ich hab ihm eine Ziege besorgt an die Wand und das hat ihn nicht mehr interessiert, Mann. Er macht seine Hausaufgaben nicht mehr. Ja, er hört auch nur noch ACDC. Richtig. Und wenn er mit Matchbox-Autos spielt in der Früh, dann knallt er die einfach nur aneinander und schreit, ah, Zerstörung! Jawohl, das hab ich auch gemacht. Ich hab sogar mit dem Hammer draufgekommen, weil ich Unfallfahrzeuge haben wollte. Was hat Macarena mit Wade zu tun? Habt ihr immer einen Ofen gehaden? Nee, ich bin nur Kronfahrer. Ach so. Kannst du klein, sind die aggressiv, weiß das einer? Macarena ist jetzt einfach einer von der Amigos. Ach so. Ach, ich auch. Ja, ja, deswegen. Ich kenn noch den Dings. Die Leitstelle, Macarena. Ach nee, das ist der John, da wollten wir mal ein Dings machen, die Länder. So, dann lass mal los, oder? Ach so, dass meiner zuhört, wollen ich mein Karriere dann, ihr Wixer. Freaking Wixer, ja. Fick euch alle. Let's go. Ja, dann auf geht's, Freunde. Macarena, du fährst vor. Das ist meine Karriere. Nie hört meiner zu. Ach und hier, euer Wagen sollte vielleicht so weit wie möglich von mir wegfahren, weil jetzt gibt's ein bisschen Narcos auf die Ohren. Weißt du was? Ich scheiß da jetzt drauf. Ja, scheiß drauf. Okay, einen rein. Null von drei, ich bin safe. Ich sag immer, einmal ist keinmal, außer mit Hans Zimmer. Da sollte man wirklich aufpassen. Ken, Napster. Ja, Mann. Oh Gott, das sieht schon cool aus. Der Kampf um Wade. Guck mal nach hinten, weil das sieht richtig cool aus. Ich hab auch eine Maske. Gut. Denken wir, wir arbeiten nur fürs Waker. Stell dir mal vor, wir hätten gepanzert. Der Baller. Boah. Viva la cartelle, mierda. Mirza, viva la cartelle. Perfekte Mucke, Alter. Ja, Chat immer am Pennen, Alter. Egal. Kopfschmerzen. Oh, das war so klar. Junge. Da hängen einfach 70 Leute ab. Vorher waren da immer nur vier. Karim, danke schön für den Wies am 19. Und Faxi, danke für den Wies am 58. Und Karibik, Frank, danke für den Prime 21. Und Goldie, danke für den Wies am 34. Was soll ich machen? Guckt so lange bei, bei Dings, bei, äh, Jay und bei Sandro. Die sind ja auch online. Haben mir da nichts verpasst. Ich kann da nichts machen, Alter. Alter. Boah, Masairo, das ist eine gute Frage. Ich glaube, du kannst Kopfhörer und Dings anschließen, boxen. Du kannst da switchen mit dem Regler. Nein, das hat nichts mit den Settings zu tun. Wir sind einfach zu schnell in den Sink reingefahren. Da kann das passieren, da hat der Client crashed. Ja, ja, Stay hat der AUD neu aufgemacht. OC wissen, ne? Dankeschön. Das hat nicht immer was mit dem Server zu tun, Dieter. Das ist auch Rachel. Sehr oft sogar. Mehr? Du hast mir seit Wochen kein, nicht ein bisschen Tastengeld gegeben. Du räumst dein Zimmer nicht auf. Und du kommst deinen Ehepflichten nicht nach. Ehepflichten? Hä? Wer wollte denn nicht mehr kuscheln? Ich schreibe, ich schreibe ein Herz, du schreibst einen Stinkefinger. Uuuh. Nennt man das Liebe? Soll ich dir sagen, was Liebe ist? Wenn man seinen Partner ehrt und nicht mit dem Onkel Christian in der Scheune verschwindet? In der Erleberma? Das hast du dir eingebildet, du Drecksau. Das hab ich mir überhaupt nicht eingebildet. Das hast du dir eingebildet. Meine Schwester hat sie verjagt. So, mein Freund. Ich als dein gesetzlicher Betreuer habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und du kommst jetzt mit. Du hast Hausarrest, junger Mann. Was für ein Hausarrest? Ich glaub, dir brennt dein Kind jetzt ruhig, oder? Du hast Hausarrest, das kannst du aber wissen. Du hast mir nie Taschengeld gegeben, also du kannst mir auch nicht mal Hausarrest geben. Glaubst du, du kannst einfach auf mich scheißen, dir hochgehen und dir neue Freunde suchen, die du cool findest? Oh, die sind kriminell, die halten dich nicht an die Regeln. Du hältst dich an die Regeln. Hey, Chamberl, O'Neill. Jetzt passe mal ganz genau auf hier. Na? So, läuft das nicht. Du hast mir einen Schlepper versprochen. Und den Schlepper hab ich nie gekriegt. Du hast einen Schlepper, aber du brauchst keine zwei Schlepper. Ich hab überhaupt keinen Schlepper. Man braucht keinen John Deere und einen zweiten John Deere. Das braucht man nicht. Hey, Chamberl, das braucht man nicht. Dann klar, brauchst man einen Schlepper. Einen Schlepper, was absolut super ist. Hey, sag mal, was hast du da gerade an meiner Werkzeugkiste? Und ich hab keinen Schlepper von dir. Ich wär sehr vorsichtig, wie ihr hier mit einem gesetzlichen Betreuer redet da hinten. Ich hab keinen Schlepper von dir. Hey! Ja, was heute? Kommt der Scheiße. Seht ihr das? Seht ihr das? Wie die drauf sind? Ich weiß nicht, wie ich den Werk hast du bei der Birne. Scheiße, ey. Wir haben mit Weltkraut ein Anti-Aggressions-Training gemacht. Wegen seinen Impuls-Attacken. Gegen Ordnungsbeamten. Dann geht's sowas. Mit solchen Leuten hängst du rum. Klopst du, das ist cool? Klopst du, das ist cool, wenn man Leuten Kopfnissen gibt, Bad Chamberl? Klopst du, das ist cool? Ja, aber die Klopfen machen die Klopfen. Hast du mir geholfen bei Links? Und 20, äh, 72.000 Dollar zahlen muss das einfach. So, Wade, du steigst jetzt ein. Steig ein. Steig nicht ein. Steig ein. Komm. Na. Wade, steig ein. Na. Wade, du hast einen Schwur geleistet, Mann. Steig ein, Wade. Wade, du weißt ganz genau, wie das Gesetz sagt, Wade Chamberl. Du weißt ganz genau, was das Gesetz sagt, Wade Chamberl. Wade, du hast ihm einen verdammten Song gewonnen. Was für ein Gesetz sagen? Ich darf ja wohl schämen euch, hä? Na, das darfst du nicht, Wade Chamberl. Komm, einsteigen. Darf ich auf jeden Fall? Das hast du mir nicht mehr zu sagen. Wir fahren zurück nach Hause, Wade Chamberl. Du und deine ganzen Affären. Ich weiß ganz genau, der Muskelbepackte da. In der Krotte. Ganz genau, der. Ja. Zeig mir mal irgendwas. Das ist mein Tennis, das ist mein Tennistrainer, Wade. Das ist mein Tennistrainer, Wade Chamberl. Das geht dich überhaupt nichts an. Ja, genau, Tennistrainer. Das geht dich überhaupt nichts an, was ich mit meinem Tennistrainer mache. Du wolltest nie das kleine Löffelchen sein. Na gut, wenn du nicht mitkommst. Du brauchst nicht so wütend vor mir stehen. Komm, Leute, wir fahren. Vor mir wütend. Wir fahren. Fahrt vorsichtig. Und wir werden das Ganze vor Gericht ausfalten. Das sag ich dir mal. Gericht ist ein gutes Stichwort, Wade Chamberl. Tantro, das hätte ich nie von dir gedacht. Mit Onkel Christian da einfach so abzuhauen. Du kannst mich mal, Wade Chamberl. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Wie cool ist das, bitte? Ich bin schwer von dir enttäuscht, Wade. Ich lasse die scheiß Luft aus deinem Roller. Alter, ich habe dir eine Ziege auf deinen scheiß Hof gebracht, wo wir wohnen, Mann. Ich habe Roller besorgt, weil du eine Rollergang haben wolltest. Und du verlässt uns. Wir haben dir alles gegeben. Selbst die scheiß Kutte. Du hast selbst die Kutte bekommen, du Wexer. Genau, was ist denn mit der Kutte? Du hast sie mit der Kutte. Und auf die du geschießen hast. Soll ich dir mal was sagen? Du hast, wann hast du ihn angerufen in den letzten zwei Wochen? Ha? Wer? Genau das. Ich habe dich nackt vom Heimel gerettet, du Schwanz. Wer rutscht dich denn, Mann? Ha? Ich habe dich nackt gerettet, dass du auf dem Heimel standest. Das ist mein Herz gebrochen. Jetzt ruft er die Cops. Ja. Dann er hat ihn geschlossen. Und Miley, die soll ich hier in die Tür aufhalten? Ja. Glaube ich. Danke. Wett Schämpel hält sich an einem, für seine Entwicklung sehr unguten Ort auf. Und ich möchte, dass er hier entfernt wird. Ferngast, komm. Wo das Ferngast auch? Der ist beim Angels of Death. In Sandy Shores. Ich habe einen richterlichen Beschluss, der das Einschreiten oder der die Mithilfe von dem Polisdepartement und vom Sheriffdepartement ganz klar feststellt. Wett Schämpel, du bist ein Schwein. Hast du gehört? Du bist ein Schwein, Wett Schämpel. Du hast deine Freunde im Stich gelassen, Mann. Was anderes hast du nicht getan. Genau. Beobachte dich. Nicht, dass die Knarren ziehen. Beobachte dich. Wett, komm zurück. Wett, du hast noch eine Chance, Mann. Noch kannst du. Noch nehmen wir dich wieder auf. Wie aufnehmen. Ja, Owen. Wie aufnehmen. Zurück zu uns, Mann. Zu deinen Freunden. Es wurde immer vergessen. Immer. Es waren Schießereien. Es wurde sich geprügelt. Und ich wurde immer vergessen. Am Straßenrand. Weil du langsam bist. Aber wir hatten uns an deiner Geschwindigkeit gewöhnt, kurz bevor du mich einfach verlassen hast, um nach Tennessee zu gehen. Zu Tante Marilyn. Da lief es so gut mit uns. Da lief es so gut. Du hast all das weggeworfen wegen schönen Weihnachtsferien bei Tante Marilyn. Das war ein halber. Ich hatte dir ein Liebesweg geschrieben. Ich habe für dich gesungen an unserer Hochzeit. Und du hast nichts erwidert. Ja, jetzt mach ich mal nicht diesen, Wade Chamberlain. Als hätte ich nichts erwidert. Zu unserer Hochzeit habe ich dir das... Wade Chamberlain und Neil, mein. Du hast nichts getan für die Liebe. Einen anderen hast du rumgeholt. Bei wem hast du dich ausgeheult? Bei mir, Manu, Wade. Bei mir. Wir waren eine Familie. Wir waren für dich da. Und jetzt, kaum bist du wieder hier, triffst du irgendwelche dahergelaufenen Stinke-Morchel-Rocker. Und auf einmal sind sie cool. Ja, weil die lieben mich. Die vergessen mich nicht. Die lieben dich. Die lieben dich natürlich. Die lieben dich. Die lieben dich. Verstehe ich schon. Verstehe ich schon. Kannst du mal vergessen, was wir alles erlebt haben. Wir haben dich ohne Zapzerab in die Roadman aufgenommen. Einfach so, Mann. Grüße, Pedro. Nio. Wir müssen hier ein bisschen unterstützen. War weiter. Ich würde gerne mal mit Odiri reden. Jo, war weiter. Was ist denn mit dir? Grüße. Soni, könnte ich kurz sprechen? Ja, ich habe einen richterlichen Beschluss. Ich bewaffne mich jetzt. Und dann komme ich raus. Ich weiß. Und dann schmeller ich dir an. Wade, wir haben dich geliebt. Wie ein Bruder. Wie hast du gerade eben selber gesagt, Mann? Familie, jo. Du bist sogar mit deiner eigenen Familie verheiratet. Genau so, wie du es kennst. Natürlich! Weil ich ein Kreis bin. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Nein, Mann. Du bist aus dem Kreis rausgegangen. Du machst jetzt ein Dreieck draus. Was denn für ein Dreieck? Ja, keine Ahnung. Oder mehr. Das verstehe ich natürlich. Das verstehe ich nicht. Aus deinem Kreis wird jetzt eckig. Es läuft einfach nicht mehr rund, Wade. Wie kann ein Kreis eckig sein? Genau, Mann. Es läuft nicht mehr rund wie ein Kreis. Ja. Du bringst Schande über die Familie, Wade. Und das in der Nähe deines Elternhauses. Schämst du dich nicht? Ich bringe niemals Schande über die Kempel-Familie. Weil ich bin der allerklößte in der Kempel-Familie. Ich habe nämlich ein IQ von 39,5. Ich hätte niemals gedacht, dass du dich so voll nass. Wade, ich kann dich gut verstehen. Ich hätte nie gedacht. Nie von dir gedacht. Wade, ich bin fein damit, wenn du Spaß bei deiner Arbeit hast. Ich habe keinen Stress damit. Aber ich muss mitziehen für die Familie, weißt du? Ist das egal? Ich fand dich voll gern. Ja, wir haben dich voll von gern. Ich bin nur ein. Ja, ich habe euch natürlich auch lieb. Aber Sandro will dich jetzt mitnehmen. Der hat nämlich so einen Zettel. Am besten schlägst du den auf die Fresse und rannst weg. Wie? Der hat einen Zettel? Der hat einen Zettel von einem Richter, das der Vormundschaft hat. Das heißt, du bist gar nicht gezwungen, mitzukommen. Am besten haust du den schnell weg und rannst. Das war's. Aber dann nimm dich hundertprozentig mit. Und nimm den Zettel auch mit. Ja, ess den Zettel einfach. Sag, du willst ihn sehen und fress ihn auf. Genau. Ja, Wade, jetzt schnell. Was mache ich krank, wenn der kommt? Ich muss mich noch bewaffnen. Hol die Mäßverschläge und schlag alles zusammen. Ich muss mich noch bewaffnen. Ja, was habe ich denn gerade gesagt, du Idiot? Da geht er. Der hat eine Vormundschaft für den Wade. Hallo, du glückst dich hier arbeiten, mir doch egal. Krank, aber nur krank. Absolut krank. Wie cool ist das, bitte. Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Okay, wir müssen nicht mehr beobachten, die sind weggegangen. Oh Mann, der will sich bewaffnen, ne? Ich glaube, der holt jetzt eine Rohrzange oder so. Oh Gott. Er versteht es einfach nicht. Ich bin eigentlich dran gewöhnt, dass sie eigentlich in die Türabschlüsse reingehen. Dann kann das nicht zu Hause. Aber die kann ich gar nicht, die da abhängen. Schon nie gesehen. Noch nie? Oh. Oh. Er hat sich bewaffnet, Achtung. Er hat sich bewaffnet, passt auf. Egal, das zieh ich mir rein. Wade, überleg, was du tust, Mann. Alter, ey, so viel Hass kannst du gar nicht haben. Sind mein. Aber das geht ja nicht. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Ich will tanzen. Also, ich will tanzen. Ich 내려ge mich persönlich. Eller? Aber das funktioniert. Und sie injured mich. Und siein zu zweit und so. Und dann warm. Weil ich ** Unamourxi Edwardium québecke. Und dann Custom den Startdorf. Ich habe keine Kamera dabei. 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 Ich habe keine Kamera dabei dabei. Ich habe keine Kamera dabei dabei. Ich habe keine Kamera dabei. Ich habe keine Kamera dabei. Wir brauchen ein paar Notationen beim AOD im Norden. Ja, nein, da sind gerade schon welche von uns eingetroffen. Achso, okay, hab ich nicht gesehen, danke. Ich bin ganz ehrlich, unter Lenfiboy wäre das nicht passiert. Was? Was? Boah, na. Nee, dieser andere, dieser eine Rocker. Mila, da ist noch jemand bewusstes, helf mal. Da ist noch jemand bewusstes, da. Noch gut Musikgeschmack. Papa Charse, oder wie der heißt. Andrea hat mir gehauen, weil er dich gehauen hat, aber das hat er ja anscheinend gar nicht. Nee, der andere Typ, der Rocker-Typ, hat mich gehauen, aber ich hab dich mal... Im Namen Jesus! Jetzt beruhigen Sie sich mal, bitte. Ja, bitte, alle mit der Ruhe. Sonst haben Sie gleich gar keine Zähne mehr. Was geht ab? Ich hab noch zwei gute Zähne, das reicht doch. Ja, aber die wackeln ja nach der Schlägerei schon ein bisschen. Äh, Doktor, da drüben sind noch gleich. Die haben einen guten Zahnarzt im Bäcker. Ja, oh, ja. Ja, ich würde mal kurz darüber gehen. Ja, ja. Der Midlife-Crisis-Opa hat irgendwie Aggressionsprobleme. Wir haben auch einen Kühltpack, wir haben auch einen Kühltpack. Ried in die von mir? Klausche, Kühltpack gegen Slashy für dich und deine Erste, Kollegin. Slashy? Achso, die Beschreibung hat so gut auf mich gepasst. Achso, die Beschreibung hat so gut auf mich gepasst. Ach, bitteschön. Ich nehme das so an, ich stelle keine Anzeige. Ja. Ja. Ja, was? Ja, wer, was für eine Anzeige? Ja, Anzeige wegen Körperverletzung oder sowas. Das ist doch kein, das war nur eine kleine Rauferei. Ja. Ist so. Das ist unser Ziel. Anzeige. Ein Quatsch. Ja, weiß ich nicht. Ich bin rausgebracht. Gut, also von denen, die ich gefragt habe, möchte keine Anzeige gestatten. Darf ich mir. Gott sei Dank. Siehst du, Penze, seitdem du nicht mehr im PD bist, rasten einer aus hier. Dafür kriegst du dann auch mal eine. Warum? Weil du nicht für Recht und Ordnung sorgst, du Penner. Ja, okay, das gibt's eben. Bist du sauer auf mich? Wichtig schön mal reinlunzen bei dem. Bist du sauer auf mich? Bist du sauer auf mich, weil ich nicht mehr bei der Polizeiarbeit? Ach, die alles drunter und drüber läuft. Die haben sich hier gerade komplett zusammenschlagen. Wer? Na, der alter Pfolle, der Papa Chase oder so, dann der Jesus Rocker, Sandro und Roy und eigentlich alle, die stehen aus dem Kopf. Okay. Und warum bin ich jetzt hier? Na, weil ich nicht reden konnte. Ich muss Leute helfen. Ja, soll ich da jetzt reinkrätschen, oder wie? Ja, klar, du musst mal ein Machtwort hier sprechen. Aber auf mich hören die nett. Ja, doch. Leute, können ihr bitte aufhören und euch zu verboxen? Das ist wegen Sandro und Wade, weil die sind verheiratet. Und Sandro hat die Vormundschaft und der wollte ihn hier von seinem Job wegholen. Weil der Wade arbeitet hier. Ähm, okay. Irgendwie sowas. Ist ja krank. Was ist denn Milo? Steht da vorne. Der hat Bauchweh. Achso. Oh. Ich wusste jetzt auch nicht, dass es sowas gibt. Was hast du? Oh, ich hab's ganz schön abbekommen. Oh. Lass dich veratmen, schnell. Ja, schon gut. Autsch. Robert. Ich hab'n Kühlpack. Wirst du's haben? Wirst du angegriffen? Wade flüchtet. Ja, bitte. Ich hab' eins. Der ist die Faust, wenn wir Zeit der Wade halt auf. Da. Tu die Dachse an deinen Bauch. Vielleicht musst du furzen. Oh. Mila, weißt du, was gestern einer dachte? Was denn? Dass ich du bin. Ja. Weil ich die Kabutze oben hatte. Ich hab'n auf den Arsch gehauen. 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 Oh. So, der ist Kühlpack jetzt im Bauch. Ja, tu ich doch. Au. Was ist denn das für eine Kabel da vorne? So gut. Jetzt doch waven' mal. Hm. Ja. Swaven' hier. Kommen wir genau hoch. Beschäftig beim Kettern. Wo hoch? Achso. Na da zu rollen so. Könntest weißt, was die gemacht haben? Ach dann. Die bleiben immer die gleichen, ja. Ja. Kuscheln nur. Ja. Komm nix dahinter. Die haben die da Rampen hingestellt. Aber die kannte ich nicht, Mann. Vielleicht haben die neue Mitglieder. Oh Gott. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall nicht der John. Das ist nicht der John. Der John war für alte Präsi. Bei dem wollten wir in die Wend machen ganz frömer. Ich hab' auch seine Nummer. Das ist irgendwie anders. Keine Ahnung. War nicht da der R.O.D., der eine fette Villa hatte irgendwo? Ja. Weiß nicht. Oder er lost eine fette Partie hatte. Oh Gott. Nimm das Kühlpack jetzt. Ja hab' ich doch. Der Warmduscher. Naja. Das ist nur wenn man lost machen. Man lost mache ich auch jeden Tag. Ich hab' Zahn schmerzen. 5.000 Dollar Schulden. 5.000 Dollar Schulden. Dann musst du zum Zahnarzt. Loser. Ich hab's nicht gesehen. Hab' ich jetzt gehört. Meint nicht. Passt denn dazwischen? Ja. Probier's nicht aus. Probier's aus. Oh Gott. Ne. Passt nicht. Michal. Mann. Was denn? Halt doch schon. Okay. Ähm. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Hab' ich vergessen. Also haben die da Rampen hingestellt? Ach ja. Die haben da unten Rampen hingestellt. Drei Stück. Aber ich glaube da fehlt trotzdem noch irgendwie. Da fehlt irgendwie so dieses. Wir sind eigentlich wieder hinten. In der Mitte noch so wie so Rohre. Irgendwie sowas. Dass da so ein klein bisschen. Das muss nur bescheid sein. Aber sonst ist's gut. Ja. Da kam ja was eingemischt. Und dann. Na. Ich hab' die angerufen. Wenn ich hier reiche, reiche ich die. So schön. Leute doch. Seid ihr im Dienst? Mh. 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 Ja! Oh. Kann man was pflücken? Ja klar, aber reiß sie raus! Lassen sie alle die Pflanzen da! Das sind gute Tulpen! Ja, ich bin tatsächlich großer Tulpen-Fan, deswegen schaue ich mir die so gerne von der Nähe an. Der ist Pflanzenexperte-Typ. Ja klar. Der hat den grünen Fuß. Und die grüne Nase. Und die grüne Frisur. Mach mal kurz einen Long Jump auf die Palette da drüben. Sind Sie bereit? Ja. Oh Gott! Best in Peace! Ja, ja, ja. Kannst du mal weit springen! Kannst du dir sagen! Wow! Ich hab grad' in Kraft! Oh Gott, fängst du mich auf? Nein! Kurz Schmerztablette nehmen! Ich traue mich nicht! Sonst muss ich ausmachen, wenn die nicht mehr sind! Ich hab' in Angsthase! Komm, ich hab' dich! Nein! Mach' du! Mach' dann! Rüberspringen! Da kenn' ich mach' du! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab' da mal fernhalten! Warum? Fernhalten! Warum? Weil ich das sage? Ja und? Das interessiert mich doch nicht! Von den Pflanzen fernhalten! Ich möchte keinen Platzverweis aussprechen! Deswegen denn, sie haben gar keine Grundlage! Natürlich hab' ich ne Grundlage! Nur haben sie nicht! Das hier ist eine freie Wiese! Das hier ist von niemandem das Grundstück! Pencil darf der einfach so'n Dings Platzverweis ausschreiben! Nur wo man hier rumsteht! Vom Esti hab' ich keine Ahnung! Bitte einmal zurücktreten von den Pflanzen! Aber warum? Warum? Das sind doch Tulpen! Das hat er doch selber grad gesagt! Trotzdem! Wie wär's denn jedenfalls? Trotzdem! Boah, so klar! Geh aufs Feld, Junge! Die wollen wir ausschließen! Wir wollen nicht, dass wir hier noch mehr verletzen! Und den bringt's einfach nichts! Du kannst die einfach so vergessen, die Typen! Ich hab' dem doch gesagt, dass das Gras ist, Mann! Ich hab' dem doch gesagt, dass das Gras ist, Mann! Oh! Der eine hat grad' gemeint, das sind Tulpen! Ja, wahrscheinlich, um euch zu verarschen, Mann! Boah! Ich hab' gesagt, da steht ne riesengroße Grasplantage! Wenn man sollte wegtreten! Das ist ein Blödsinn! Schass erdacht, ne? Ja, entspann' dich! War das cool! Aber was willst du machen? Oh! Deswegen hab' ich gekündigt! Ja! Jetzt zeige ich aber warum! Aber die dürfen doch keinen Platzverweis da geben, Das ist ein öffentlicher Weezer! Ja, aber die denken können alles machen! Ihm gehört nicht alles! Ich hab' keine Ahnung, was er zu tun ist! Das gehört der Natur! Das ist ein Weezer! Tantro! Ein Beschluss! Oh, ich glaub' es geht zweite Runde! So tief hast du mir ans Herz geschült! Das ist wie ein Stech ins Herz! Weiß jetzt nicht, was da los ist! Weißt du an wen er mich erinnert? Der rechste Demantel? Und ich hab' gedacht! Kennst du den Film Matrix? An Neo, ne? Der ist der Wetter! Ja! Da wär' noch ne Kleinigkeit zwischen uns! Arschluck! Da ist noch was zwischen uns! Sag' mal! Der Welt hat uns grad' geschlagen, Pinsel! Warum? Weil du durchdrehst! Weil du durchdrehst! Wegen Mediziner auch noch! Ihr habt auf mich losgeprügelt! Das ist nicht wahr! Ich wollte dich aufeinander halten! Nein, ihr habt angefangen, Mann! Das ist eine Lüge! Also, ich hab' deine Fäust hier einschlagen, denn! Dann wolltest du nicht mehr aufstehen, Wade! Ich hab' dir nicht geprügelt! Ohohoho! Euer L-Präsident hat losgeprügelt! Wie als wäre er von der Tollwut besessen! Als würde er mal so richtig rauslunzen müssen! Als hätte ich da was angeschaut! Aber ich weiß nicht! Ihr habt auf mich geprügelt! Warum? Nee, überhaupt nicht! Also, der hat ja wohl zuerst geboxt! Ich muss jetzt mal sagen, erster war er! Roy! Warum? Ja, weil du irgendeiner von uns verprügelt hast! Du hast nicht außerdem niedergeprügelt, Wade! Einfach vollkommen mir die übelste Nachfenschelle gegeben! Alter, ich kauf' dir Roller, weil du eine Rollergegabe wolltest! Du willst ne Ziege? Man, jetzt haben wir da ne Ziege! Und dann noch das mit Sandro... Was geht überhaupt nicht? Du! Das ist von dir! Von hinten! Die reiische Schelle! Shame! Die reiische Schelle! Shame! 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 Schande! 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 Sofort! Das hab' ich schon gemacht! Das ist absolut ungewoll! Wir sind nämlich vernünftige Erwachsene! Ich will ja nicht pushen, ne? Ja! Aber ich muss halt nach Hause! Aber wir haben kein Autoratier! Pinsel doch, oder nicht? Ja, Pinsel! Pinsel! Wenn ich euch fahre, wenn der kurz Schlüssel gibt, dann fahr' ich dich? Ja! Hi! Wie sind wir mit Zorn? Pinsel, gibst du mir kurz Schlüssel? Ich verspreche heute! Ich verspreche heute! Ja! Okay, danke! Bis gleich! Bis gleich! Du hast dich gegen uns alle gewandt gegen die Doppel-Null, Jo! Du hast'n Schwur geleistet! Normalerweise könnten wir dich auch einfach umbringen! Ich komm gleich wieder! Welche Doppel-Null? Wann war denn das der Zimmer? Die Rückmeldung vom DOJ war der letzte ohnehin noch! Echt verrückt! Erstmal mal eine Schlägerei! Yeah! Aber bei dem einen Typen von dem Rocker-Club, der hat nur noch zwei Zähne! Hm! Egal! Aber heut' zu Hause, ne? Ja! Aber das war schon aufwägen gestern, oder? Das war kacke! Ja, es war ein bisschen laut, aber... Hey! Es war was Neues! Und jetzt können wir wirklich sagen, wir gehören zu den Obdachlosen! Denn wir waren auch Obdachlos! Ja, stimmt! Nur nicht da! Ragesch! Dankeschön für den Primester beim dritten Bruder! Das ist das Gefängnis! Ja, Pinsel! Ähm, hier! Kommst du dann zu dem Anwesen von euch? Hm, ja! Nehmen die dich mit? Ja, die holen mich hier mit! Okay, dann bis gleich! Bis dann! Okay, die fahren zum Anwesen! Mein Wagen verdieselt! Oh, die Kau ist super lang! Verdieselt! Hm! Hast du dich auch geprügelt? Ne, Kau! Hast du einen umgehauen? Weiß ich nicht! Voll Adrenalin hatte ich! Aber ich hab gesehen, dass du geboxt wurdest und dann hab ich Jod gesehen! Ja, Wod ist tot! Mhm! Ein hehles Durcheinander! Jo! Ja, stimmt! Gute Nacht! Bis nachher! Gute Nacht! Bis nachher! Ciao! Lass dich nicht boxen! Niemals! Bye-bye! Jungs! Der Track ist so gut, Alter. Grof, bei der Weg. ich sage ich noch ein video von da zu sagen dass die grove todes oder die letzte stunde finden ja stimmt alpha centauri in der stelle da gibt es auf jeden fall fast alle videos ich höre alles also fast alles ich höre nicht die mucke von der oma zum beispiel davon wieder weiter musik im stream hören ich habe das so geregelt das hat nicht in bio die auftaucht was hört die oma denn ja oma hau mal raus was hörst du denn so die zahnschwinzen gegen die welt ist gut das sind ja wirklich graffitis hier ist alles voll hier das stimmt viele haben noch nicht gesehen da vinci sein youtube account gibt es nicht mehr wir brauchen mal eine neue playlist da seid ihr schon unterwegs wir haben gerade zwischen halt gemacht aber wir fahren da jetzt hin wo seid ihr denn welcher highway wir sind am vorkhafen im zentrum warte warte mal party ist alles um zum anwesen da wo die wüste ist da wo die wüste ist das dich ich komm mal weiter hallo blitz steck und die wir das nochmal mit der grove näher die video sind weg da wünsche ich system account wird gehackt und alle videos und gelöscht und er hatte keine kraft hat wieder herstellen zu lassen und grob wird mit einem augen schrieb die benötigen was haben wir klingt gut was hast du empfiehnt ab ich würde mal schicken teriyaki oder philly cheesesteak ich dachte wir waren die grüe street warum sagt mir das keiner ja nein Ich hab sie weggerannt! Nein! Oh Gott! Habt ihr den Arsch offen oder was? Alles ok mit euch? Schicken Teriyaki Cheese! Ja! Cheesebrot! Oregano Banken! Ok! Und dann noch grünen Salat! Sweet Dings Chili Soße! Gurken Alter! Immer wichtig! Und rote Zwiebeln! Naja, La Penne ist nicht, Alter! Oh Gott! Habt ihr schon Bauschmerzen, wenn ich daran denke! Oh, guck mal, wie ihr das Smiley macht! Um die La Penne ist, Junge! Natürlich! Chalapenos! Hast du noch nicht gesehen? Frische Gurken! Eine Ahnung, seid kurz um Weihnachten rum! Was ist denn? Das ist die Alternative von Graves! Auf Herz willkommen, Cracky Nandepinsel! Ach so! Boah, mein Herz! Was? Das ist die Alternative für Graves! Ach, die haben wir gerade mal stehen! Ich war doch mal Politiker! Okay! Was denkst du, was da stehen sollte? Ja, genau! Alternative LS oder was? Nee, ich dachte AFK! Away from Gee, aber das macht ja keinen Sinn! Haben die Wade jetzt mitgenommen? Keine Ahnung! Was weiß ich! Das interessiert mich doch nicht mehr! Äh, ja, die Giraffe hat Kurt das gemacht, Mann! Jo! Jo! Und da ist ein Porträt von mir, Mann! Das konnte ich mir nicht! Knife! Was ist denn der Pesthal da oben? Kim? Wo? Da! Ich bin ja auch der Baron, Mann! Ja, wer bist du, du Penner? Keine falschen Bewegungen! Keine Kugel im Kopf! Wer ist denn das? Wer bist du? Wer ist das? Was? Alter, das ist Laser! Ach so! Haben wir Glück gehabt! Top-G, Batch! E-D-S, was abfu! Chicken ist einfach abgeknackt! Ey, Mann! Was machen wir mit Dr. Chicken? Was machen wir mit Billy? Chicken? Dr. Chicken? Nein, Mr. Chicken! Ja, aber ich habe noch keine Ahnung bekommen, du! Nein! Oh, Mann! Hängen die immer noch aus? Ich will nur das halbe Kilo Koks hab von dem haben, danach werfe ich ihn unter die Brücke, ist mir doch egal! Aber er meinte ja, sein Lager ist leer, ne? Echt? Ja, du hast gestern gesagt, sein Kumpel hat den Code auch und deshalb ist das Lager leer! Ach so! Denkt er! Ja, wo sind denn die anderen? Keine Ahnung! Die waren nur gerade hinter mir! Wer ist denn eigentlich Ingo und wer ist Gonzo? Äh, Gonzo, so heißt meine Waffe! Wer ist Ingo? Das Modell Gonzo! Ingo ist der Alex, ey! Aha! Ich nenne halt Ingo! Keine Ahnung, hab nix mit dem zu tun! Mhm! So ein Schwanz wie Johnny Black! Aber die Traube hinten ist ziemlich nice! Ja, Mann! Alles ist eigentlich ziemlich nice! Dass da hier überhaupt alles so ist, wie es ist, ist ziemlich nice! Renn! Renn weg! Ja Gott, zu uns, ne? Ja, ja! So! Was machen wir denn heute? Kommt noch, zunächst! Na, auf den Anruf warten, aber... Ja, was machen wir denn jetzt? So, ich muss noch deines hier... Wie ist die Nummer? 3, 2, 1? 1, 2, 3, glaube ich, oder? Keine Ahnung! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2... 1... 1, 2, 3... 3... 3... 2, 3... 1, 2, 1... 1, 2, 3... 2, 3, 2, 3... 7, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 19... Ist dieser blonde-haarige Typ da, Mann euer Boss? Oder Den Narmíamos... Oderchten... Oder Nami... Kannst du die mal auf? mal anrufen und sagen dass sie mich anrufen sollen danke ich gebe dir noch mal meine nummer oder hast du die ja diese börse hat auch wenn man gelde investieren können gleich zum damer verbrauch uns beraten lassen investieren du musst du musst uns einmal ums ganze haus man gott man das ist das zweite mal in meinem leben dass ich zahnschmerzen kriege alter ich weiß noch beim ersten mal habe ich glaube ich zwei wochen lang jeden tag schmerztabletten genommen und der erste zahnarzt meinte da ist nix keine ahnung woher aber der zweite hat mir wurzel gezogen da ist eine pinsel hin aber ich wollte nächsten monat eigentlich zum zahnarzt von daher passt das ganz gut weiß ich nicht ob der kitzel ist guck dir einmal das ganze haus an und dann kommen ich habe die ganzen grafitis mir an holen mega cool am meisten mag ich das hier vorne im flur ja ist auch mein top ding mann weißt du was die inspiration dafür war dass du mir mein schlüssel mehr gibt weil ich sonst keine sache wie das heißt das hat royal hat das halle 8 getauft halle 8 ich konnte manche leute konzentrieren mr t oder so ja das sind unsere kontaktmänner ja ich muss neue machen dann kannst du haben du sie immer alle schüsse von mir ja wir könnten zur börse gehen uns dann beraten lassen ja wo wir ein bisschen überzeugen und ich guck mal mein handy ich habe gehört es gibt neuen coin ich bin witz machen ich erst schon gemacht mit obdachlosen kohlen ja das stimmt ich muss nochmal aufgreifen oh ich bin MrBitcoin m***a MrBitcoin m***a ah das ist dein platterhaut äh ja Paul ein boah war der schnell weg mit dem telefon teleportation hier und so stimmt und wir können gleich mit dem pinsel sein mit dem band fahren ich habe mir überlegt wollen wir die kreuzstrecke zusammen testen ja die stehen dort oben am haus allerdings also wenn die kreuzstrecke ein bisschen höher gemacht werden dann ist die kreuzstrecke durch und fertig ja ich teste das gleich einfach und ansonsten müssen da nur noch ein paar rohre rein wo die crash autos stehen äh diese nervenheilanstalt und dann ist das endlich durch dann kann man das in angriff nehmen aber ich habe hier gerade ein ist am telefon mann äh da die müssen da weg es der bahn muss weg da wo er wohnt hättest du mit uns ja hier den telefonieren dann lass die kranken weg springen äh ja ok nami ich melde mich man wir machen das wir kümmern uns doch ja bitte oh ich kann das filmen wenn es so eine explosion kommt ja wohl lass die scheiß weg springen du musst dich entspannen ich weiß nicht was ich zu dem ganzen stuff hier sagen soll ist doch geil man warum ist doch nur neidisch du hast dich doch auch verewigt du stehst sogar auch einmal drauf hab ich gesehen ich stehe sogar zweimal drauf zweimal ja schön oder warum nicht dreimal aber jetzt irgendwann ich hab auch das herz gesehen kürtisch ja ne schön oder hättest du deine ganz frauen verewigt würdest du mir hier keine steine mehr sehen du kleiner Fickerichardu du fuckboy du du fuckboylaser wo stehe ich gut jetzt kommen wir alle mal wieder runter wer ist denn bist du denn also mal kurz eingeworfen Dein ist hier hat uns gebeten Esteban das passt uns doch ganz gut aus dem Grundstück zu vertreiben der muss da weg das ist nicht zu vermieten Esteban hat den hat die Penner gemacht es gibt zwei Optionen entweder gehen wir hin und und verdingst unser eigenes Material oder wir geben dem Gyni ein bisschen Geld in die Hand und der schleppt alles ab für uns und schmeißt das irgendwo in die Gebüsche dann lass mir den Zettel da von wegen Esteban verpiss dich hier sonst knallt's kannst du mal eine Info wer ist Esteban ach das Ding ist ein du ja der will mit mir reden auch können wir das irgendwie kombinieren man ja oder du machst das auf Business Art dann rufst du die Hand und sagst dann soll doch weg ja ich kann ihn ich kann ihn ja einmal anrufen ihm ihn einmal beten dann sagt er du hast mir gar nichts zu sagen äh ja und dann haben wir noch die Stalker Nummer Johnny richtig äh und ansonsten haben wir noch Code Word Billy das wissen wir nicht alle aber ähm ich hab doch ich hab doch theoretisch noch Leute wie die ja aber wir haben nur den Gyni vom Abschlepper er schleppt uns die Karne auch weg oh Esteban ist er ich komm mal an ich komm doch an diese Chipsätze wahrscheinlich nochmal ran äh äh ja du bist Pinsel oder? 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 das Pinsel und das Kenny ich bin Kenny ach so ja bist du auf unserem Grundstück also ich bin Kenny aber du stehst gar nicht im Haus weiß ich gar nicht darum bin ich gefragt ich hab mir gar nicht geguckt komm ich auf mich dann dann muss das schon los du lauf mal warum steht dein Name nirgends so Kenny? weißt du es ich hab noch nicht geguckt hast du geguckt? ja hab deinen Namen nicht gesehen nö ich steh auch nicht drauf vielleicht bist du die Gärfe das Schlangenhals hab ich gar nicht bin ich drauf du? bin ich drauf du stehst denn drauf und wer ist Reagon? das bleibt hallo was? wer ist denn Reagon? Regan der ist tot und Lonnie auch und Luis kenn ich nicht was? oh ich dachte das ist ein Kingsman ich weiß nicht wer nervous ist aber die sind tot ok warte mal das sind noch diese T-Shirts T-Shirts? T-Shirt T-Shirt was ist mit T-Shirt? ein T-Shirt ist ja doch Levis ach so Levis das ist Jeanshose was für ein T-Shirt was trägst du nur für Klamotten Bro? ich? Teufel Stimmt Crocs ne? Birkenstocks schön Münster schön Münster schön Münster dann hat er gesagt äh ist ja äh also ich hab ja rausgefunden aus dem Gespräch dass er Drogendealer ist ich will wissen was der verkauft Drogendealer ist ja das müssen wir herausfinden und dann ja hat jetzt keine Zeit bla bla ja verpisst er sich jetzt da oder nicht? Pfff keine Ahnung weiß ich nicht da hat er noch irgendwie gesagt bla ich will da einziehen oder so da hab ich gesagt ja du willst doch kein Ärger mit mir und dann hat er gesagt ja nee das hab ich nur gesagt man um herauszufinden wie du reagierst keine Ahnung komischer Typ ja aber bekommen wir nicht Geld von deiner Steve wenn wir den jetzt weg schicken? was hat der Typ doch gesagt? dass wir dafür bezahlt werden ja also Alonami ich hab jetzt mit ihm telefoniert und er hat gesagt er hat da nur geschlafen man äh wenn die Autos dann nachher oder wieder das äh so blockiert ist oder wie auch immer dann sag mir Bescheid dann gehen wir in den nächsten Gang er hat gesagt er hat nur da geschlafen man ich hab keine Ahnung ey wir sind noch kurz beim Lost das kostet eine Anzeige zurück das ist so ein kleiner Drogendealer ja mehr ja 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 wir haben das ganz klar und deutlich gemacht man auf Roy hab ich gemeint wenn er da nicht weg ist kriegt er Ärger wenn die Autos da immer noch stehen dann sagt mir einfach Bescheid Kostner Dank für Luis am 25. ich ging gar nicht vorgelesen ich bin verriert okay die gehen fahren zum Lust ne Ansage drücken meinte Kim ja warum warten die nicht auf uns ja let's go scheiße alter ruf die an man die sollen halt was soll denn der shit komm du musst fahren ähm ja du bist nicht kriminell ich weiß Alter anhalten wir sind doch warum sag sie nicht bescheiden du musst zum Mann werden Pinsel du musst den Finger runter nehmen gehört ich ja nö hat er eben schon mitgebracht ja dann sag mir doch trotzdem wo seid ihr jetzt Hinten links Idiot Anfänger ja okay dann warten wir im Friseur wir kommen hör das kann ich achso was kannst du ich komm einfach nach ich rufe dich gleich wieder an ach was komm doch einfach mit Pinsel Pinsel atme doch mal durch die Hose er ist noch ein bisschen verstört man er ist noch verstört so mit uns wir gehen gleich auf deine Strecke testen ich geh mir einen Tee kochen nee als ja wie ja beruhig dich ich geh mir einen Tee kochen wo wohnst du achso irgendwo überall ich geh mir einen Tee kochen ich geh mir einen Tee kochen ja ist das nächstes ein heißes Kakao oder was jetzt jetzt gehen die fahren die Leute einfach schon weg ohne Bescheid zu sagen bei so einer Aktion ja wir zahlen dass wir Kim auf Schnauze hauen halbes Sandro ecklich was ist der Einfluss vom Laser ja gut ansonsten müssen wir warten und haben gerade nichts zu tun das ist immer tödlich was für Blödsinn machen wir heute ja Börse man Börse achso ja stimmt aber ja was warum muss der Chick manchen ja kann man Kenny vertrauen ja ist er vertrauenswürdig Kenny ja klar sagwalla becker sagwalla becker sagwalla becker sagwalla becker ja Kenny ja wir nehmen ihn auf ja ja was haben wir dir überfallen ja ne irgendeinen werden wir weiter überfallen wir müssen die Baronschaft wieder ein bisschen mehr den vorderl ja Leute haben keinen Respekt mehr wir müssen auf die Kacke hauen wo ist ein Mila schlafen der musste immer früh schlafen und ich hab das Gefühl gehört das hat irgendwie so ein ach ich hab das Pinselmann hat das ist verstört wenn er mit uns unterwegs ist ah danke ja was geht ab das ist eine gute Barbe aber dafür habe ich was ganz anderes mein Gott der ist schon wieder am flirten reicht das denn nicht das ist schon 30 Nummer nur Juna arbeitete hier lass Juna in Ruhe wie welcher Juna ist das mit welcher Zahl wer ist Juna ähm ich hast du ne Zahl oder bist du die erste Juna was mein Freund kann gut küssen mein Freund kennst du ja kennst du nicht schon wieder immer das gleiche mit dir wie ich dachte Juna ist mit Laser zusammen was heißt immer das gleiche mit dir was du musst du bei deine du musst du bei deine Libido hier wirklich unter Kontrolle bringen Laser hat gesagt er ist mit Juna zusammen warte was soll ich in die Haare machen ja das kennen wir jetzt mit welcher Juna ja gerne dann gehen wir einfach mal da hinten rüber und lassen die Männer hier stehen ja Juna jetzt würde ich aber ganz schön aber mein Mann hier warte warte die erste ja gut also so wirklich wundert tut er mich das nicht wirklich wie das dir die fremden gilt ja also wenn du die Libido von dieser Frau kennen würdest ne jeder Abend irgendwie hatte die andere an dem Telefon ja aber das ist doch deine Frau und sie davon ist Laser ich habe gerade auch mit wie heißt du nochmal oder bist Leidisch oder was wie heißt du nochmal ähm Kim ich habe gerade auch mit der Kim rumgemacht auf der Toilette also ist alles gut ist offene Beziehung okay ja ja ich habe nichts dagegen 20,23 ist 23 oder Moment ich muss kurz gucke ist 23 mir ist wie der Charakter ist wichtig und ich äh ja ja genau denke ich auch wobei bei Juna ist es schon das Aufsehen also ich sage euch ganz ehrlich da sollst du deine Frisur machen Kim nicht mal den coolen nachmachen okay ich war ich bin maximal verwirrt gerade ich auch das ist okay passiert öfter und du arbeitest auch hier? ne ich arbeite bei Bennys achso habe gerade nur Juna hergefahren wie ist das jetzt deine Schwester? Freundin? ich bin verwirrt ja wir müssen gleich zur nächste Wahl Lebensabschnitt zur Vaterin müssen wir also Ex ne ist das schon noch aktuell aber es ist halt offene Beziehung ach offene Beziehung okay was für ein Hai? ich weiß es nicht also Hai wo wo ist ein kleiner Mini Hai? ne ist ein Hai also Hai ist das Japanisch oder? ist das für Bestätigung Hai achso achso aber ist Hai nicht sowas wie Hallo? ja Konnichiwa ja Hai oder was ist ein Alligator? Alligator ist ein Krokodil Alligator? ist das immer noch Krokodil? ne das ist doch ist das Chinesisch? Panisch? das ist Japanisch man hast keine Ahnung ich kenne Gaijin und Bobaki wichtig ist doch o mai o mai o mai o mai o mai o mai ich sehe schon du sprichst auch flüssig die Sprache die Sprache ja besser ne das ist so gut auch witz ganz witzig hier so oh god ich muss los ich muss los lass mal ganz schnell hier abhauen also wenn man ein bisschen macht aber dann komplett übertreibt was denn? der Typ hat da grad Uvo gesagt aber so richtig komisch so richtig so richtig ganz komisch ne der der Hai der Hai im Typ da ja wir sind auch so ne halbe Uvo Gang übrigens wie? ich mag Animes das weißt du noch nicht ich mag ich mag Dragon Ball ja wir müssen jetzt kurz beim Lost die Ansage droppen und dann müssen wir zur erste Bahn kai und ich hab Black Lagoon geguckt und sie sind das erste und wir sind Neger Attack und Titel also ich guck immer mit Untertiteln da hast du mehr Feeling ja aber da musst du gern verlesen und kriegst du nix mehr ja du kriegst ja wahrscheinlich das mit den Fakern an und so ja aber du kannst doch rein du kannst doch rein diese Menschen sind nicht normal die sich sowas reinziehen ey auch hallo kein Kingsham hier voll alter du stehst auch auf perverse Sachen aber voll ja haarege königliche Hobbit Fusser ich mag keine Füße ist das Kim? Kim? okay man das ist nicht Kim oder? das könnte sein das ist der Holzfäller Joe der geht jetzt arbeiten der Italiener bestimmt er geht bestimmt das Bäume pflücken oh die Tuna kommen scheiß jetzt kriegen bestimmt das Maul da ist Kim ja da kommen sie was ist denn das für ne Farbe? ja pink! nein rot ja lichtschweinrot ja rote Spitzen und so ja neidisch ne? nein danke ich nicht nein da gehen wir mal Chris du hast nur für den perversen Balken das ist das das war nicht schnauke aber warum habt ihr mir gerade uns nicht bescheid gesagt worden dass er den Fahrrad so aber warum nehmt ihr uns nicht mit? die frage ist also ihr geht da jetzt hin ich würde ich würde euch begleiten und danach muss müssen muss ich zuerst aber nur da wir wenn ihr bock habt ich mach dich platz macht dann wieder drin so lang ja du weißt doch er ist bestimmt wieder am zeitchecks klären ne ist aber in ewig keinem wundern ja doch klatsche was brauchen sie so lange kurz ein gillett drüber zack zack hast du das haare kürzer gemacht wirst du das haare kürzer gemacht so wo du fackers preach ja drüben ist der typ mit denen wo er eben geredet hat mit den aktien kram da gehen wir später hin ja das wollen wir noch haben wichtige termine geld investen man müssen es mal wieder was können ja ein paar aktien wir haben wieder irgendwie ein auto ok was für ein auto willst du soll ich jetzt kaufen ich bin wunschlos ich hab alles du hättest gern motorrad ich hab mir zwar eins bestellt aber das kann ich hab mir noch nie mein problem ja ich hab mir der panna hast du dein bein noch ich hab mich fett dich itami du rufst nicht zurück fett du dich fett du dich fett du dich was geht da ich will den sorgschuh wieder lackieren lassen wieder lackieren hast du nur angerufen meine bar ich rufe die letzten tage schon zu jemandem tag an aber du bist wieder zu beschäftigt dann bist du wieder mit roxy zusammen ne ich bin ja mit roxy zusammen ich bin ja mit roxy zusammen aber kein scheiß Curtis soll ich dir eine info geben das ist so ekelhaft gib eine info das ist wirklich also oh komm mal mit aber was denn mit heim rufe doch beide coolere japaner an also roxy ist eine verlobte mit wem mit ihrem freund er hat neun scheiße guck mal auf ihn hat auf ihrem profil oh Gott hat die dich bei allen Bildern durchgestrichen oh Bilder mit mir gibt es gar nicht mehr ach du schau karm ach diesmal mit dem kopf zusammen ja und das denn oh keine ahnung ist auch noch door sehr unangenehmer door oh der fühlt sich aber auch ne ja ja der verbringt auch viel zeit vor der kamera Guck mal, guck mal genau, da sind Wasserzeichen drauf. Ah, ja, Kendrick? Was für ein Schwanz? Ah, warte, soll ich denn so kurz was Schino Custom kastet? Das ist ja mit dem Scheißdach, ja. Ne, meine Ahnung, Custom haben wir nicht. Wir haben Faction Custom, Faction Donk, Moombeam Custom, Primo Custom, Slammen Custom, Voodoo. Ah doch, Voodoo. Äh, 32. Viel Spaß macht Sparen. Arbeitest du nachher neu, Tami? Ja. Komm gleich da vorne. Gut. Kim, komm. Wie lange braucht denn der? Der macht Side-Chicks, klar, scheiß auf den. Ja, aber der wollte doch eine Ansage machen, den nur nicht. Wollt ihr noch mit, der wollte nicht mit dem anderen Wagen noch fahren? Was ist mit Kenny? Ja, andere Wagen noch. Ich hab keinen Schlüssel dafür. Crispy fährt. Ach, da kommt er doch. Warum wollt ihr da hin, Crispy? Was? Warum wollt ihr da hin? Können wir da eine Ansage drücken? Die Schulden ihn 5.000 Euro. Boah, das ist ein Eintuch schon wieder. Wann, du bist jetzt jeden Tag? Ich hab noch ein bisschen Zartenschmerzen. Ich hoffe, dass die gleich weggehen. Ach, ich weiß nicht, Jacke. Richtig, Alter. Misty? Ja. Hallo? Ja. Ach so. Ja, wir müssen tanken, Mann. Äh, ja, beim Lost ist ja eine Tankstelle. Das schaffen wir noch. Wie geht's dir heute, Crispy? No, ein bisschen verstimmt. Ich hab gestern Chili gegessen. Ich glaub, das bekommt er nicht so. Oh, scheiße. Ich meinte, das wär frisch, aber ich glaub, das war nicht frisch. Quichentchen. Schuss haben. Das ist kein Quichentchen. Was ist das? Das sag ich dir nicht. Willst du dran riechen? Jetzt werd ich es wissen. Scheiße, Swiss TV, wie lange schon für den Prime Star im 39. Ich hab jetzt erst. Tschui. So, da bin ich wieder, hä? Nicht erwartet, oder? Was denn euer? Euer Lord. Hm? Ja, telefoniert, dann mach gleich das mal mit dem Telefonat. Kann nicht sein. Ja, bist du da? So, Kollege Schnürschuh. Ach, Alter. Ja, und sonst so? Ja, wir dürfen nicht reden, wenn Kim Boss, äh, Boss Kim was zu regeln hat. Ja. Außer, außer der rothaarige, der hat die Erlaubnis zu reden von Kim, dem Boss. Ist immer seine Quietsche hinter dabei? Oh Gott, kann einer mal reden, man? Das ist echt parat. Ja, ist halt wirklich... Ja, Mann, ich bin voll schüchtern. Ich mal, ich bin schüchtern. Mit Frauen, aber nicht mit Bestien. Wenn, wenn, wenn sie eine Frau hat. Entschuldigung. Hast du das so gesagt? Nicht verstanden, Distanz. Ich weiß noch nicht mehr, warum wir hier sind. Unterwegs, immer die gleiche Ausreden bei euch. Wir sind nicht hier. Wir haben was zu tun. Und dies und das. Gefällt mir nicht so richtig. Erschuldigung, wir verfickten nochmal fünf verfickte Riesen. Mein Freundchen. Fünf Stück, Mann. Ja, richtig. Fünf Riesen. Und weißt du was? Ja? Alter, das ist der Superstar mit dem... Wenn du irgendwann deine Kette wegnehmen und dann... ...wähl ich dir damit, dich durch den Dreck ziehen mit. Weißt du? Hey, Mann, ich musste in der letzten Schule dir die ganze... ...dass du mit dem Mund aussaugen, dass du da reingemacht hast. Das gefällt mir nicht. Ich hab' Lust, ihm seine fünf Riesen wiederzunehmen. Du bist hässlich. Weißt du was? Ein schönes Auto wäre schade, wenn er in eine Delle reinkommen würde, oder? Der Müller hat doch nichts dafür, dass er das hässlich ist. Was denn? Hm? Was müssen wir das Geld oder eine Delle rein? Eine Delle? Eine verfickte Delle. Ein Fußabdruck von meinem Fuß. Ein Fußabdruck von deinem Fuß? Ja, richtig. Ein 5.000 Dollar Fußabdruck. Oh, Mann. 5.000 Dollar. Warte. Ähm. Ich bin geschockt. Du nimmst mich nicht ernst, ich verstehe. Ja, vertreib nicht. Oh, Mann. Und du, mein Freund, hä? Ich mag dich nicht. Was willst du? Ja, ich mag dich auch nicht. Hau in die Fresse, dem Elvis, komm. Sag niemanden. Er schlägt dich selber so hässlich, wie er ist. Wirklich? Ich hätte es noch reden können, das wäre richtig cool. Weißt du, ich werde eines Tages das Messer wegnehmen und dich damit abstechen. Ja, Boss, Mann, Boss. Ja, das willst du sehen? Ja, das würde ich gerne sehen. Ja, du hast da was. Du hast da einen Fleck, guck mal da. Du hast da einen Fleck. Was? Reingeguckt, Idiot. Du meinst, du bist mit einem Wasser gewaschen. Ich nehm. Weißt du was? Was denn? Ihr seid alle wie... Wie... Kneipp-Marie. Kneipp-Marie. Ja. Sie wie eine leere Flasche. Und hier. Was? Ihr seid wie Flasche. Was ist du hier? Ihr seid alle Flaschen. Solltest das peinlich. Sag mal, hast du das nicht neulich schon mal gesagt? Oder diesen Trick da abgezogen? Okay, Leute, was genau machen wir hier und was soll das? Scheiße, ich mach den Anrufen. Erst verstecken, so bist du. Leute, Delta, Delta verteilt euch. In die Autos. So, ihr Kleinen. Mann, hä? Sehr höher, Scheiß-Prospekt. Natürlich bin ich Körner. Kommen Sie ruhig, sei es in Ordnung. Das ist eine verdammte fünf Riesen. Ja, für was denn? Das ist der Du, weißt du was? Was fickt das denn Du? Hä? Das war ein Geschenk, hast du mir gesagt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Willst du, ja? Jetzt auf einmal überlegt dich anders. Jetzt? Okay. Was wollt ihr hier? Ich weiß es nicht. Das ist dein Bike hier? Ich bin einfach mitgefahren. Das ist dein Bike hier? Ist das dein Bike? Alles was ärgerlich ist, wenn man den Filter abschraubt. Ey, Leute! Leute! Leute, diese Frau hat mir damals meine Ringe abgezogen. Mit irgendeinem Typen. Aber sie und ihr und niemand anderer. Roy, du weißt genau, welche Ringe ich mein. Hä? Hey, Biller! Ja? Ja? Ich mach' den Luftfilter von meinem Bike auf. Ich tue das, was ich möchte. Du schickst mir mal fickte fünf Riesen. Komm' jetzt nicht an mit irgendwelche Rechnungen. Oh mein Scholl, ich kündige das mal. Ah, dann noch schickte fünf Riesen. Ich präsentiere uns unsere Bowlingkugel. Ja, richtig. Wartig fertig, Mann. Ich stopp' dich. Oh, ich spitz in dem... Achtung, der erste Weg. Oh Gott! Oh Gott! Oh, was war denn das für ein Move? Oh Gott. Oh Gott. Na ja, ein Strike war das jetzt nicht, ne? Wir haben sich ein Ten-Split, würd' ich sagen. Okay, sorry. Das ist kein Ballkampf überraschend, Alter. Ihr warmen Duscher. Wir treiben uns. Man sieht sich, ja? Wir können uns wenigstens die Rechnung leisten. Kräuter-Sauna-Boy, Mann. Kräuter-Sauna-Boy. Nenn du mal richtig schreien, mein Freundchen. Wir können uns wenigstens die Rechnung fürs warme Wasser leisten, du Pisser. Ja? Ja, du mal nachts nicht looten, Mann. Da bin ich die Rocker, höre ich nur. Oh, der hört sich grad an. Wisst ihr was, der EUD ist viel cooler als ihr. Wo ist das Engine? Wo ist das Engine? Wo ist das Engine? Der hört sich an ohne Kopf in der Gruppe. Also, ich hab schon einen Kopf, ne? Auf die Schulter, ne? Ja, ganz entspannt, würd' ich mal sagen. Ohne Kopf? Was meint der? Ich weiß nicht, was er meint. AOD for life! Na, Mann. Na, warte mal, ihr habt ja euren Kollegen den vergessen. Stopp mal. Euer Kollege den. Warte, wir haben ihn vergessen. Ach, den könnt ihr haben, das Laser. Ah, perfekt. Dann, ja, dann knebel ich ihn jetzt. Was? Kannst du hol ihn her? Ja, voll in Ordnung. Achtung. Ah! Voll das. Habt ihr mich vergessen? Steck ein. Nein, Mann, wir haben voll auf dich gewartet. Ich geh mal im Tanken, yo. Du hast eigentlich uns vergessen, aber ja. Ey, Leute, kaum habe ich die Frisur wieder laufen oder reden, die alle mit mir, wie, wie deren Recht ist. Die war vollkommen, die war richtig dominant zu mir. Das magst du doch. Nein, die hat meine Ringe damals geklaut, die war mir so wichtig. Nee, meine Pimmelkette. Dann bist du ja quasi jetzt mit der verheiratet. Nein, nicht das und dann irgendwelche anderen Boys und dann haben die mich umgestylt. Das ist bestimmt schon einige Monate her. Boah, das ist ein Gäser, da musst du draufboxen, du musst deinen Rezept wiederholen. Ich muss das wirklich machen. Ich verlange ein Äquivalent zu meinem verlorenen Gut und anschließend versuche ich ja noch irgendwie... Ich bin für den Drive-By. Warte, beide. Jo, kurze Frage, Mann, wir treffen uns jetzt, also ich treffe mich jetzt mit Esteban. Wer will dabei sein? Ich komme mit. Jo, ich auch. Wie, was, stehen wir da im Kreis? Wir sitzen, Mann. Ey, ey, ihr müsst nicht dabei sein, das ist nur ein Angebot, ihr wisst noch, wie das läuft. Ich, äh, könnt ihr mich einfach am Marktplatz absetzen? Oder wenn ihr dann vorbeiläuft? Kavala? Ey, Stadtpark. Wo ist dein Bugatti? Das werde ich nie los. Wo ist dein Bugatti? Kannst du mich noch vorfahren? Gar nicht. Ein Bugatti, den habe ich eingetauscht. Der war nur ausgeliehen. In zehn Autos. Die... Schwöre ich dir. Also, ich habe zehn Animi-Mega-Hentertitten-Autos. Was? Ist das Wala? Ja? Okay. Hast du doch das Motorrad, wo wir mal da waren? Nein, wir... Ich bin das Motorrad. Ich bin das Motorrad. Es gibt kein Motorrad. Jetzt halt die backen. Ich bin das Motorrad. Wir gucken mal, wer was fährt. Auf jeden Fall habe ich eine Menge Autos bekommen. Was mit dem Motorrad? Und da sind alles Anime-Mega-Hentai-Titten-Girls drauf. Die machen da so eine kleine Uru-Racing-Szene, wenn ihr wollt. Sag mal Uru. Uru. Nein, so richtig. Nein. Sag. Nein. Los. Dann bist du auch kein echter Anime-Fan. Mach vor und ich mach nach. Ich kann das nicht. Uru. Ja. Er ist echter Anime-Fan. Sie sind das Essen und wir sind egal. Ich mach das ja gar nicht. Ich mach das ja gar nicht. Wir sollten den da irgendwo rauslassen. Nur Laser kommt jetzt bald. Hat sich erledigt, würde ich sagen. Das sind wichtige Geschäfte, meine. Ja. Was für Autos fährst du jetzt? Ich habe zähl verschiedene Uru-Autos, aber noch andere Sachen. Also eigentlich alles, was hier auch auf dem Grundstück steht. Oder ich hab noch irgendwelche anderen Karren wie einen Karren, Sultan Classic, ETC. Ja, weil Classic ist das. Schau mal hier, das ist meiner. Porsche. Ehrlich? Karo, bist du Schlüssel? Nee. Ich hab auch nur einen Cinco Miller. Ja. Lass Mila da mal drauf? Immer. Also in der Sitze? Daran rieche ich mal. Du kannst daran riechen. Gassgold, Mila. Achso, ich dachte mal, ist dein Finger. Nee, soll ich dich noch wegbringen? Äh, spielzeug. Wohin denn? Achso. Nee, ich komm schon alleine. Ich muss dringend pinkeln. Äh, ich auch. Ich muss auch noch mal pinkeln, bevor ich jetzt sprechen. Ich muss unbedingt pinkeln, bevor wir losziehen. Äh, ja, ja, ja. Ich geh noch pinkeln. Hüa! Pinkel hier einfach hin. Schalt, ich bin sofort wieder da. Ich muss auch einfach die Toilette nehmen, anstatt ich mal draußen hin zu pissen. Ich muss auch einfach die Toilette nehmen, anstatt ich mal draußen hin zu pissen. Und da ist da, ich愿 andere. So. So. Kokain, 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 Kokain. Ja, ja, was geht, was geht. Ja, richtig. Ich kenne das ganz gut. Ich kann dir ein billiges Bier anbieten, Sir. Es ist warm, wollte ich den Los geben, aber der Los war einfach nicht. Grüße. Hallo. Wie geht's dir? Hallo, Roy. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ganz gut, Mann. Gesehen ja auch. Unsere neue Deko. Ja, ich bin beeindruckt hier von diesem... ...Afg-Ding da. Ja, die Alternative für Grape Seat. Wie gesagt, ich war mal Abgeordneter. Ja. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, gut. Bueno. Dein Auftrag. Warte mal. Warte mal. Kenny hol mal ein paar Klappstühle raus. Kenny sich hier. Ja. Ach, dann hole ich dir. Ja, muss doch mal in den Arsch bewegen, so ist das. Manchmal muss man das selber machen, damit man nicht vergisst, wo man herkommt. Ja, richtig. Besser ist das... Ja, das... Gute Einstellung. Ja, richtig. Deswegen... Ah. Ich... Kenny, du hast einen Einsatz verpasst, ey. Was? Ja, richtig kenn ich, man schämt dich, jetzt kenn ich. Ah, kenn ich glaube, ich muss nicht plattauten kommen. So, nimmt sich mal jeder hier einer, zack, zack, da. Eh, gracias. Ist auch auf Dauer immer anstrengend, nach da hinten zu laufen. Äh, dass du nicht. Obwohl da hinten, äh, das ganze Haus ist ja vollgekriegst, da gibt's schöne Motive. Also ich bin immer noch begeistert von dem Porträt von dir da vorne. Ja, manchmal kickt der Größenmann dann doch rein. Sonst willst du dich nicht erzählen. Äh, nein, nein. Nein, nein, ich stehe lieber. Alles gut. Gut, Herr Roy. Was verschafft mir die Erde, dass du mein Auto zufälligerweise irgendwo stehen siehst, da Biko? Ich mag's kaum glauben. Das war kein Zufall, Mann. Ich hab gelacht, als ich den Namen herausgefunden hab, wem das Auto gehört. Äh... Weil alle... Also, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen oder so, aber es gibt nur einen Weg zu Esteban. Gätschleiß beiseite, man. Da war nicht gut. Äh... Äh... dann weitergeleitet. Dann kam halt Esteban raus und dann... ... hab ich da angerufen und hab gesagt, jo, ich kenn den, ich klär das. Äh... Ja. Vermittler, Mann. Ich hab nur Vermittler gespielt in dem Fall. Verdammt. Moment. Was? Was? Hast du mir ja den gezinkten Stuhl gegeben? Meine Gastfreundlichkeit. Entschuldigung, die sind doch vom Vormieter. Äh... Eigentlich war's geplant, dass du hinfährst und was bricht. Äh... Bisschen und fegel geschlagen. Dann müssen wir die alten Brücher Art und Weise machen. Schon die Schaufel, oder? Ne, noch nicht. Äh... Ja, genau. Das war jetzt einfach nur das. Dann hast du irgendwie gesagt, äh... Was verkaufst du denn eigentlich? Ich verkauf gar nix. Quatsch mich nicht voll, Mann. Ne, ich verkauf gar nix. Also mein Auto steht nicht zum Verkauf. Wir haben gerade von Drogen gesprochen. Nein, nein. Was hast du im Angebot? Ich kaufe und ich bin Exporteur sozusagen, Mann. Äh... Wir haben gerade aber von dem Haus gesprochen, Amigo. Nicht von Drogen. Ja, das ist ja egal. Das, wie gesagt, man... Also das steht nicht zum Verkauf, Mann. Du kannst ja nicht wohnen, jo. Das ist meine Message. Ja, aber wer... Von wem kommt die Message? Ja, von dem hat die Bude geharrt. Alles. Also soweit ich weiß... Soweit ich weiß, gehört dir niemanden. Hm. Ja, doch. Deine ist die Mann. Und irgendwelchen Ärzten oder sowas. Morgen ist da irgendeine Tagung. Keine Ahnung. Wenn das nicht zum Verkauf steht, gehört das diesen Weihtypen. Wofür deines... Genau. Ja, genau. Oder Kim Miller, eins von beiden. Halt die Schnauze jetzt, Kim. Wie gesagt, Mann. Ich glaub dir das nur gesagt. Was du jetzt daraus machst, ist egal. Das ist deine Sache. Äh... Ja, und dann hast du irgendwas von wegen... Drogenverkäufer hatten wir, Drogendealer. Was verkaufst du, Mann? Was bietest du eigentlich an, Mann? Weil irgendwoher musst du ja so viel Geld haben, um Sandro zu bezahlen. Ja, das hat ja super gut geklappt, amigo. Ja, du bist auch... Keine Ahnung, du bist zu Sandro gegangen. Sandro ist... Also der... Der macht immer sowas. Ich bin der Vernünftigere von uns beiden. Der Vertrauenswürdige meinst du damit? Ja. Seh natürlich. Ey, ja, doch. Sag ich dir. Wir wohnen hier, der wohnt auf der anderen Seite. Wir kennen uns von früher. Aber trotzdem hat jeder seine Geschäftszweige. Ab und zu, Mann. Da macht man halt was zusammen. Und als ich gehört, dass Esther war, habe ich gedacht, da bin ich doch dabei. Mit deinem Lachen im Gesicht, richtig? Ja, natürlich. Ich wollte gucken, wie du guckst. Ich beobachte gerne. Aber das Ding ist... Vorher habe ich da schon Leute hinfahren sehen. Also ich habe schon mit sowas gerechnet, amigo. Da haben sie sich ein, zwei kleine Fehler gemacht. Aber was soll ich dir sagen? Ich laufe nicht davon. Ja. Na gut, Mann. Jetzt kommen wir noch mal zu dem scheiß Drogengeschäft zurück. Was verkaufst du? Ja, vielleicht willst du mir sagen, wer dein Auftraggeber ist. Dein ist die, Mann. Ich habe gerade gesagt. Dein ist die. Dein ist die. Dein ist die schickt dich zu mir, um zu sagen, das Haus ist nicht super. Nein, nein, nein. Also das ist jetzt nicht so ein Auftrag oder die schicken mich da hin. Das hat sich so ergeben, weil wir wohnen hier, Mann. Äh, ich habe das denen gezeigt, dass er das Bude gemacht hat. Und dann kam, da kam das einfach nur zum Gespräch und ich habe gesagt, ich kümmere mich drumherum. Alles Bots. Mehr ist das nicht. Das ist ja nichts Schlimmes oder sonstiges. Das kam einfach bei einem Gespräch raus. Und wie das eben bei uns am Telefon herauskam mit den ganzen Drogen. Also erzähl, was verkaufst du? Ich verkaufe gar nichts. Woher denkst du, dass ich irgendwelche Sachen habe? Ich habe nichts, was ich verkaufen kann, weil ich nichts habe. Das hast du gerade am Telefon gesagt, Mann. Wie machst du dein Geld, Esteban? Ich mache mein Geld, wie ich mein Geld mache, Amigo. Ich frage dich doch auch nicht, wie du dein Geld machst. Mach nicht einen auf geheim Geheim. Nein, ich mache nicht auf geheim Geheim. Das bringt dich nicht weiter, ihr. Oh, Luki lebt auch noch. Ich biete dir gerade meine Freundschaft an. Wir können auch Freunde sein, ohne dass wir Dinge übereinander wissen, Amigo. Weißt du, ich habe eins gelernt, Amigo. Ich vertraue hier niemandem in der Stadt. Das ist schon mal das Erste. Und das ist mir auch egal, wer da zu mir kommt, Amigo. Ja, aber das hast du selbst dir zuzuschreiben, Mann. Ja, aber weißt du, es ist vielleicht auch mal an der Zeit, dass jemand kommt, der nicht nach der Pfeife andere Leute tanzt. Verstehst du? Hey, ist vollkommen in Ordnung. Und das habe ich dir gesagt, deshalb mag ich dich. Weil du deine Eier auf den Tisch klopst. Ich habe dir doch letztens was angeboten, wenn du dich erinnerst. Nein, Mann. Bei der Polizei, als du deine Lampen verkauft hast. Ach so, mit den Ballers. Die Jungs, das ist alles cool, Mann. Alles cool. Das mit den Ballers interessiert mich nicht mehr. Ja, besser so. Ich will mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Aber ich habe dir da was angeboten. Als Zahlungsmittel. Und was war das nochmal? Das ist Corinne. Mhm. Aber da meintest du ja, du hast jemanden, der dir das besorgt. Ja, aber ich bin gierig manchmal. Und je nachdem, für wie viel du mir das verkaufst, kaufe ich dir gerne ab, Mann. Kann ja auch andere Sachen anbieten, zu super Top-Preisen. Was? Das wird Opium, Mann, für 50 Dollar das Gramm. Ach, shit. Opium? Ja. Na, die Scheiße bringt dich ins Grab. Nein, Mann. Davon machst du einen geilen Trip, Mann. Wir haben hier eine eigene Opiumhöhle. Und so mehrere Zimmer haben wir die Wand eingebrochen, Mann. Da sind überall Beten. Ja, geil, Alter. Ich liebe es. Also, wie gesagt, ähm, was wärst du denn bereit für das Kunde zu zahlen? 25 Dollar pro Flasche. Ich freue mich, bitte dich. Ich freue mich. Ja, dann sag mir einen anderen Preis. Pro Stück? Ja, klar. Also, ich habe meine Zahl im Kopf, Amigo. Aber du bist da viel zu weit entfernt, dass wir uns nur anbieten. Ja, dann sagst du doch einfach. Boah, dann sag ich dir 1.500, das Stück. Viel zu viel. Also, wenn du lebend hier vom Hof runter willst, dann werd ich... Also, ich bitte... Was? Sag mal, du setzt zu niedrig an und ich setz vielleicht zu hoch an, wenn du verstehst, wie es läuft. 1.500. Ich mag erst mal. Soll noch mal einer sagen, ich soll größenwahnsinnig sein. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Wegen der Waffen, ne? Warte, Mann. Wenn das ja so 1.000 kostet, dann bin ich ja fast Millionär. Alter. Ich verkaufe dir die Flasche für 1.000. Ja, siehst du? Siehst du? Deswegen, deswegen habe ich dir ein bisschen Luft gelassen, dass du dann vielleicht sagst 1.000 und dann sage ich vielleicht okay. Alter, du... Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast. Sag mir jetzt mal einen ehrlichen Preis, bitte. Für was du es haben kannst? Ja. Wenn du sagst für 1.000, kriegst du es für 1.000. Darunter gehe ich nicht. Sag mir doch bitte, was für ein... Unter 1.000 gehst du nicht. Unter 1.000 gehe ich nicht. Wie viele Becher kannst du mit einer Flasche mixen? Meinst du mich? Ja, ja. Ich fasse die Scheiße nicht an, Amigo. Ich war mal süchtig nach dem Scheiß. Moment. 1.000 Dollar. Äh, ich... Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Naja, 1, 2 oder 3. Boah, Alter. Ja. Hast du was anderes auf Lagern? Nein. Aber Royal, der Preis kommt... Ja, was heißt fast? Ein bisschen schon hin. Codine ist eine absolute Modedroge. Außer von Los Santos. Alter, ich hab den Scheiß seit Crapeseed, Mann. Ich sag's dir ja nur. Außer von Los Santos wird das schon so um 300, 400 Dollar gehandelt. Weil es eine Modedroge ist. Was ist eine Modedroge? Codine. Codine. Ja, ja. Dirty Sprung. Sorry, Alter. Entweder hast du so viel Koks genommen, Mann, oder er hat jemand ins Hirn geschissen. Du weißt ja gar nicht, für wie viel er das einkauft. Er bestimmt deinen Preis nicht dann. Da hast du recht. Vielleicht verlangen die ja 500 Dollar pro Flasche. Dann sollte man die umbringen. Ich auch. Ja. Wahrscheinlich der gleiche Mann, von dem wir es bekommen, Mann. Ja. Ähm. Also sag mal, ich sag's dir ehrlich, ich mach's andersrum. Vielleicht kannst du was für mich machen, Amigo, und ich geb dir das Ding einfach, weil mich interessiert dieses Scheiß-Colin eigentlich nicht. Verstehst du? Okay. Gott, Zahlungsmittel. Ich weiß doch, du machst doch gerne verrückte Sachen. Ja, Mann. Also mit dem Drogenscheiß, die Zeit, die hab ich schon lange hinter mir gelassen, Mann. Ich mach andere Geschäfte inzwischen. Aber ab und zu, Mann. Wie eben zum Beispiel die Klappstühle selber holen. Manchmal geh ich auch wieder auf die Straße und mach das. Einfach nur, um das zu wissen, wie das noch geht, Mann. Einfach zu wissen, wie man's geschafft hat. Ich weiß doch, das ab und zu, Mann. Und ab. Es gibt Leute, die kommen an Roy, Mann, wir brauchen was, und dann geb ich denen das. Ich verkaufe jetzt keine kleinen Mengen, Mann. Aber dieses ganze Drogending, das weiß ich nicht, ist eh nicht meins. Aber eine Frage hab ich. Ja, bitte. Wenn ich damit zu irgendwelchen Ärzten geh und sag, ich hab dieses Choriden, die werden's mir aus der Hand reißen, stimmt's? Ja, du brauchst einen Test. Aber an das Test kommen wir auch ran. Komm an alles ran, Katz. Zufälligerweise sitzen hier gerade Ärzte. Du meintest doch, Gambino ist schon mal bei dir angekrochen gekommen, stimmt's? Ja. Er kam und bettelt in den Park, wisst ihr noch? Auf alle vier. Mit dem Bravo-Witz schon wieder. Ja, mit Frakowicz. Ja, und es wird auch mal wieder Zeit, Mann, dass der mal wieder einen Besuch von uns bekommt. Seit vier Wochen meldet er sich nicht. Doch, Eule, Chat. Und wenn einer sagt, er will mit mir geschafft machen, du hast uns nicht, du Liebst. Ja, das gleiche hat er zu mir auch gesagt. Und wie das Ganze ausgegangen ist, muss ich dir nicht erklären. Ey, und ich sag dir immer noch, ich weiß immer noch nicht, warum er da war. Ich hab's noch nicht herausgefunden. Ihr seht mich jetzt auch nicht wirklich. Aber ich frag mich, was er da gemacht hat am Flugplatz. Wirklich. Weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Schwänzelutschen. Ja, das kann er ganz gut. Mhm. Vielleicht der Connected mit dem Ball, das oder so. So, mit der ganzen Southside Connected. Mit denen, die eh ziemlich dumm sind. Die kann man leichter auf den Finger wickeln. Gambino ist mit denen vernetzt, sagst du? Mit Sicherheit. Bestimmt. Aber wie macht Gambino? Der muss doch irgendwie sein Geld verdienen. Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Kannst du, ich hab keine Ahnung. Komm schon, Roy, jetzt erzähl mir. Du weißt alles, was du da nicht. Der hat ne Holding, der hat ne Limousiebenservice gehabt. Der hat irgendwie ne... Der macht Läden auf, man. Der sackt sich wahrscheinlich die Unterstützung vom Staat ein, wenn du ein Gewerbe aufmachst. Das hatten wir auch schon geplant. Haben wir auch schon gemacht. Und zwackt sich das Geld dann ab und geht dann insolvent in der Firma oder sowas. Der hat ja viele kleine Sachen. Aber ich glaube, mehr Schein als sein und so. Mann. Erstmal danke, dass du mir das alles beantwortest, Roy. Hörne, Mann, ey, ich bin hier... Erstmal, du verstehst immer noch nicht, glaube ich, was ich von dir will, Mann. Ich seh was in dir. Ich hab Bock, mit dir irgendwas zu machen. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Nur das Problem ist... Letztes Mal hast du Sandro gefragt. Das ist die falsche Ansprechstelle. No, das Ding ist aktuell und das hat gar nichts mit dir zu tun oder... Du hast von allen Seiten schön gegen Wind bekommen. No, ich werde in die nächste Zeit mit niemandem zusammenarbeiten. Hm. Das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern ich... Ey, das ist eben selbst überlassen. Alleine ist es aber immer schwer in der Stadt... Das weiß ich. Das habe ich gelernt. Ja, glaube ich, das habe ich auch schon gemerkt, amigo. Aber genau aus dem Grund werde ich es ja so machen. Weil ich mich nicht bücken lasse und mich nicht brechen lassen werde. Aber jetzt kommen wir mal auf das ursprüngliche Thema zurück. Und was war es denn eigentlich? Das machen Sie jetzt gegen Kuldin. Wegen das Kuldin. Ja. Du bist doch bestimmt... Du bist doch hier gut connected. Ich bin schon eine lange Zeit hier, Mann. Und so wie ich dich kenne, hast du mit Sicherheit den einen oder anderen in deiner Tasche. Ich bin schon lange hier, Mann. Alter, Vinci. Mauli, danke für den Bisschen. Ich meine jetzt keine kleinen Fritz wie Polizistin oder sonstiges, aber vielleicht einen Richter. Ich verstehe dir das nicht und ich verneine das nicht. Ja, das ist ein heftiges Gangster-Boss-Treffen. Meinst du, du wärst dazu imstande? Dafür zu sorgen, dass jemand seine Lizenz verliert? Was für eine Lizenz? Äh, wie nennt man das also Sanchez? Ja, wahrscheinlich seine Richter-Lizenz. No, 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 no. Seine Anwalt. Anwalts-Lizenz? Mhm. Da brauchst du aber viele Flaschen Kuldin. Ich sag mal so, für uns ist es nicht so möglich. Das ist immer eine Frage des Geldes. Es kommt drauf an, um wen es geht. Äh, weil das sind Investitionen, die man tätigen muss. Das geht nicht einfach, ich schnippse mit dem Finger und der verliert seinen Lizenz. Klar, wir sind Obdachlose. Also diesen Obdachlose. Man muss das inszenieren, Mann. Und diese ganze inszenieren, da muss man Dinge besorgen, wenn man die noch nicht auf Lager hat, den irgendwas unterjubeln. Das kostet alles Geld, Mann. Also das ist, jemanden eine Lizenz zu, also verlieren zu lassen, heißt, du fixt deine Existenz. Genau darum geht's. Das hast du gut erkannt. Und, ähm... Und wird unser Vollgeschissen und im Stadtpark lebt, amigo. Genau das für dich. Okay, Mann. Das ist eine ordentliche Ansage. Es gefällt mir. Ähm, ich bin aber auch ein Typ, Mann, der erstmal versucht, die Zwischenschritte, ihm erstmal Angst einjagen. Haben wir alle schon gemacht, amigo. Okay. Du weißt selber, wenn ich wollen würde, ich könnte einen meiner Leute drauf ansetzen, aber das macht mir keinen Spaß, amigo. Ich will, dass er leidet. Ich will ihn erst dann zusammen stiefeln, wenn er am Boden liegt. Wenn er alles verliert, dann komm ich um die Ecke und bespuck ihn noch. So ein Ding ist das. Sag mir mal einen Namen. Gib mir mal einen Namen. Nein, nein. Habe ich dir noch nicht sicher. Sag den Namen, amigo. Ich bin vorsichtig. Also, ich sag mal so, es ist nichts unmöglich. Es ist halt Teil... Ah, das ist schon... Das ist eine hohe Hausnummer. Warte, Katis, Kevin, Crispy, Kenny, was sagt ihr? Das ist nicht so leicht. Ah. Ich auch. Kenny ist ja... Es kommt auf an, wer es ist. Vielleicht hat er ja schon Dreck am Stecken. Vielleicht haben wir sogar schon ein paar Fotos. Vielleicht haben wir Beweise für jeweilige... Wir haben so eine schöne Kartei, Mann. Über... Fast... Über viele Leute. Vielleicht ist das auch super einfach. Ich sag nur, der Handball für heute Mittag, ne? Ich sag mal nur... Ich sag nur eins, ähm, erster Bahn. Ich guck's mal geradeaus vor dir. Da steht ein... Ein Name an der Wand. War mal Anwalt. Lonnie. Ah, schee. Ah, das ist auch der, wo da oben durchgestrichen ist. Wer ist das? Drei Tote. Ah, zweieinhalb. Warte, wer ist das? Der andere ist noch ein Fragezeichen. Oh, das ist Harriet, Mann. Die gehört zu Laser. Wartet kurz, bitte. Sie, Bruno. Aber wie gesagt, Roy, wenn ich hier mal... Dann irgendeine Quillisitze. Hey, Herr, Mann. Was geht? Ja, ich komm mal mit. Na klar. Wer ist das? Das ist Harry, Mann. Die Sekretärin von Laser. Das ist ein ehemaliger aus dem Pillbox, ne? Ja. Wir wollen mal Doktor. Ja. Also, wenn ich hier am besten was zu meinen, dann sollt ihr sich hier verpassen. Ich vertraue dir keinem Stück. Dann ruft ihr Kim beiseite und sag ihm... Genau das. Kim, komm mal her. Dass wir keine Zeit haben jetzt. Kim. Ja, bitte. Komm mal bitte. Was ist denn los, Madame? Kein Problem. Christian, ciao, ciao. Gott, hat sich da schon von alleine geklärt. Ja, kann ich mich umbringen. Nö, ich sag trotzdem. Tja, ne, die ist doch weg. Wenn ihr nächstes Mal kommt, schickst du die weg. Die sollt ihr nie wieder drauf kommen. Ah, pass auf. Nie wieder. Das ist eine ehemalige vom Pillbox. Das ist ein Problem, wenn und niemand eine Anweslizenz verliert, das ist... Das sind alle schlangen. Ich sag mal so, die Leute nachziehen hinterher. Okay. Habt ihr so das geschickt für Jonathan? Dann fragt ihr nach, warum, weshalb. Und es muss gute Gründe dafür geben. Ja, ja, Lizenzen weg, ne, ist schon ein hartes Brot, ja. Ich verstehe. Weil das ist Existenz vernichtet. Kann ich kurz deinen Teier? Ja, deswegen will ich sie haben. Nein, du lässt sie in Ruhe. Ich lass sie in Ruhe. Ich mach nix. Okay. Wenn du beim nächsten Mal hier aufs Gelände kommst, verpasst du dir eine Kugel, damit du bescheidig bist. Warte mal, wieso? Das geht dich nen Scheiß an. Lass es dir gesagt sein. Ich komme wie nie wieder hin. Na klar. Den kannst du nicht trauen, Alter. Die sollen sich verpissen. Ich will mit dem scheiß Pillbox nix mehr zu tun haben. Was hat die gesagt? Hat die meinen Namen gesagt? Das ist halt Endstufe. Das ist superschwierig. Aber wenn du sagst, er hat ein Haus abzubezahlen, dann werden wir dafür sorgen, dass er sein Haus nicht abbezahlen kann. Gut zu wissen. Dann verliert er sein Haus. Und so erschubst du jemanden in ne Krise. Wenn jemand in ne Krise ist, denkt er nicht nach, hat andere Sorgen um die richtigen Schritte einzuleiten und macht Fehler. Und diese Fehler müssen wir dann ausnutzen. Ich hab meinen Namen auch nicht gehört. Das ist ne, also, es ist ne long time operation. Das magst du doch sowas. Ja, ich hab ja auch andere Dinge noch zu tun als solche Sachen. Wie läuft das Lampengeschäft eigentlich? Ganz gut, Mann. Wie gesagt, das ist jetzt so ne exklusiv Nummer gewesen, limitierte Stückzahl. Ab und zu muss, die Leute fragen ja auch, woher kommt die ganze Kohle? Für die ganzen Autos, für den ganzen Scheiß. Ab und zu muss man auch solche Jobs machen als Tarnung. Was kostet so ein SUV, der wo da steht? Der hier? See. Also um die 40 glaube ich. 40.000. Ich hab einen super Schnapper gemacht. Da hatten wir auch. Wie wahrscheinlich hast du dich verhört? Ich schwör bei Gott, ich trau niemanden mehr, der im Pillbox war, Eltern. Ich will mit denen allen nix zu tun haben. Ich will mit denen allen nix zu tun haben. Ich will mit denen allen nix zu tun haben. Absolut geht nix für mich, existieren die nicht. Ja, davon hab ich auch gehört. Aber ansonsten hab ich alles. Was kostet das Krups? 100 Dollar. 100 Dollar. Klar, Mann, was denkst du denn? Wie viel hast du davon? Weiß ich, keine Ahnung. Halbes Kilo? Du hast ein halbes Kilo Kurs. Esteban, ich lebe hier schon ziemlich lange. Aber 100 Dollar, mir ist ja gar nix. Was zahlst du denn für Kurs? Ich hab keinen Kurs, deswegen war ich jetzt so überrascht, weil irgendwie jeden, den ich gefragt habe wegen Kurs, keiner hat was. Ah, meine Fresse. Du musst dich echt besser erkundigen, Mann. Ja, bei wem soll ich mich denn, bei wem soll ich mich denn noch erkundigen, Amigo? Die meisten Leute interessieren mich nicht. Oder die meisten Leute mit denen, weißt du so, wen soll ich fragen, Amigo? Keine Ahnung, Gespräche führen, herausfinden. Ja, das schenke ich dir sogar. Das Problem ist, bei den meisten Leuten hier in der Stadt will ich nicht mehr reden, Amigo. Vorerst. Ja, wenn du das so möchtest, dann ist das so. Ja, warte mal, da ich keine Geschenke annehme, Amigo. Ey, warum willst du keine Geschenke an? Hermano, das ist unhöflich. Wirklich unhöflich, Mann, wenn ich den Geschenk... Aber ihr seid Gäste und Gästen gibt man den Geschenk. Uiihihi. 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 Aha. Wer hast denn das? Noroi. Du hast doch gerade gesagt... Sag mal, ich mag nicht, wenn du mich anlügst. Ich mag das nicht. Ich lüg dir nicht. Ich schaue mir erst an, wie die Leute sich verhalten, Amigo. Ich hätte jetzt das Stück hier noch einstecken können und nicht sagen können. Ich habe gedacht, wir sind zwei Stunden durch das ganze Land gefahren. Ich erzähle dir meine steinste Lebensgeschichte. Ich versuche dir nahe zu kommen. Ich versuche mit dir eine Geschäftsbeziehung aufzubauen. Und du fickst mich. Genau. Ich habe dich nicht gefickt, Amigo. Du hast mich gefickt, weil du auch im Anger gestanden hast. Schade. Das habe ich dir gar nicht gehört. Ich bin schon für die Primes im 41. Ich dachte gerne, Mann. Ja. Und darüber schaue ich weg. Sag nicht, ich fick dich, weil ich fick dich nicht. Ja. Okay. Ich bin jetzt fertig und wütend. Warum? Langgeschichte. Was dann? Erzähl. Ach. Sag ich dir gleich. Das ist so ein langleiliges Treffen. Wo bist du? Du zeigst dir. Ja. Um Cracky Nanter. Wo sonst? Okay. Ich komme da hin. Bis gleich. Ja, aber hier ist gerade so ein Dingsgespräch. Zieh mal eine Maske an. Na, scheiß auf. Komm einfach. Nee, warte. Ich habe eine Maske dabei. Okay. Bis dann. Bis gleich. Mach ich. Alles klar. Und das bleibt unter uns. Das bleibt hier unter den Leuten, die da waren, ja. Ja, richtig. Ja. Ich hoffe es. Ja, natürlich. Ich vertraue mich blind. Ja, verweiter. Ja, verweiter. Wenn du willst, darfst du auch noch einmal ums Haus gehen. Mann, hier sind überall krasse Graffitis. Kannst du gerne noch mal angucken. Kannst du mir aber im nächsten Mal zeigen, wenn wir wieder in den Ausflug machen. Ich habe noch was für die Esterbahn. Ja. Die Heimfahrt. Danke dir. Ja. Du brauchst doch. Das sehe ich auch. Davon habe ich nur gehört, noch nicht probiert. Ja, jetzt hast du das. Die Möglichkeit. Buenas noches. Ja. Ja. Ich habe noch was Wichtiges. Ich habe noch was Wichtiges. Ähm, 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 Gustav hat mich angerufen und wollte was abziehen. Wir müssen von, 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 von Billy Mann dieses halbe Kilo Cooks auch nicht sehen. Ähm, ich werde mal kurz losfahren mit Kenny und kurz was durchziehen. Grüß dich mit? Ich habe mich auch angerufen. Ja, ähm, Gustav will irgendjemand, äh, sollen, die sollen ein paar Leute und die sollen wie Hopps nehmen. Ja, dann auch viel Spaß. Okay. So wie was ist, wir sind dann gleich wieder da. Ja, Mann. Du hast einen Quencher mit, ja? Ja, ja. Alles klar, komm, Grüß mich. So, was mit Billy? Billy geht immer nicht ran. Oh. Was ist denn mit dir, Alter? Ich habe dem gesagt, er soll eine Maske aufziehen. Weil der Ex-Kopf ist nicht, dass die Leute irgendwie denken, dass sie mit denen reden. Hm, ach so. Ah, wir können uns zur Börse gleich mal, wenn da nur einer ist. Äh, ja. Die anderen gehen jetzt spielen und wir haben jetzt Zeit, Mann. Weißt du was? Dr. Chuck ist unterwegs. Eigentlich können wir mit dem quatschen. Ja, ja, ja. Vielleicht kriegen wir den überzeugt, dass der einen Kontakt herstellt. Ja, und der will noch Lampen haben. Äh, ruf ihn an, aber fahr du mal. Ja. Pencil. Erzähl deine Geschichte. Lass ihm einen Schenke-Mila fahren. Und dann kann ich erzählen, was los ist. Also erstmal kriegst du von mir einen Schlüssel. Übrigens, Roll, damit du Bescheid weißt. Oh. Ich habe der Eulen gerade, ich habe eine Maske auf gehabt und gesagt, wenn die noch einmal dir draufkommt, dann passe ich deine Kugel. Eben. Ich vertraue niemandem mehr aus dem Paybox, wenn wir mit den Leuten nichts zu tun haben. Das sind alles Racken und Schlangen. Alter, ja. Ja, aber Harriet, Mann, es ist noch Crackhaus-Zeiten. Das ist was anderes. Harriet ist... Trotzdem, Paybox ist Paybox. Also wenn du mir einmal vertraust, dann vertraue mir da. Ja. Komm, ich habe sowas noch nie zu jemandem gesagt. Okay, Mann. Also die Karis. Ich will auch die Karam. Was ist denn für eine Karam? Chinke-Mila. Ne, wie heißt der? Ja. Chinke-Mila. Hast du... Matt-Schwarz und so, das sieht so brutal aus. Einfach brutal, Mann. Hast du Rören dabei? Na klar. Habe ich dir vorhin in den Kofferraum gelegt, hast du gar nicht gemerkt. Ach so. Was war bei dir jetzt, Pinsel? Ähm, erstmal habe ich Schlüssel nachgemacht. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich das mit den Events mache, dann brauchen die... Ich muss ja wissen, welches Fahrzeug zu welchem geht. Damit jeder halt einen eigenen Schlüssel für das Fahrzeug kriegt. Nur ich will die einfach auf- und anmachen. Dann soll ich für jeden Idioten das Ding auf- und anmachen? Nein, einmalig. Dann könnte man ja theoretisch... Dann geht so schnell der Benzin weg, oder? Ja, dann besorgen wir ein Ding und dann kaufen wir Tankdinger. 70 Dollar pro 100 Liter, glaube ich, oder so. Find ich da, ja. Ich denke da ein Schaffgeld für das, die wollen, ne? Ja, aber das macht dann viel. Ich habe jetzt gedacht, dann kriegt jeder eine Ersatzschüssel, dann kann er halt auf- und zu machen. Ja, aber das ist viel zu viel Arbeit. Alter, was ist denn hier los überhaupt? Ja, aber was ist denn hier los, Mann? Ja, aber was ist denn hier los, Mann? Ja, wenn ich aber links vorbeifahren, Volkov? Aber nur ganz, ganz vorsichtig, bitte. Ne, wir rammen deinen Wagen weg, Mann. Vorsicht mit dem Kahnstein, warte, das sind teure Felgen. Ich bin heute den ganzen Tag hier durch die Stadt geheizt, wie ein Irrer. Ich habe keinen einzigen Streifenwagen gefunden. Ja, guck mal hinter uns. Ey, Gott, jetzt hast du verstanden, was Esterbahn jetzt eigentlich will? Der ist ein Ester. Der wollte, dass wir... Ich glaube, sein Hauptziel war, dass wir diesen Anballding was machen. Der hat da Leute für gesucht, weil er keine hat. Ja, das ist zu viel Arbeit, dafür habe ich keine Zeit. Er hat aber blöd geguckt, als wir gesagt haben, wir haben Koks. Okay, er hat das Fieber, wir haben das Koks. Also, wir haben eigentlich keinen Koks, aber... Was war denn eigentlich gestern noch nach der Schießerei? Boah, das ist... Waldo? Der Dr. Chuck ist nicht hier. Ich rufe den Mann. Penzel, du bist mein Freund, ne? Und ich vertraue dir zu 100 Prozent, aber ich sage dir eine Sache. Wenn wir dich aufklären, wenn wir uns dazu entschließen, nicht aufzukehren, und da kommt irgendwas da draußen, dann lüge oder so, dann werde ich dich höchstpersönlich umbringen, okay? Wenn du zu mir sagst, ich soll jetzt keinem was erzählen, dann sage ich's keinem. Nie was erzählen, was du von uns mal bekommst. Okay. Würde ich nicht, wenn du sagst, darf ich nicht, dann mach ich nicht. Wir haben den Billy rausgeflogen, im Helikopter, zu so einem Schutzort. Okay. Weil der Lost ist auf der Suche nach dem. Ich glaube, der ist auf der Abschussliste. Aber ich dachte, das ist nicht der Lost, sondern dieser SC-Bahn, dachte ich. Der hat er wahrscheinlich auch. Alle sind unsere Feinde, außer die bei uns abhängen. Wahrscheinlich. Ja, selbst O'Neill ist, mit dem darfst du nicht über alles reden. Selbst der Sandro nicht. Die Leute, die gerade da waren. Ruhst du Dr. Chaghan? Ja, ich ruf kurz. Kannst du mir da mal so ne Gruppe... Äh, wo bist du? Ja, können machen. Wo treffen wir uns? Wohin gehört oder so? Ja, das ist bisschen kompliziert. Bei deiner Praxis. Alles klar, wir kommen. Glaub ich dir. Rispy, Kim, Kenny, Curtis, ich, Mila, du... Laser. Also ich kann nicht schwören... Ja, bei Laser muss man sogar noch ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten ja. Okay. Also ich kann dir sagen, ich werd nix snitchen, dann schwächer und heilig. Ähm... Ich hab noch nie gesnitcht, so. Äh, ja, Niki, Dankeschön für den Prime-Star beim 21. Monat. Dankeschön. Ich sag, ich sag... Ja, ich... Ach, Crispy. Äh, Pinsel, ich... Ich glaub dir, Mann. Äh, du kommst von Curtis, ich weiß noch, ich kenn noch die Zeit, bevor du Cop wurdest. Schon okay, Mann. Okay. Ja, ich hab auch nie einen von euch verhaftet. Pass auf, wir haben Billy in so ein Safe-Ding gebracht. Wir bringen den auch, sobald er aufwacht, in ein Safe-House. Und dann warten wir, ob wir einen Anruf bekommen und dann entscheidet sich das, was mit dem passiert. Okay. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil aus und schützen sein Leben. Gucken, dass wir den im Leben halten. Also... Ich sag dir folgendes Mal. Wurde nicht. Wenn... Wenn jemals in die Situation kommt, dann einer von euch, meine Freunde gefasst, dann... Dann bin ich auf eurer Seite. Egal, worum es geht, ich... Das will ich auch werfen, oder? Da macht er keine Sorgen. Aber ich will unbedingt diese scheiße Ben nebenbei noch fertig kriegen. Ja, bekommst du. Ich musste gerade an Mosa denken, wie wir den vorhin verprügelt haben. Wir haben vorhin Mosa verprügelt. Kennst du nur den Anwalt? Oh Mann, das tut mir echt leid, ich mochte ihn, aber... Man muss Statements einfach setzen. Der ist doch... Der ist ganz auf dem PD gewesen. Ja, alle dachten, der wäre tot, Mann, mit Schlongbeck und Meier heuer. Ja, den habe ich gesehen. Ist der Schlag da drin, oder kommt der? Der ist unterwegs, der kommt. Ja. Also, nochmal kurz wegen diesen Schlüsseln. Ich habe gedacht, wenn jeder so den eigenen Schlüssel hat, dann kann ich ja sagen, hier, 1000 Dollar, und die kriege ich dann zurück, wenn ich den Schlüssel wieder kriege. Wahnsinn. Aber Pinsel. Lass uns doch einfach den Gyni holen, dann geben wir dem 20.000 Dollar, der soll mit dem Abschlepper kommen, und der soll dafür sorgen, dass der Benzin kann, das der dabei hat. Dann kannst du deine Maske ausziehen, ja. Das können wir auch. Ach ja. Das ist doch viel unkomplizierter. Und jeder, der wo die Kahn repariert werden muss oder die leer ist, soll der Gyni sich drum kümmern. Fertig. Dann hast du keinen Stress. Also denkst du, ein Schlüssel reich für alle? Ja, ich will die Kahn ein paar aufmachen und anmachen. Fertig. Nee, das ist nicht Shorty. Okay. Wir können eh nicht lange halten. Pinsel, guck mich an. Hm? Warte. Guck ins dicke Rohr. Hallo. Holger. Wenn wenn einer uns jemanden verpetzt... Dann baller ich dir mit dem Modell Gonzo-1 voll in die Fresse. Yo, Chak ist da. ...ich werd... ...dast ging es ne. Aber niemals. Da verab ich das hole. Natürlich, ich werd's dir nur nochmal sagen. Frau Doc, was geht? Hallo, Dr. Chak. Hallo. W네요. Wurden Lichter geklaut? Hallo. Den Einen hätte ich haben fast erwischt. Das war so ein lilaner. aber kein baller sondern einer von diesen japanischen rennaut das kann ich denn mal wieder sehen grün wolltest du soll ich den anrufen sagen dass sie wieder haben und wenn du weißt du das ist kannst du ja mal fragen ich kenne die racer szene weil ich in der speed mit ihnen zusammengearbeitet was kriegst du reingehen 300.000 us dollar truf mal wenn sie an ich mach mal was weiß wo wurden die gegaut ja genau hier doch doch schanker apotheke er ist so herzlos und zieht doch du chank ab das herausfinden das ficken wir die niemand klaut doch jack im wahren sonderstadt ich kann schwören der ist voll der typ hat so krass in der mafia und keiner wird es mitkriegen du wirst du wirst du wirst doch alles herausfinden pinsel nur mit der zeit okay wenn sie ich habe eine frage hat einer von seinen racern oder irgendjemand hast oder du selber bei doktor schatten leuchtt röhre geglaubt kannst du mal rumfragen aber irgendjemand irgend so ein ehrenloser hat hier die räuchern die röhren die lampen geglaubt ich will nur dass wenn jetzt eine wahl ist er die lampen wieder bringen da ist doch pinsel wir ja wir sind dich am racen siehst du nicht unsere racing autos der bus ist so richtig geil oder das ist ja voll cool ist so richtig gut leider gibt es das nur bei der wie heißt der karte 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 die ist unverkäuflich doch doch das ist für unsere nicht gebrauchsergehandel unsere headquarter weißt du doch ein eh warnt ihr mal bei uns zu hause heute heute nicht mehr dann fahrt da mal bitte vorbei dann wirst du verstehen warum ich das brauche ja fahr da mal hin der ist sogar recht günstig bei mir oder was ja 15 ich gebe dir jetzt direkt 20 nee nee der ist noch nicht verkäuflich glaube wir brauche wir weißt du dass unsere nicht gebraucht war gehandelt kauft ja einfach einen neuen ich will nicht zu mitsch gehen deshalb haben wir die nicht gebraucht war gehandelt aufgemacht jetzt verstehst du warum wir das aufgemacht haben aber nicht mit dem surfer nein nicht mit dem surfer du willst den surfer fahren natürlich nein mit einem richtigen auto ich klatsche jetzt den lachs auf den tisch ich fahr jetzt ja okay du willst du fahrer ich hab die mutter das ist ein bisschen umständlich könnt ihr vielleicht bei der ein 15.000 bei the way perfekt das klappt jetzt wir brauchen drei vier stück davon wir müssen da rumstehen kann ich nur warte kurz so krass warte kurz wenn du gerade ich hier stehst auf wenn du die kaos pass auf gebe ich dir gerade mal schon wie viel willst du da habe drei stück davon weißt du wer die sind ja das sind tuna und itami sagst du uns einfach bescheid können wir den zusammengearbeitet ich habe mir gehofft die haben wir gehofft ich spiel hier nicht alter ist egal egal wie viel fährt denn die nicht nur die karte ich dachte das ist was zwischen uns jetzt was sollte das sind jetzt ich bin friseurin wenn sie mal die haare gemacht auch ich kenne ihnen die gerne mal okay man die war auch schon ein pinsel schwänze dran warte mal was war die war wo dran am pinsel schwänze ich habe gesagt ich bin zwilling und zweitens so gut gelaunt jetzt ergibt es alles in sinn ich bin eigentlich vollkommen zufrieden das war ein kurzes ding die hat einfach kurz mal rumgespielt also die waren es auf jeden fall nicht ich glaube dem mann wenn sie klaut sowas sind der hat die gekauft hat er gesagt das habt ihr gestern mitbekommen wenn es alles abging große schießerei für die action ja wir mal kurz reingehen ja gehen wir mal kurz rein und operationen die nicht eine dreiviertel stunde dauern deswegen gut managbar dr check haben sie gestern mitbekommen was wir nicht gemacht haben wir hatten doch patienten den billy bilder der war doch unter polizeischutz das habe ich nicht mitbekommen ja der war unter polizeischutz und der lost mc war um das ganz krank ausverteilt dann haben wir eine finte mit dem kopf gemacht als die so getan haben erzählen würden ihn raus fahren und dann haben wir den weg geflogen undercover aber abgesprochen mit der polizei was soll ja die lust haben mich auch alle gibt danke dir haben mich auch alle gefragt ob dieser billy da ist aber ich hasse das wenn leute wissen wollen ob irgendjemand im ich stelle mich dann dumm ja wir hatten letztens schon telefoniert dr chuck und sie meinten ja sie wollen nichts damit zu tun haben aber irgendwie sind wir wirklich auf ihre hilfe glaube ich angewiesen geht um leben und zeit geht es wirklich um leben und tod und zeit ja um was geht es na wir müssen wir kurz vorwarten noch wir haben einen kontakt ja den chicken mann den kennen sie doch auch oder flüchtig das war doch der von regen da der dings der nachfolger nein nicht der nachfolger die haben koexistiert ja aber das war das war ein klären von regen ja mit dem kontakt mit dem haben wir gestern telefoniert aber der ist weiß nicht er meinte jemand wird sich melden aber es meldet sich niemand andere kontakte habe ich auch nicht als den chicken mann nein mich ruft also eigentlich möchte ich das nur mit dir besprechen gehört ist ja eigentlich ist es nicht mehr auch von den ohren ja bei den pinseln und der roi weiß der roi alles der roi weiß der roi alles na der roi weiß doch auch alles ja ich habe es ihm nicht erzählt was dann ja wo für wen wir arbeiten achso das ist doch schon lange bekannt das weißen doch schon alle dr schack na nicht alle richtige leute die klappe halten müssen das okay das ist die nicht sagen du wusstest doch dass der dr chack ein bisschen noch ein bisschen drink am stecken hat ne wäre ich ja klar ja ja dr chack hat sich gerade gewundert was das ist mir jetzt unangenehm woher hast du denn sowas ich kommt über drei ecken dann von kurtis zu mir mann äh bei mir ist dann bei mir ist dann aber auch schluss dr chack fernsdach kommt über drei ecken dann hab ich natürlich dr chack was erzählst du den leuten nein doc ich hab doch auch für die leute gearbeitet schon man aber für die erste truppe bevor die gestorben sind ah ok dann ich bin auch nicht nur ein penner doc chack falls du es immer noch nicht begriffen hast das weiß ich schon doch doc doc chack sie denken ich will sie irgendwo verraten doc chack du bist für uns der wahre don du bist unser chef ja ja eigentlich arbeiten wir für dich so im prinzip schon aber was kann ich jetzt für echt ja das ist halt die frage dieser ich glaube dieser schicken dieser schicken typ der hat irgendwie auch probleme meinte gestern telefon ähm weil weil er glaube ich verdächtigt wird weil der ganzen scheiße da mitgemacht zu haben oder sowas und wir haben halt also wir glauben zu wissen dass wir das haben was die wollen aber wir brauchen da unbedingt einen Kontakt wir müssen mit irgendjemandem reden der einfach wirklich mal was zu melden hat ihr habt keine nummer von mr chicken nein die haben die nummern gewechselt naja die haben alle die nummern gewechselt die sind nicht erreichbar mr regen wollte mir ja damals die nummer geben das wissen wir ja ne ja und dann puff aufs fenster und dann puff weiter weg okay also wenn mich jemand kontaktiert mittelfristig wird sicher wieder passieren soll ich dann sagen die sollen sich bei euch melden oder soll ich das ist ja so ein spontan ding ey das geht halt um zeit wir haben hier leute eigentlich schon vor sechs stunden hätten die es melden müssen ja ja so ungefähr aber boy weißt du was sein kann es kann auch sein dass wir die gar nicht suchen ne ja aber das müssen wir doch herausfinden man erfahrungsgemäß geht die früh ins Bett ja sind ja auch alte säcke soweit ich weiß wir haben billy man gestern ich hoffe dass wir den da nicht gefunden haben das ist ja wenn der nicht ans telefon geht was macht der denn oder es kam jemand der ist in den wald gegangen und hat da keinen empfangen oder ist von einem grizzly gefressen worden ich hab doch keine ahnung ja der ist wahrscheinlich komplett undercover erstmal es geht es geht ja um billy man wir wollen dass billy lebt im allerschlimmsten fall kann der auch sterben ist mir egal wir wollen aber eintauschen wir wollen da ein paar deals machen die für uns dann von vorteil wären natürlich für die leute auch bei dir die leute bekommen wenn die die suchen falls die die jetzt suchen aber warte einen Moment aber billy wird auf jeden Fall gesucht sonst werden gestern die Idioten nicht beim los aufgetaucht die kriegen es solle nicht hin soll ich jetzt jemandem erzählen dass ihr billy habt und was für ihn wollt verstehe ich das richtig nein 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 nicht sagen dass wir billy haben man ok könnt ihr mir das kurz für fünfjährige erklären du bist leider Experte wir haben Geschenke für die Männer für das Unternehmen ich nenne es einfach Unternehmen weil wir denken dass sie das haben wollen wir wollen rausfinden ob die das auch wirklich haben wollen und wenn ja wollen wir denen sagen dass wir es liefern können ohne meine Worte um für uns so einen Vorteil daraus zu ziehen weil wir haben sehr großes Interesse an billy dass der am leben bleibt aber es gibt jemand anderen den wir suchen ich will jetzt keinen Namen sagen hat aber grüne Haare den würden wir dem liefern genau so man sich das gedacht so wie Finsel sagt ja ok dann schaue ich ob ich wen kontaktieren kann und sage dass Curtis einen Deal machen gerne machen würde ist das so ok das klingt aber so als wäre ich deine Schläge können wir nicht einfach sagen ja ich meine du hast ja mal dafür gearbeitet genau das ist halt die Frage ich glaube die wissen das gar nicht dass ich für Regen gearbeitet habe das wäre ich auch besser wenn die den umgebracht haben die wissen das doch gesagt ja ja natürlich ist das schon mal unser Name gefallen bei einem Gespräch bei uns bitte wer ist denn uns na zum Beispiel sie und mich oder Roy oder so nein Roy habe ich nie was gehört mein Name ja wir haben uns darüber unterhalten dass du früher für Regen gearbeitet hast warum bin ich so irrelevant in diesem Leben Mann ich stehe nicht mal nach Hauswand ich gehe mir jetzt ein Schinke Mila kaufen das stimmt überhaupt nicht in Verkehrszeit in anderen Kreisen in was zu kreisen doch in was zu kreisen aber eigentlich ist das gut weil dann bist du komplett unter dem Radar ja und ich mache trotzdem so viel Ärger Mann manchmal wünsche ich mir doch auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit man kann es ja so sagen Dr. Chuck dass sie können ja sagen dass wir alles mögliche liefern können vor allem Sachen die die gerade im Suchen sind ohne ohne dass großwirbel in der Stadt gemacht wird wie beim letzten Mal dass da alles passiert ist okay weil man ja sofort mitbekommt dass Bernd gestorben ist und Slim und so jeder weiß das jeder weiß das irgendwie wir machen das fertig wir arbeiten halt so dass keiner mitbekommt okay gut ich ich überlege mir was und richte die Anfrage weiter sehr gut ja oder sie machen direkt ein Treffen klar oder einen direkten Treffen ohne Telefon direkt Treffen genau das was Bernd sagt anrufen Dr. Chuck nein nein ich will da raus und sie sollen im Moment an euch kontaktieren und sich dann mit euch treffen ich war immer furchtbar nervös hab Angst das ist meine letzte Stunde ach Gott du gibst die Nummer wir rufen von der Telefonzelle an ja man wir haben keine Nummern mehr ich hab Kleingeld wir haben keine Nummer wie will Dr. Chuck ihn anrufen ich denke mal die meinen sich bei Dr. Chuck ansonsten fahren wir dann mit dem Panzer gleich bei denen auf den Scheißhof okay ich sag ihnen ihr wollt entweder mit ihnen zusammenarbeiten oder sie übernehmen nein nein bloß nicht Mann bloß nicht Dr. Chuck wir wollen nur einen Deal ein Friedensangebot das ist eigentlich ein Friedensangebot Mann Geschäft für Geschäft wir haben einfach was interessantes zu bieten ja man nicht nur in diesem Fall sondern auch in anderen Fällen in der Zukunft wir sind die gute alte Mystery Box trockend locker die fleischgewordene Glutbox sie können das ja sie können das ja ein bisschen schmücken was heißt schmücken wenn wir gestern niemand wäre gestern an Billy rangekommen aber ich hab Roy ins Krankenhaus geschmuggelt und wenn der hätte sterben sollen gestern dann wäre der tot gewesen weil sie es nicht wussten ich war Dr. Johann Stanlowski und da hat er da hat er mich gebrochen und das hätte ich niemals vergessen mit den Worten da zieht der ein Kittel an und wir kommen raus in den blauen Anzügen und er nur so ganz trocken oh da bin ich ja der Chefarzt los geht's Kuschschwestern da war ich auch dabei wollen wir die Kokain was ja 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 damit ich so ein Kilo wir nehmen Dr. Chuck nein nein und Cody wie viel ist so ein Kilo 1000 Gramm Pinsel ah oh überlegs danke für den Prime wir müssen jetzt jeden von Kokain den wir finden man zusammenkratzen ey oh mein Scheiß warum geht's hier ich weiß gar nicht wo dir abgeht ich versuche einfach gut zu ja das wirst du noch alles erstellen du wirst das noch alles erstellen Pinsel genau ich verstehe wie soll ich dir jetzt vier Monate in zwei Stunden erklären ja verstehe ich also bist ja schon Geizkragenboss ja das ist ja viel hier herinnen zur Konsumierung und der herzlichen Aufsicht also kann ich auch bitte schön oh ich will keinen Drogen ich nehme deine Portion ich bin ich brauche die doppelte Portion ich habe einen großen Körper viel Fat das mein Körper verarbeitet das anders danke wie viel ist denn da wo die Straße wert ich frage für einen Freund 100 Dollar ich habe keine Ahnung ah ja probiere mal 2 Gramm ich möchte wissen was das für medizinische Auswirkungen hat interessant nicht jetzt wir haben noch ein bisschen Arbeit aber ich werde einen Bericht schreiben wenn ich es genau mache ich werde es dokumentieren gut 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 der Dr. Schack hat mir gestern eine Akte gesagt was für eine Akte weißt du ich war im PD die schreiben da vier Seiten so riesengroße Texte und dann habe ich mal bei Dr. Schack im Computer geguckt da haben wir gestern einen operiert dann schreibt er rein Bundversorgung und das war es ich wusste nicht was würdest du reinschreiben ja klar aber du müsstest mal sehen wie die da für Akten aufgeschrieben haben ja jetzt weißt du auch warum die nichts auf dem Kasten haben wir stehen da vorhin vor zwei Pflanzen da will der uns da Dings geben sagt er ich spreche euch gleich hier so ein Dings aus Platzverweis ja Platzverweis hat er aber zu uns gesagt das wären Tulpen ja dabei habe ich die darauf hingewiesen den Hinweis guck mal da ist eine riesengroße Gasplantage hat es mal gemacht nee der eine der eine Rocker hat mich beprügelt ich wollte eigentlich den hier machen aber hat nicht geklappt mir ist ganz schlecht Moment oh Gott wie weiß er anläuft ja ja Doktor so ist das na guti genau jetzt guckt er sich die Wand an Blumenkübel Böser Stuhl oh du Böser Stuhl hör bloß auf oh Pats 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 oh komm mal Patschi kleiner Stuhl oh das mag ich ne Böser Stuhl oh jetzt sogar von hinten oh Gott oh yippie yippie find ich geiler als ich sollte ich hab ne Stuhllatte nee du hast Stuhlgang höchst Stuhlgang das ist wie Kacke alles klar doch bist du denn wir wollen auch was machst du da das ist ein geiler Stuhl Mann ich wollte ihn ausschümpfen ich wollte ihn ausschümpfen oh mein Gott sag der macht irgendwas jo dann lass ab starten keine Ahnung was wir machen ich guck halt mal ein Telefon durch ob wir noch irgendwas offen haben ich hab Mila gute Nacht gesagt die geht heuer machen ich hab zwei Autos bestellt die kommen morgen finden sie wir können ja zu deinem Dings fahren wenn wir nichts zu tun haben ok und mal die Rampen testen ja wie du willst aber ich sei auch ein Auto-Experte ich hab die versucht schon ich rufe auf ist keiner reingegangen guck mal grüß Björn was die machen ansonsten können wir die ja was geht was macht ihr die Kausstrecke noch ja wir bräuchten aber acht Leute nein so viel brauchst du nicht du kannst auch alleine die Porn eigentlich ja mach dir irgendwas macht ihr irgendwas oder ne wir sind auch frei alles klar Mann wenn was ist meldet euch ansonsten machen wir das und so das ist doch Kims Auto das ist doch der Wixer Alter warum fährst du mit Kims Auto rum Alter das war ein krasser aber ich verpasste sie auf den Nauf das Kims Auto ja ja warum fährst du damit rum Mann wenn die anderen ne Reifenpanne haben wir haben ne Reifenpanne ja haben sie denn mit dem zu tun was ist das Problem jetzt ach das ist ein alter Freund die wollten doch was mit dir starten jetzt bist du hier und die anderen haben Probleme wir haben schon was gestartet wir haben uns getrennt irgendwann bleib schön hier stehen Mann wie gesagt hallo wie lacht ihr du schöne stehen bleibst du Wixer ne das wisst ihr wieso wisst ihr wieso die ne Reifenpanne haben da du den Reifen platt geschossen hast ja jawohl der hat gerade gesagt der hat den anderen den Reifen platt geschossen ja ja nehm halt den fest man hat den Wichser fest wenn du Verbrouw das ist dein Untergang ja wirklich jetzt wenn du jetzt fährst ist das dein Untergang ich bin ziemlich geschickt damit ja ich weiß ich auch was machen wir jetzt ich gebe dir 50 Dollar du steigst aus der Chaos und du hast genau vier Sekunden Zeit das ging schnell ja ich kann nicht zählen der hat gesagt dass er Kim und so Planken geschossen hatte ja und die haben sich und die haben die haben sich gewundert dass hier Reifen geplatzt ist die kommen jetzt hierher du Wichser ich wusste Alter Dr. Chuck mit was sind Vogelhänge sind ab ich kenne nur solche Leute Mann ey so jetzt warten wir auf die anderen warum machst du das ich dachte du bist cool mit Crispy und so ja du willst doch auch cool mit uns sein oder nicht ey der der ist mir in mein Auto reingefahren ja und und ja und ja weiter erzähl hat der Kim dir die Papiere für die Karre gegeben ne dann her mit dem Schlüssel ey der hat mir da nichts gegeben her mit dem Schlüssel den gebe ich Kim und nicht dir oh bro okay ich schicke dir den alles gut okay du mal pinseln jetzt das Hotel von Alessandro wo ja direkt vor dir blau Schild ach ja jo also du kommst zu uns Mann machst einen auf Freund ey nicht zu euch ich war mit Crispy am Abhängen und mit Kim okay und nicht mit dir oder mit den anderen aber du kommst her wo wir sind ich bin da wo Chuck ist Chuck hat gesagt komm vorbei ja ich dachte hier ist gemütlich ja ich wusste ja nicht dass die Leute hier sind ja blöder Zufall ne so klein ist die Stadt ja wirklich sonst ist ja auch keiner hier auf dem Ding da oder so oh Kavala Marktplatz oh ja genau naja wir klären das ja gleich aber ich frag mich wie kommst du auf die Idee auf die Reifen zu schießen von deinen Homies ich hab nicht auf das hast du doch gerade gesagt ja aber das war ein missverschritt ja nee genau alter ein Schuss ein Treffer das ist das dritte Mal jetzt sorry das was das dritte ja aber nicht mit dem ist schon zweimal passiert alter Dr. Chuck irgendwie zweifel ich an ihrer Street Credibility ey wir müssen ganz dringend mit Crispy sprechen und dann diesen Penner mies verprügeln ey das ist Chrisby das ist dein Kumpel ja Chrisby wird das machen Chrisby wird mich nicht verprügeln oh doch Chrisby wird dich verprügeln Chrisby wird mich nicht verprügeln was ist denn passiert brauchen sie neue Frauenhörstern was passiert hier der weiss was sie letzten Sommer getan hat ich hab den Gummistiefel gefunden der arme Fischer ja Gustav willst du noch irgendwas sagen man willst du dich rechtfertigen ich meine das ist jetzt hier ein Gericht Dr. Chuck ist dein Anwalt bitteschön was soll ich damit ich nimm keine Drogen Dr. Chuck warum geben sie dem das Kokain Kokain ich hab's genau gesehen sieht nicht aus wie Pulver ich hab Kokain was passiert hier ja Pinsil und wieso heißt sie jetzt auf einmal Gustav Pinsil weil der Gustav heißt Dr. Chuck hat doch gesagt der heißt ähm Kik oder so ja Kik wie La Kik La Kika der klaut unsere Maimax-Pinsel ey bist du kein Cop gewesen? oder bist du Cop nicht? nicht unsere Maimax kannst du deine Kollegen rufen ey und den Typen hier neben dir einknasten? ich hab gekündigt was? wieso? die so sind wie du Wichser ich hab Chris dir gesagt das ist ein faules ich hab Bauchkrummeln mal wieder oh Mann Alter du hast doch dieses gelbe Ding auf dem Kopf nur mal kurz das Protokoll gehört das zu uns oder zu den anderen? oh der tisst dich wohl was? der sagt du hast doch dieses gelbe Ding auf dem Kopf nicht ich ey du bist ja was ist denn mit dir? was für ein gelbes Ding man? oh der meint eine wunderschöne voluminös gegelte Frisur das sieht gut aus was hast du nicht gesagt? ja ich bin halt nicht so 0815 mit so Dreads man mach einen auf hukulu sie meins neun hukulu was? oh mein Gott hukulu amma 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 keine Sorge die werden gleich kommen wir müssen ja nur den Reifen wechseln ich verstehe was du mit Verrückten meinst du bist ja der Verrückter Alter ich mach hier nicht Ja, ja, ich hab gescheuert. Danke. Ich bin ja auch schon alt, Mann. Was willst du denn? Soll ich dir meinen Ausweis zeigen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hatte letztens Geburtstag, das weiß ich. Warum kam Hangred vorbei und hat ihn in die Toilette gebracht? Nein, aber ich... Ich hab viele Briefe bekommen, aber mein Stief-Daddy hat ihn mir immer verkennt. Und irgendwann, man mussten wir weg und dann kam so ein großer Mann mit einer Torte für mich und der hat sich aber draufgesetzt. Aber auf dem Bike kam der, oder? Das war einer vom AOD. Dann ist der böse Haggis, den hassen wir doch, oder? Apropos AOD, warte, ich muss mal Sandra anrufen. Was da jetzt aus Welt geworden ist. Ich fühle dich das Wort einfach nicht. Welches? AOD. Ja, Engels auf Dings, Demenz. Ja, das hätte ich dann an der Wand gelesen haben. AOD. Sag mal AOD rückwärts. Doa. Doa, oh. Oh Gott. Alter, die arbeiten mit der Doa zusammen. Ja. Der Luke. Deshalb hat der eine, der Papa Chase hat den Begeistern und zwei Zähne. Sehe ich nicht. Was? Na, ich hab in dem Film gesagt, dass er eine Zähne gemacht hat. Einen Pinsel. Ja, die ist tot. Die ist tot. Die wurde abgeknallt im Dienst. Okay, nur mal löschen. Oh, das war hart. Warum denn? Weil du nicht mal Rest in Peace sagst. Ja, Gott hab sie selig, Mann. Die war immer nett zu uns. Alter, sie ist tot. Was bringt mir das dann noch? Mir ist doch egal. Ja, auf die wird 17 mal ein Drive-by gemacht. Oh, 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 oh. Wirklich jetzt? Also, wenn Crispy nicht langsam auftaucht, hau ich ab. Das wird mir jetzt. Du auch, ey, wirklich. Du bleibst schön. Du weißt, ich kann ja, okay. Du kriegst so eine. Alter. Ich rufe den nochmal an, Mann. Ja, die mussten halt den Reifen wechseln. Was soll ich denn machen? Wo seid denn hier? Das ist ein verzögerter Schlag. Ich kennst du ja, Max hier. Das war meine Scheibe. Ich bin One Punch Man. Okay, und wo habt denn ihr das? Wo ist denn das, der Unfall? Junge, shit, einfach tot. Ihr Bots. Auf, warte, PD? Warte mal. Ey, ey. Ja, ich weiß, wo das PD ist. Ja, die Strafe. 32. Ja. Ich kann den Duplo behalten. Okay, dann kommen wir mal vorbei. Ja, die wurden... Das dauert alles noch länger. Wir fahren da jetzt hin. So, Gustav, einsteigen. Ja, okay. Wo denn? Ich kann auch mit dem Tierbrücken hinterherfahren. Du hast gar keinen Schlüssel. Ja, aber du hast den. Merkst du was? Ja, du gibst mir den nicht mal. Danke, Doc. Ey, Chuck, wir sehen uns. Hey, Chuck, fahren Sie einen Früchen an. Danke, dass du mich so verarscht hast, ey. Ich dachte, die wollten dich mitnehmen zum Spielen, aber nicht auf die Art. Ja, machen die doch. Ey, Doc, du hast selbst gehört, was er gesagt hat. Man, er ist selbst schuld gerade an der Situation. Ich bin irgendwie immer selbst schuld. Okay, komm, wir fahren. Los. Warte mal. So, hab ich. Zwischen 32 und 37 und 32. Ja, hier, Chuck, du musst wirklich weniger Drogen nehmen. Irgendwo da. Wollen Sie mitkommen, Dr. Chuck? Oder mehr. Was? Oder mehr. Wollen Sie mitfahren mit Ihrem Auto? Falls wir denen hier noch Schmerzen zufügen. Ja, ist besser, so, Doc. Dann bitte nicht folgen. Können Sie Ihren Freund gleich wieder aufheben. Ja, Mann. Und ins Leichen-Schauhaus bringen. Jo, bände denen mal die Hände zusammen hier. Wieso denn? Hier, nein, ich hab... Er hat wahrscheinlich eine Knarre bei. Ja, ich hab die Knarre voll auf ihn gerichtet. Wenn du damit abdrückst, ne, guck da mal in das Rohr rein. Boah, ey, dann ist ja alles gut verschmiert. Cock? Was? Ja, den hast du eh nicht mehr. Oh Gott, ein COCP verwandt. Das ist das Schlimmste. Achso, und hier irgendwo auf einer Auffahrt, da vorne bei dieser Brücke, wahrscheinlich. Auch schön, auch schön, ja, naja, klar. Dürfen wir die... die Stange mitnehmen? Könnte man sagen. Dann bleibst du mal sitzen, Mann. Ja, ja, klar. Äh, nee, dem wurden Grüne geklaut. Hey, Kenny. Oh, grüße. Hallo. Kenny, du grüßt diesen Typen ab sofort nicht mehr. Echt? Ich kenn Kenny viel länger als... Yo, shut the fuck up, bitch. Okay, und steig... Shut the fuck up und steig aus jetzt. Ja, okay. Boy. Ja, komm mit. Hey, Crispy. Crispy, komm mit. Geh dir um die Ecke. Wieso schaukelt der so... Mit Pinsen, erzählernst du was. Ziemlich gut. Was passiert hier? Weiß ich nicht. Ja, du kannst dich mal da runterstellen. Weißt doch, wie das läuft bestimmt. Ja, Crispy, ich hatte schon wieder ein Grummeln im Bauch. Und es hat sich schon wieder bestätigt. Hm. Was machen wir mit dem, Crispy? Hm. Warten wir noch, bis Kim fertig ist. Na klar. Er hat zugegeben, dass er euch die Reifen plattgeschossen hat. Er hat zugegeben, Mann. Er hat einfach zugegeben. Zieh, zieh, zieh. Ich bin echt enttäuscht von dir. Wieso bist du enttäuscht von mir? Den Schlüssel... Den Schlüssel hab ich vom Kinderhaut. Das hab ich wieder. Hier hast du noch eine Pistole, Mann. Kim. Äh, Crispy, du bist jetzt hier der Boss in diesem Fall. Du klärst das mit dem. Crispy. Crispy. Du bist jetzt erst mal ruhig hier. Was? Ähm. Er packt dem Ding zu schnauern. Ja, Mann, da sieht man nicht mal, weil es da über rot ist. Hä? Willst du ihn einfach was fragen? Wir warten erst mal, bis Kim da ist. Ja, ich kann mal gucken, Mann. Mit alle Beteiligten auch hier sind. Ist so, Joshua, ist so. Ähm, sowas hier fähre ich? Er packt doch die Glissi weg, Crispy. Wir sind doch Freunde. Wie? Das ist keine Glissi, eine Glissi ist eine Glocke, lerne den Unterschied, du Idiot. Nee, mach ich nicht. Glissi, Glissi, Glissi. Ich glaube, die Richter darf ihn hin. Hey, da kommen schon meine Leute, ey. Was machen sie da aus? Oh, kommen wir zu? Wir sind die Racing-Polizei. Wir können ganz zugucken. Komm mal weiter. Kommt ruhig her. Was kriegen Verräter? Geld? Liebe? Was steht ihr da denn? Ich könnte jetzt Hopps nehmen. Das sind nicht deine Freunde. Das sind meine Freunde. Das sind die Tuner. Und das sind Freunde vom Pänsel. Das sieht man doch an unsere Autos. Nee, das sind meine Freunde. Nee, nee, nee. Schon wieder eine gelogen. Oder sind wir Freunde? Los geht's? Nein, 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 wir kennen den Mann nicht. Nimm den weg. Wählen die jetzt. Ich bin komplett verwehrt. Ich bin auch verwehrt. Wählen sie, bist du mein Freund? Hi. Und die Juna auch. Die hatte schon deine Schwänze angefasst. Gott, das ist ein Schatz. Geh doch dazu. Ja, Mann. Was? Oh, shit. Ja, Jungs, wir haben noch ganz was zu klären, Mann. Das war herftig. Komm mal mit, Kim. Alles klar. Klär dir das. Hi, Lady, Mann. Ich meld mich nicht. Scheiße, ich übe noch, Körnis. Das war gut. Ähm. Ups. Da weiß ich schon, dass ich Arzt bin, ne? Das war ein fucking fucking punch. Er simuliert. Der ist nicht bewusstlos. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin. Christ, ich wollte das nicht. 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 Hau dem noch mal einen rein. Noch mal? Los, du mal. Ist er sicher? Kinder. Ich habe Probleme im ersten Tag gehabt und das zweite Mal für Fristys Freund. Ich hatte wieder einen Bauchkrummeln. Doch, Mann, wirklich, wirklich? Und da das euer Freund ist, müsst ihr ihn bestrafen. Aber ihr macht das. So, und schüss. Zau dich. Ja. Ja, ja, schau dich. Lass es mir doch. Ich habe nur einen enttäuscht. Die besprechen sich gerade, was sie mit ihm machen. Sieg, sieg, sieg. Gustav, Gustav, Gustav. Warum übertreibst du ihn mal gleich? Warum übertreibst du? Ich bin schwer von dir enttäuscht. Zwei Autos hast du von mir bekommen. Richtig, dann gebe ich dir ein Auto und beschädige aus Schwitz mein eigenes Auto, um ein bisschen lustig darzustellen. Und du, findest das witzig, auf uns zu schießen? Wir haben jetzt 20 Minuten vergoldet, um den scheiß Reifen zu wechseln. Chris, wie das hat er gerade von Dr. Chuck bekommen. Das hat er nicht für dich besorgt. Okay. Geh ja wieder an die Wand. Mein Schlüssel. Weißt du, du musst lernen. Du musst lernen, so wirst du, dass Konsequenzen sind. Ja, und deswegen machst du dich jetzt erst mal nackig. Richtig. Was? Bist du unterhose. Und du packst alles schön in diese Tasche rein. Ach nee, wirklich jetzt? Ja. Keine Diskussion. Du hast mein Vertrauen missbraucht, Sieg. Hör auf uns zu heulen, diskutier nicht und mach dich nackig. Du hast unseren Reifen gefickt. Ich hab. Du hast unseren Reifen gefickt. Vertrauen in Crispy gesteckt, dass er Vertrauen in dich steckt, Mann. Yo, Crispy hat für dich geburgt. Ja. Ja. Ja, okay. Und du hast die Burgys nicht respektiert. Und ich weiß. Nicht lachen, hab ich gesagt. Nicht lachen. Die lachen nicht dicht. Ey, guck doch mal genau hin. Lauch, lauch. So, jetzt mit dem Kopf zur Wand ab. Dreh dich um. Nein, nein, nein. Dreh dich um. Wirst du wirklich? Dreh dich um. Dreh dich um. Du bist das für ein nächstlicher Bart. Okay. Oh Gott, jetzt beleidigt dein... Oh Gott. Welche letzten Worte? Was? Mal eigentlich letzte Worte? Ey, tut mir doch leid, ich wollte doch nicht euren Reifen treffen. Du wolltest nämlich die treffen. Nein. Du wolltest Crispy umbringen und Cam. und Kenny. Du wolltest nicht den Reifen treffen. Wir hätten uns überschlagen können. Weißt du was? Es ist jetzt mit dir vorbei, verstehst du? Es ist vorbei. Okay, wohl. Killerkommando, abhocken. Ah, hast du verstanden? Ihr habt nicht getroffen. Ich auch nicht. Alter. Gott, was ist denn angeschossen? Nein. Nein. die Kugel ging gegen den Millimeter beim Kopf vorbei. Das war durch die Achse. Alter. Das hätte ich nicht gemacht. Das ist Schicksal, dass du noch leben darfst, okay? Und jetzt? Pinsel, halt mir die Augen zu, ich will auch mal. Okay. Held dich um. Was? Held dich um. Held dich um. Okay. Held dich um, hab ich gesagt. Habe ich was getroffen? Ähm. Komm nicht. Oh. Wo ist Doc Chakmann? Gott. Scheiße, wo ist Doc Chakmann? Alter, habe ich dich getroffen? Er leide, er löse ihn von seinem Leiden und gib ihm den Kopf. Ich habe den Kopf. Ich habe den Kopf. Ich habe den Kopf. Sechs wohl. Nein, 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 nein. Er ist ruhig. Alter, du musst Doc Chak anrufen. Doc Chakmann, wo bist du? Wir haben hier eine Schuss. Ich bin schmerzen. Wo hast du mir die Augen zugehalten? Ich weiß nicht, ich habe ihn getroffen. Ähm. Kann nicht wahr sein. Ich bin mir sicher. Ich habe nur auch recht an der Nase, weil du so frech bist. Scheiße, Doc Chakmann. Scheiße. Du bist Doc Chakmann, du bist Doc Chakmann, oder nicht? Au, du stinkst. Geh mal duschen. Aber wir können doch jetzt hier nichts machen, man muss Doc Chakmann. Ich gucke, dass der nicht verblutet. Ja, Erstversorgung oder so. Ich bin echt so ein mieser Schützer, ey. Unfassbar, das ist traurig, ey. Hab ich getroffen? Ich hab da nicht gesehen. Ich hatte wirklich die Augen zu. Doc. Oh ne. Ja, du redest da drüber, du Schweinpriester. Ja, das war ein Missgeschick, Mann, wir haben die Augen verbunden. Oh Gott. Jo. Doch, doch. Ist ein Streifer, oder? Er blutet am Oberschenkel, ich hab den Druckverband dran gemacht. Hallo Chuck. Hallo. Sig, es tut mir leid. Weil mir tut es leid, dass ich dich kennenlernen durfte. Jo, disrespected Doc Chak nicht, sonst geht gleich ganz anders aus. Einer ist, bist du von Hetzer, ey. Richtiger Hetzer hier. Genau, wenn dir Gründer sind, wenn du die Leute da bist. Ach so, da bleiben fast eng, deshalb blüht der. Männer, wir sind hier fertig. Oh, wir müssen auf so einen Idioten aufpassen, dann lass uns abhauen. Ja. Und? Was ist ja gerade passiert? So, treffen wir uns? Soll wir mal wieder im Park gehen? Ja, treffen wir uns im Park. Danke Doc Chak. Oh, War wenigstens die Scherben weg. Klar. So. Fuß beiseite. Jetzt hast du was gelernt, Pinsel. Also wenn jemand unseren Reifen schießt, dann schießt man mal einen Oberschenkel. Dieser Karre ist doch krass. In der Farbe. Das ist krass. Fahren noch nicht so viele von rum. Hier ist es auf. Das ist doch cool. Was ist denn ich? Crispy, Mann. Oh Gott, Pinsel! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pinsel hat die Beine kaputt gemacht, der Wechser. Fäng das, Pinsel. Oh Gott. Junge, die holen sich Jokeslam. Das ist halt zu schwer. Crispy, Mann, warum hast du vor dem Volkstil immer so komische Freunde rein? Ja, küsst du es mit dir. Hey, du hast mir den vorgestellt, Kim. Ja, aber ich wusste, wie er drauf war. Ich bin auch dafür, dass wir ein paar neue Leute brauchen, aber das ist mal alles falsch, Mann. Augen gescheit, so wie Kenny. Genau, so wie Kenny. Kenny ist cool. Kenny ist cool. Kenny ist auch cool. Ist Kenny nicht der Typ? Ah nein, wo ist Kenny eigentlich? Der sitzt da vor uns. Er ist dort. Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen, Kenny. Er ist im Kenny umgebracht, die Schweine. Er ist ja Gustav, hat ihn gerade verwechselt. Kannst du dich auf die Seite machen? Sagst du denn nichts? Oh Gott, aua. Ich komme nicht raus, ich klemme. Mann, 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 Mann. Ist voll schwer. Bleib ich hin, oder? Ich brech die Nimmelte durch, Pinsel. Ich befreie dich. Entschuldig daraus, ich glaube in dich so, wie du um mich glaubst. Sau, nur ein bisschen, das ist Beton. Ja, nur ein bisschen. Mit dir chillen, das weiß ich will. Oh, das ist Dr. Chunk. Dass ich noch nicht gefeuert wurde, ne? Das ist ein Wunder. Mann, das will nicht abbrechen. Ja. Oh, ich habe es. Hast du es? Ja. Kai. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja, ich habe es gleich. Oh Gott, oh Gott. Aua. Jetzt komm. Ja. Warte. Warte, ich habe es gleich. Oh Gott. Schauk-Slam. Ja, ich habe es noch mit euch. Oh. Jetzt komm doch. Ich ahne. Boah, geht doch. Oh. Ah. Ja, danke, Männer, dass mir einer geholfen hat. Was ging es denn? Ey, was war denn los? Er war unter der, unter der Dingskirche. Du sagst was? Du kannst dir das sagen, Alter. War stark genug. Ich habe einen Baseballschläger, das Ding in der Mitte zerteilt, wie Moses. Das ist mehr. Nee, Mann, wir haben doch mit Mirror Park, haben wir doch ein super gutes Verhältnis, man. Auto Exotic. Die haben ja irgendwann mal für meinen Burrito, als ich ihn repariert habe, wie 3000 Dollar abgezogen. So ein Bullshit, Alter. Ja, der Gunny ist der Beste. Gunny, der Beste, Mann. Und Schade. Auf jeden Fall, habe ich auch bemerkt. Ach. Die sind kinder günstig. Immer stimmt halt mit deiner Stimme nicht. Ja, der hört sich krank an. Ja, du kinkst so ein bisschen. Ja, ich bin krank. Ich habe immer noch schnupfen, was auch immer noch Nase zu. Hast du schon mal was für einen Nasenspray gehört? Und C.B. Wichung-Wick? Ja, Kollege. Ja, schon, aber ich bin nicht abhängig sein vom scheiß Nasenspray. Woll, da muss ich korrigieren. Kodin ist eher so ein Schmerzmittel, was aber auch hilft. Scheiße, das sind alle Doktoren. Ja, aber Kodin hilft doch eher gegen Husten. Ja, aber es ist eigentlich ein Schmerzmittel. Ja. Gegen den Opiaten. Oh, geil. Was aus Schlafmohn gewonnen wird. Bald, Pinsel, bald mischen wir. Okay, will jemand Eis? Schoko? Vanille? Was ist denn am Gebüsch? Grüß wieder. Kombiniere, kombiniere das etwas im Busch. Hier? Ist das Pille? Einmal Vanille. Ah, danke. Ich will kein Schoko, Mann. Schoko ist doch die egerhafteste. Ja, Mann. Schokolade ist super eklig. Ja, finde ich auch. Ich komme an. Der hat was gepostet vor zwei Tagen. Nee, dieser Mitch Hunter ist unterwegs. Was denn? Dieser Mitch Hunter ist unterwegs. Er hat vor drei Minuten was gepostet. Ich habe den schon angerufen. Achso, okay. Morgen. Alter, Chris, wir haben Auto gesehen. Hast du das auch gerade gesehen? Diesen kleinen Surfer mit den Graffitis? Ja, da sind Boxkämpfe oben im Saloon, im Paleto. Oh, geil. Ich habe da riecht. Oh, ja, Mann. Auf geht's. Kommt. Ja, aber was mit Chris? Ah, Chris Bills. Kommt. Oh. Aber oben in Paleto, ne? Wo geht's? Das ist ja völlig krank. Paleto, ich fahre. Kampfen. Was meinst du? Das war wie eine Bierbank, als er eine aufgestanden ist. War natürlich ein Scherz, die ist fest verankert. Okay, Kokain. Da gibt es ein gutes Lied drüber. Das heißt Kokain. Hat irgendjemand was gesagt? Ich höre Musik auf AirPods. Tandro drückt mich weg. Jörg dringt mich weg. Hör die Kokain an. Nix Kokain. Doch, von Nomi. Kokain. Du bist ein NPC, nicht Main. Yay. Kommt wieder der Rapper, Mann, von mir in den Mitte. Weil du warst immer Battle Rapper, ne? Na klar, Mann. Hast du nicht einen RBA? Was? Ich war bei der NWA. Das glaube ich ja weniger. Doch, Mann. Ich war Roy Mysterio. Aber NWA ist eine Webgruppe. Nein, NWA ist die Northern Wrestling Association. Okay. Oh Mann, alle tot, ne? Das stimmt. Aber du bist da, oh Mann, das reicht mir. Du warst Doc, Mann. Du hast uns behandelt. Ja, und ich war Roy Mysterio, Mann. Geheimnis. Kampf gegen Dr. Buss. Warte mal, du warst Roy Mysterio? Ja, Mann, klar. Ja, Dr. Chuck. Hallo, Katis. Ja, was geht? Ich wurde tatsächlich von jemandem kontaktiert. Sie wurden kontaktiert schon, okay? Ja, ich habe ihm gesagt, dass ihr Billy habt und mit ihnen zusammenarbeiten wollt. Ja. Und der klang erst mal interessiert und meint, er meldet sich morgen Abend. Ja, aber ich verstehe nicht, warum der Chickmann das nicht schon längst weitergegeben hat. Aber, okay, Dankeschön. Vielen lieben Dank, Dr. Chuck. Bitte. Da sind wir Ihnen auf jeden Fall was schuldig. Ja, leg auf, du dummer Wichser. Okay, die sind interessiert, Roy. Die meinen sich morgen Abend. Oh, nein, nicht morgen. Da, doch, doch, nix Deutsch, morgen kommen. Oh, ich wollte Pläne, Mann. Uma. Du hattest Pläne. Los Santos schickt mein Leben. Scheiße. Los Santos ist mein Leben. Ja, ja, ich schon. Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe meine Kinder und mein World of Warcraft. Oh, diese dreckigen Memas. Und die klang interessiert. Dann geh wieder hin und wir sterben. Egal. Hoffentlich werde ich als Asiate neu geboren. Ich werde wieder geboren. Als was? Als dicker Burgerbrater. Ich will ein Schmetterling sein. Oh, ist der ein krachalarm. Guck mal, wir überholen ihn wieder. Cinque Mila Beste. Aber in dem Schwarzmatt, das hast du dir, weil ich es dir gesagt habe, oder? Ja, aber Kau. Ist eine Maschine, Mann. Ein richtiges Biest. Angst einflößend. Maschine, Maschine. Wir bräuchten noch zwei davon neben den SUVs. Maschine. Die sind halt schon gut teuer, ey. Da hinten fanden Biker. Ja. Oh Gott, vollbremsung gekocht. Es muss Käm am Schneuersatz. Wir haben die abgebremst. Das war ja fast ein Leitbanker im Bretter. Ach, Quatsch. Rennen wir jetzt direkt rein und verteilen ein paar Schellen, oder? Ne, das ist irgendwie ein Boxkampf oder so. So ein Ring oder sowas. Stand, glaube ich, bei links. Ach, scheiße, Rock am Ring. Ja, besser als Cock am Ring. Oder Ring am Cock. Ja, ich bin mal gespannt, also R&D hat ja anscheinend neue Leute. Die müssen sich ja eigentlich Respekt auch mal erstmal verdienen. Weil die alten da vor, die haben sich ja richtig saut. Ich sag zu ihm, er hat einen Daddy-Komplex und er verprügelt mich. Ja, das ist doch schon mal gut. Weil er gesagt hat, er ist der Vater. Stimmt, Vater, Vater Chase oder so ist er. Hat sich Mila nie gefragt, wo ihr Daumenring ist? Das liegt in meinem Zimmer. Das sag ich dir morgen. Nein. Gott, was ist denn hier los? Da muss viel los sein. Geil, Fetzerei. Seit wann ist im Norden so viel los? Seit drei Tagen. Das ist so unglaublich. Das ist ekelhaft, ist das. Oh nein, hier ist immer ein bisschen was. Ja, das stimmt. Hier war auch was. Oh, ich hab gehört, hier gibt's ne miese Fetzerei. Ich hab Bock, Mann. Ja, wer wird sich fetzen, aber ohne Laserschwert? Die ist nicht vorbei. Hi, Dingleburg. Dingleburg, was geht's? Alles Popcorn? Hab ich Popcorn gehört? Ja, doch. Oh, komm, Popcorn. Ich will mich mit dir prügeln. Ach, perfekte Scheiße. Roy. Mach Rob. Wo geht's hier rein, Mann? Grüße. Hallo, Dr. Gimli. Ich will mich einfach prügeln. Howdy. Meine Weste ist kaputt. Wie, deine Weste ist kaputt? Ich wollte angeschossen gestern. Vom Lost. Komm, Mann, du musst wieder eine neue Weste besorgen. Das wär cool. Daher, was ich auftreiben kann. Ja, was heim, was heim, was heim, was die fuu. Ich hab gehört, du bist verlobt. Ich hab gehört, du stinkst. Gott, warum stehst du hier? Ist das dein neuer? Nein, das ist Eis. Ach, komm, da. Was geht ab? Ola. 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 Du hast mal die Tami Schluss gemacht, um mit nem Scheiß-Kopf zu schmusen? Äh. Eglich, oder? Der sollte man eigentlich die Scheiß-Werkstatt anzünden. Ob du doof bist? Der sollte man mal richtig auf die Fresse holen. Wieso, Mann? Du würdest das verstehen. Nee. Daher hab ich so viel Schminker an den Händen. So, Ladies and Gentlemen, Mann. Hier findet jetzt ein exklusiver Boxkampf statt. Wetten abgeben auf den ultimativen... ...Roy, Mann. Dr. Kirsch? Hey. Na, wie war der Tag heute? Gut. Was willst du, Lisa? Nee, ich frag nur... Du willst irgendwas. Du hast mich noch nie gefragt, wie mein Tag war, du Wichser. Nein, wirklich. Was willst du? Ich wollte dich fragen, warum du meine Scheiß-Sekretärin so dämlich anmachst. Welche Sekretärin? Hast du dir gesagt, dass ich dich vom Grundstück verpissen soll und nicht mal es anwesend darf? Jo, pass auf. Jetzt we rap no cap, ja? Okay. Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Pillbox. Ja. Ich kann dir sagen, dass ich damals auf die Straße gegangen bin, um fürs Baker zu kämpfen gegen das Pillbox. Okay. Ich vertraue niemandem davon. Und es ist mir... Okay, pass auf. Lisa, du bist einer von uns. Ich bin einer von euch. Ja? Halt dich von Leuten aus dem Pillbox fern. Aber ich brauch da noch was. Ja, aber die sollen nicht bei uns auf ein Grundstück kommen. Ich vertraue dir nicht. Einen Zentimeter. Yo, check it out. Ich weiß... Lisa, vertrau mir. Ich weiß, wer diese Leute aus dem Pillbox drauf sind. Das sind Schlangen. Das sind alle Schlangen. Okay. Wenn du mir einmal in deinem Leben vertrauen musst, nur... Wenn ich eins im Ding frei habe, dann vertraue mir da. Aber das ist meine Sekretäre. Wir besorgen dir eine neue, eine Hübschere. Okay. Ich zahl. Das ist eine 10 von 10, Alter. Das ist doch keine 10 von 10. Das ist eine Mutti, Bro. Ach, Kusch. Und genau deswegen werden wir nie richtige Freunde. Warum? Ich klär das. Was klärst du? Oh. Wer hat gewonnen? Ähm... Der andere. Popcorn. Penny? Howdy. Pinsel. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Woher weiß der, dass ich das war? Wurde man da schon wieder durch die Maske erkannt? Oh, wow. Das will ich jetzt wissen. Junge, ich bring die um, Alter. Ich bring die alle um. Ey, Junge. Bitte. Bitte. Einmal. Fuck jetzt, Roy. Guter Kampf. Ja, Roy. Ja, Roy. Guter Kampf. Hast du dem Laser gesagt, dass ich vorhin was gesagt habe zu der einen da? Popcorn, warte mal kurz. Weißt du? Hat er dich gefragt? Ja. Nein? Okay. Also nicht, oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube nicht. Warum? Was passiert? So, aner für dich, Roy. Danke, Mann. Danke dir. Weil der mich gerade anruft und fragt, warum ich seine Sekretärin angemacht habe. Aber, Bro, ich habe eine Maske auf gehabt. Und solche Spielchen spiele ich nicht mit? Das ist ein ganz komischer Dings. Ich habe gesagt, wenn er mir einmal im Leben vertraut, soll er mir da vertrauen, was das Spielbox angeht. Und dann meint er, klar, das. Ah, Harry. Ah, warte mal. Roy. Ah, was denn? Also, es war ein guter Kampf. Ja, alles cool, Mann. Ja, ja. Alles cool. Komm gleich nach vorne. War mir wieder, Fett, Mann. Komm her. Nein, nein, ich wahrne dich jetzt nicht. Du bist voll verschweißt, Mann. Warum bist du nackt, Christy? Du doch auch. Ich dachte, das wäre ein Boxkampf, Mann. Ich ruf mal an. Ja, das sind telefonieren. Das ist schon ein bisschen sexy, muss schon sagen. Also, in meinen ganzen Läden werde ich nur eine Sache einfordern wollen. Von dieser Gruppe. Lass sie mir, wenn ich sage, glaub mir, wirklich vertrauen. Einmal nur. Ich will nichts haben. Ja, alles gut. Ja, also, keine Ahnung. Ich und Harry jetzt sind echt ziemlich cool, Mann, seit Crackhouse-Zeiten schon. Ich glaube, mit ihr echt kein Problem. Aber wenn du das sagst, okay, dann hast du es so. Ich bringe Geld wieder. Ich geh mal auf Klo. Das wäre das erste Mal, dass ich mich da über dein Dingswort aufrufeinere. Ich knall die ab. Ich sag's dir. Ich mach die weg. Kein Problem. Aber sogar die hat mich immer gut behandelt, Mann. Im Pillbox. Pillbox sind alle Schlangen. Das sind Schlangen. Ja, nicht alle vielleicht. Doch. Das sind Schlangen. Frank Dr. Chicken. Frank Dr. Chuck. Nur Probleme mit denen. Monatelang. Ja, wenn du das sagst, ist das okay. Trust me. Also, danke für Luisa von 13. Gib dir an deinem Trust eine Chance. Sekretärin. Alle, die Crispy bisher angebracht haben, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Das hat sich alles bestätigt. Und jetzt habe ich ein ganz schlechtes. So schlecht an sich richtig. Ja, ich vertraue dir, Mann. Okay. Jeder kriegt seine Chance. Wer prügelt sich jetzt? Wir wissen, woher die weiß, dass ich das war. Das wird eher so ein Catch. Man kann über einen Kamm auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich stampfe dich unter den Boden, ich sag's dir, Mann. Zieh dich doch erstmal aus, Mann, Süßer. Ich zieh dich gleich nicht aus. Ich werde dich auch. Ich will Haut sehen, Mann. Ach Gott, natürlich will ich das Haut sehen. Kämme wie dreckig oder kämme wie nicht dreckig, Crispy. 31 Stimmen als Butz, ja. Das ist ja schon wieder. Na ja. Was dreckig heißt, ist ganz einfach, hä? Batz, 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 batz. Das geht jetzt hier um den Second OG-Kampf, yo. Weißt du, was bedeutet das? Ich will ein bisschen Erde und dann werf ich die mir ins Gesicht. Das kann ich von dem Film mit John-Clone, verdammt. Das hat ihn in die Augen. Aber das ist eine Sonnenbrille auf. Das ist ungemacht. Oh shit. Du wichst hart. Du wichst hart. Komm her, du wichst. Da liegt die langen Hose. Das ist OG, Crispy, Mann. Ja, Crispy, ja. Skr, Skr. Skr, Skr. Das ist ungefähr. Er hat gesagt, ich kämpfe an den Sub. Ich glaube schon, ne David. Crispy, Mann. Gute Arbeit. Danke. Any crime subs lefty in the channel? Das ist ein bisschen. Wann, Markim hat verloren? Ja. Was für ein Loser. Da liegt da, der Lutscher. Warte mal, wo ist denn hier der Chef von dem Laden? Ja, Moment. Ach, grüße. Alter, Dinkelberg, du bist der Chef? Nein. Hey, hier, neben mir. Du brauchst bunte Lampen, Mann. Für die Arena. Das sieht viel cooler aus. Alter, wo ist Pinsel? Ich hab dir vier Riesen für zwei Lampen gegeben. Oh, stimmt. Weißt du was? Und ich leg noch welche. So, jetzt lauf mir zusammen. Ja. Oh, ja, ja, ruf an, Mann. Das ist wirklich nur angenehm. Ja, right. Bob, komm, Mann, was gibt's Neues? Was macht, was macht's denn die Chance, Mann? Was macht den Norden, was geht bei dir, Mann? Kannst du was besorgen? Hast du Probleme? Können wir dir helfen? Ne ganze Scheiße. Ach, du, ich hoffe, dir geht's gut, Bruder. Was, Basti? Schon lange nicht mehr geschrieben. Kommt, dann baut sich doch alles so ein bisschen auf. Was heißt das? Ja, so, der EOD ist jetzt wieder da, dann ist es da mal ein bisschen mehr Verlebung. Ja, die Zahlen haben wir an den Loser. Scheiß auf die Lutscher, Mann. Ist das noch der John oder wer ist da drinnen? Hey. Was ist denn der John? Keine Ahnung, der hat sich wohl verpisst mit der ganzen Kohle, die er, ne? Und mit seinen Autos und der dicken Villa. Kai? Ja, ja, das A, damals beim EOD war das A für Automobilclub und das D für Dicke Villa. Oh, die ist rollig. Ich glaube, da hinten läuft die rollig. Das O, ohne Schrottplatz, geht gar nichts. Ach, das sind neue, ja gut. Die müssen sich erst mal den Rest verdienen, Mann. Au D ist für mich, Au D, ja. Ja, ja. Loser. Mayans, 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 Mayans sind wieder back. Im Norden? Ja, im Norden. Ich finde die Mayans am coolsten, aber nur wegen der Kutte. Hier, 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 es gibt's die Mayans nur noch im Norden, die im Süden gibt's nicht mehr. Ach, die gibt's nicht mehr? Nein, die sind alle im Flieger. Ob ich so eine Dings-Supporter... Boah, Mayans ist halt, ist halt die Besten. Ja, uh, yeah, Mayans, Norden, ja, Mann, bester Rockerclub, uh. Seid ihr wieder im Norden? Ja, ja. Cool. Ich hab ne Frage, ne? Ihr kennt euch doch aus. Was brauchst du? Den sollen wir umbringen. Gestern war so ein Autogeschäft offen, ne? Ja. Wisst ihr, wen das gehört? Roy, du warst doch auch so Grazy Legende, oder nicht? Das war Mo, Mann. Das ist ein Hobby von mir. Ja, der lacht immer so komisch, wie so ein... Egal. Ich hab keine Ahnung von Autos und... Der Lackawacki oder so hieß der. Wie oft weißt du, wann der aufhört? Ich wollte ja vielleicht mal ein Auto holen. Einmal im Monat, zweimal im Jahr. Aber was für ein Auto wollt ihr denn? So ein Bison, meine Jungs waren einfach zu schüchtern, ne? Die haben gesagt, er hat ihn eingeschüchtert, der stand da ungefähr so und, ne? Warte kurz. Stand da ungefähr. Riechst du das hin überhaupt? So wie ein Boss halt, ne? Der stand da immer so und hat immer gelacht, so. Und die waren einfach eingeschüchtert, ne? Das war der psychisch, wow, gestern noch. Oh, gestern, gestern? Ja, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ey, das ist der beste Auto... Das ist der beste Autoverkäufer in ganz Grabsie. Soll ich das überlegen? Ich kann das mal an den Tisch bei uns, ja? Ich wollte sowieso mal die Tage bei euch vorbei, ne? Ich hab gehört, ihr habt jetzt, ja, euer Haus angestrichen oder so. Ja, wir haben da ein paar Riot-Pug-Waffreddies gesprayt. Echt? Ja, wo? Kann man da einfach rauf, ohne dass ihr sagt, das ist mein Turf, ich bralle euch kaputt, jo? Ja, natürlich. Das Cracky Nettle ist... Aber keine brennenden Mülltonnen. Ja, das Cracky Nettle... Hier. Ich weiß nicht, ich hab Erfahrung mit Ballers. Ja, ja, Purple Rain und so, ne? Aber, aber... Das Cracky Nettle ist die Botschaft für den Norden in der Stadt. Ja, richtig, das ist die Botschaft des Nordens. Musstest du das nicht? Was? Aber das ist doch in der Stadt. Ja, pass auf. Wo wir Politik gemacht haben, hat Kim Miller die Botschaft, braucht mir natürlich, ne, auch was... Na, oder? Auch was für den... Eine Frage. Ja. Wo finden denn Boxkämpfe statt? Hier. Ihr seid... Die finden da statt, aber ihr seid ein bisschen spät, ne? Ihr hättet auch gegen den einzig Waren kämpfen können, ne? Wer ist der einzig wahre Hase? Ne, Popcorn, ne? Ach, se. Oh, Popcorn, hola! Oh, ey! Oh, den kuschelt, Mann! Peaches? Seid ihr das? No, nicht. Das ist Nita. Also, ich bin... Oh, Gott, oh, Gott! Oh, die Fresse gefallen hier! Auf jeden Fall... Ja, Rai war doch auch mal Aproportender und so, weißt du, was ich meine? Scheiße, warte, Popcorn, ich komme zu dir! Weißt du was? Ja. Ja. Aber jeder kann vorbeikommen. Ja, scheiße, ich komme einfach mal so. Dann können wir nochmal dann schnacken, ne? Ja, klar. Ist spät, ich will eigentlich auch ins Bett. Ich habe mich zu oft geprügelt, muss ich zu vielen Leuten auf die Fresse haben. Ähm... Na? Ja, tiptop. Wenn du irgendwann Support-Match habt, dann sag Bescheid. Ja, aber was denn für Support-Match, ne? Was würde dir so einfallen? Sticker? Dann kleben wir dir an alle Laternen und so, oder? Was meinst du? Das Support-Mayans-T-Shirts. Das Support-Match? Ja. Es gibt ja sogar Kutten, wo Support einen draufsteht. Ey? Na klar. Ich habe ganz lange in Europa gewohnt. Da gab es andere Motorort-Clubs. Ja. Der Luabi aus Duisburg und so. Voll la beck, Quarani. Guter Freund von mir. Voll la beck. Ey, ihr wolltet den Wiesern, oder was? Ja, da wollten meine Jungs denn kaufen. Ja, ja. Aber alles gut. Ich habe den Typen eine Wienert-Nachricht geschrieben. Mal gucken. Alles entspannt. Wenn der mal sich mit Internet auskennt, ne? Mal gucken. Ja, mach da, mach da. Ich rufe ihn an, Mann. Ich sage ihm Bescheid. Ja, danke. Das sind eh meine Autos, die er verkauft. Echt? Ja, ich beauftragte ihn halt immer, meine Autos zu verkaufen, weil ich keine Ahnung habe. Ja, wie so ein... Was ist denn der? Weiß ich nicht. Neu? 28.30 oder so. Ich kenne mich auch nicht mit Autos aus. Guck mal. Ich gebe dir mal meine Nummer. Mach mich an, dann klären wir das morgen. Ich habe nur ein paar Rocker zu verschlagen. Es gibt einfach meine Nummer. Das ist, glaube ich, schneller. Einmal. Gib dir doch einfach gegenseitig die Nummer an. Oder gegenseitig an. Irgendeiner wird dann irgendwen erreichen. Das Anrufen finde ich immer so komisch, ne? Ja, ich gebe dir meine, Mann. Äh, 401. Ja, 401. 229. 401. 229. 401. 229. Ja. Ja, das ist halt immer so, wenn wir halt mit mehreren Leuten unterwegs sind, dann ich permanent habe einen Bock, ein Bike zu fahren, ne? So, ähm. Hast du lange keine Revolterfahrt? Ja, ne, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Na? Ja. Siehst du was? Danke, danke. Danke dir. Also, ja, Mo hat mir das erzählt gestern, Mann, dass wir mit denen ein bisschen zuhören sind. Die waren ganz okay, Mann. Wenn Mo das sagt, dann glaube ich das nicht. Ja, stimmt. Unsere Jungs haben da so ein Gang-Burrito gekauft. Oh, ihr habt den B-Bugs, Mann. Oh, nein, Mann. Das Auto hat Geschichte, Mann. Das Auto hat Geschichte, Mann. Das Auto hat Geschichte, Mann. Ja, also, ich finde das Auto einfach auch cool, ne? Manchmal, wenn man da, na, das eine oder andere macht. Ja, klar. Ja, es hilft. Nö, ich melde mich dann einfach. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich sehe uns irgendwann mal auf so einen Shopper. Wir sollten uns mal kaufen, Mann. Ich habe nur so einen Roller, so einen Faggio-Sport. Ne, momentan ist der Trend daher Richtung Shopper, da will ich nicht mit Kanteil nehmen. Ich sage nicht, wie es ist, ne? Ne, ne, es gibt einen Trend in Richtung Shopper, aber es gibt auch einen Trend in diesen Richtungen, dieser Faggio-Sport, ne? Fahren wir in die Stadt, die fahren da alle mit rum. Aber ich habe eine Frage. Also, du kriegst einen Bierkasten zwischen die Füße, das ist perfekt. Wenn man jetzt, ich sage mal, wenn man jetzt Prospect bei euch wäre, dürfte man eine Nightblade fahren? Wenn dir eine Nightblade reißen kannst. Was kostet eine Nightblade? 50k, glaube ich. Ja, das war gar nicht. Wo kriege ich die her? Bei Sanders, ne? Hast du eine Nummer? Du kaufst dir keine Nightblade, Schausch weg. Ich will mir schon seit 5 Wochen eine kaufen. Ich gucke mal im Wienet, warte kurz. Ich sagte dir gleich durch. Wohin mach das nicht? Wohin mach das nicht. Wohin doch. Dann kauf ich mir eine. Ja, wir beide, Mann. Also eine Nightblade ist cool, also keine Frage, aber das Ding ist halt, wenn man 425, 425. Ah, ja, ja. Das Ding ist halt, wenn man in einer Gruppe fährt und die anderen Leute keine Nightblade haben, ist es halt beschissen, ne? Weil die Nightblade ist einfach 10 mal schneller als alles andere. Ja, aber man kann ja nur Dings, ein bisschen Gas geben. Ja. Es geht ja um das Modell. Schaffen ja nicht alle. Weil ihr seid ja eher so alle so Harley und so. So in die Richtung. Ich hab halt so ein Oldschool-Ding hier halt, ne? Aber... Mit Zombies das, ne? Ja, genau. Aber halt soft, ne? Ich tanze mein Sombrero. Bisschen Vintage angeht. Wollen wir schon lange eine kaufen. Aber wenn ich mir jetzt eine Hohlzeige alle mit dem Finger auf mich und lache mich auf. Ich hab auch irgendwie das Gefühl, irgendwie... Ja, ja. In letzter Zeit ist irgendwie der Trend dazu da, ne? Aber... Whatever. Den nutze ich immer für, ähm, für... Gut, wenn ihr March habt, sagt Bescheid. Wenn ihr March braucht, ich hab einen Kumpel in Portugal. Ja, wirklich. Der produziert dann fair, oder was? Ja, hab ich wirklich. Ich hab von Pillbox die Uniform herstellen lassen. Für Pillbox. Was ist eigentlich mit... Habt ihr das gesehen auf Wiennet, dass da irgendjemand Meinungsumfrage macht? Pillbox oder Baker? Was ist besser so? Es gibt keinen... Es gibt keinen Pillbox mehr. Baker! Ich meine, für das Baker hab ich das machen lassen. Baker, Hooligan, Mann. Ja, ist cool. Also, ich komm nochmal drauf zurück. Ähm... Ich weiß zwar nicht, warum die Nerds bräuchten. Ähm... Ich hab vielleicht Support... Also, ich bin ein Supporter. Ich hab schon immer gesagt, die Meilen sind die Coolsten. Ja, aber... Schlimm kann ich bestätigen. Die Startmeierns waren ja immer... Die Startmeierns noch nie mit den Kontakten. Ich hab mit euren alten Truppen, hab ich mal was zu tun gehabt. Ja, mit Hector und so, ich weiß. Ja, Mann. Die hatten auch ein gutes Verhältnis, eigentlich. Ja, hat er schon immer mal gesagt. Das stimmt. Stimmt. Ich komm auch mal auf dich zurück wegen was anderem, Roy. Alter, einfach Bescheid sagen, Mann. Ich bin der Mann für alles. Oh, mhm, Skirt, Skirt. Ja, mhm. Oh. Gut, gut. Alles klar. Machen wir morgen. Ich komm sonst mal vorbei. Oder wir kommen mal vorbei. Ruf ein Warnmann. 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 Merch. Merch kommt bald, ne? Soon. Ich hoffe. Marjans Unterhose, da seh ich mich nicht. Da seh ich nicht auch. Marjan. Oder so ein Elefantentanger. Der Südens. Tolles Lied. Wann kommt das auf dieser neuen Plattform? Scratch. Sehr catchy. Das müssen wir mal organisieren. Das müssen wir mal organisieren, ne? Ich wünsch was. Alles gut. Hensu, warst du? Ähm, telefonieren. Mit dem müssen wir alles. Oh, was macht Daddy? Das ist mein Papa. Jawoll, wenn du dein Bild holst, hol ich mir auch einen. Ich hab zwei bestellt schon. Okay, 50.000. Scheißegal. Was habt ihr bestellt? Nightblade. Ey. Ich wollte schon seit Wochen einen. Ich weiß, dass ich ein Motorrad die ganze Zeit vor Augen hatte. Mir ist der Name nicht eingefallen. Aber als der Name gerade gefallen ist, ist es direkt eingefallen. Boah, hat der aufs Tor bekommen, Alter. Und den in schwarz mit so roten Dings, diesem Rahmen. Boah, Alter. Hier machen wir einen auf Hells Angels. So ein Ding wird das. Boah, weil der Trend geht zum Motorradclub. Nein, nein, nein. Nicht den Namen sagen. Was ist eigentlich dieser Broadway-Wert? Keine Ahnung, 35. Achso, ich dachte, der wäre mehr wert. Warum? Kein Pinsel, was hat Herr Morais gesagt? Sollen wir ihn da gleich noch hinfahren testen? Ähm, wie du willst. Der hat gesagt, ich soll mich morgen nochmal melden. Ähm, heute hat nicht viel zu tun. Was? Wirklich, ich mach. Weil er was auf dem Boden liegt, Christy. So, ich dachte, ich so ein Stück. I like, I like. I like. Oh. Danke. Keine Ahnung. Ja, lass gleich nur wenigstens mit der Sundress testen. Wie du willst? Wollen wir noch ein bisschen da auf deinen Parcours jetzt, Pinselmann? Ja, let's go. Auf geht's, mein Jungs! Spaß haben! Ja! Ähm, okay. Tschüss! Tschüss! Adios! Adios! Oh, stopp! Die hab ich nicht alle betangen. War das nicht diese Peaches? Ne Ahnung, was der Pfeifen natürlich... Nee, war die nett. Ich verstehe diese... Ich verstehe diese... Ich verstehe diese... Was verstehst du nicht? Ich hab mal ganz, ganz früher einen Kumpel gehabt, der hieß Sticky, ne? Der war so modebewusster. Sticky auch! Keine Ahnung, vielleicht auch Guatemala. Ja, Syrenius tragen, Babyblau. Oh, I'm 13. Das sind die Aztecas, die sind... 18th Street. Ja, ja. 51 Jump Street. Der Typ hatte gerade schwarze Air Force... Paletti Air Force One-Dings an. Und ich glaube, der hat überhaupt keine Ahnung von seiner Kultur. Der weiß gar nicht, was das bedeutet. Vielleicht ist er hier aufgewachsen. Ja, aber wir sind... Hier ist the Heat, Bro. Wir sind Los Santos. Wir sind die Palme und so. Ja, und dann lass ihn doch sein, wie er will, Mann. Aber ich finde das super weird. Weiß doch auch. Ja, ich auch. Guck unsere Truppe an. Sie ist super weird. Ja, aber wir sind... Geh mal an, Alter. Geh bis ran hier. Weißt du, der Blut ist einfach mein Dokumentationsherz. Was? Warum ich? Ich darf nicht lachen wie die anderen. Ja, aber auch manchmal muss man über sich selbst lachen. Ja. Der Trend geht ja zum Motorrad. Wir müssen alle ausstatten. Der Motorrad. Ja, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Der Trend geht. Ich hab... Ne, da bin ich... Ne, ne. Oh. Na klar. Komm, lass uns alle eine Kutte kaufen. Wir müssen die AODs genauso behandeln wie vorher, Mann. AODs, AODs, AODs sind Pisser. Hat mit denen vorher auch nichts zu tun. Ich auch nicht. Einmal nur kurz wegen dem Event. Bin mal vorbeigefahren und abgehoben. Nur weil da so ein neuer Wichser jetzt denn sagen hat... Juck mich schon. Kim, Mann. Wer fährt? Wer ist du, Kim? Ja. Alter, mach nen Führerschein. Oh Gott. Wow, wow, was? Ja, das ist das Auto, Mann. Ich kenn das. Das ist schwierig. Also Reifen ist nicht so ganz gut. Axis gebrochen. Reifen... Was? Oh Gott. Oh nein. Einmal rechts ran fahren, bitte. Ja, genau. Weißt du, der macht das die ganze Zeit und ich werde angehalten, Alter. Wieder vorne, Mann. Wieder vorne. Bleib ruhig sitzen. Das ist unfair, Alter. Der macht das schon seit einer halben Stunde. Ich mach das einmal kurz. Kim fährt total bis auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Grüß dich. Guten Abend. Alles in Ordnung? Ja, ich wollte nur meine Reifen warm fahren kurz. Dass die oben so staubig ist, ne? Ich will mir die Karte nicht kaputt machen. Das gibt's auch nicht. Ach so, ich hab ihnen was wie sie. Oh, der klingt besoffen, ne? Dankeschön. Danke schön. Alles gut. Oh Gott. Der ist da richtig schön leer. Kann ich einmal den Führerschein nehmen, bitte? Der K. Ja. Wir kommen grad vom Boxingfeld da oben. Ja, wir klein. Du bist doch eigentlich in der Stadt unterwegs, oder? Ja. Ich hab dich mal gesehen, als ich joggen war. Alter, wir sind Urkinder des Nordens, Mann. Oh, grab me for life. Ja, Mann, 8,950 Gäste, gell, Bruder? Ja. Boah, ich dachte grad... Wir sind im Führerschein da schon mal zurück. Einmal kurz abwarten, ich überfrucht das Auto. Haben die das Motorrad gesehen? Nein. Ich dachte grad, da kommt ein Reiter auf dem Pferd. Das ist grad ganz fiert aus. Ja, einige Motorräder fangen grad in den Norden. Und die haben alle so rauchige Stimmen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich sollte auch anfangen. Ich kann auch, der auch. Oh Gott, Mann. Pintel, du musst keine raue Stimme haben, um den Motorrad beizutreten zu können. Ja, Mann. Sollten wir Nightbait klappen? Das ist ein Klischee. Ja, dann geh ich nicht drauf. Die gibt's nicht, die sind tot. Ja, die tragen doch blau, außerdem, was denn das, ey. Das war cool. Okay, in der Akte und so weiter ist soweit alles in Ordnung. Ja klar, ich bin nur Doktor. Was habt ihr denn, was war das denn gerade für ein Fahrmanöver? Naja, das kennen sie ja bestimmt aus der Formula One. Von Michael Schumacher. Aber da driften die doch eher weniger, oder nicht? Nee, nee, wenn man das macht, dann fährt man die Reifen warm. Ach, die Reifen warm. Haben sie vor, gleich ein Rennen zu fahren? Nee, nee. Doch, mit der Krass. Halt's Maulpinsel, Mann. Wirklich? Ja, das stimmt, aber der sagt ja die Wahrheit. Ja, das stimmt allerdings. Wir sind auf dem Weg zum Dings. Wir können gerne mitkommen. Wir brauchen ein paar Männer. Ist das denn alles offiziell organisiert und so mit abgesperrter Rennstrecke und so? Ja, ja klar. Natürlich. Wunderbar. Sagen Sie, Kollege, waren Sie nicht mal beim Pidi? Ich? Ja, 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 ja. Ach ja, die Wichse habe ich gedutscht. Oh Gott. Tut mir leid. Der hat da gekündigt, weil die nicht so cool waren mit Bidi Scharf. Bist du Pinsel? Ja. Ja. Ach scheiße. Du hast mit meiner Schießerei den Rücken gedeckt. Da bin ich sehr dankbar für. Kein Ding, ich habe mit dem Rücken. Das ist ein Kumpel von dir? Das sind meine Freunde, ja. Roy, ey, Mann, man kennt mich. Skr, Skr. Jo, Doktor Karl, das ist Kusch. Aus dem Baker. Nord und Süd. Gut, ähm. Wir haben den Krieg der Mediziner gewonnen. Wenn das Manöver zur Vorbereitung auf das Rennen war, bitte ich Sie das demnächst zu unterlassen, wenn die Verkehrslage hier so aussieht, ne? Und besonders, wenn man ein Sheriffsauto im Rückspiegel sieht. Jawoll, Sir. Aber, äh. Es ist uns leid, Sir. Aber da Sie dadurch ja niemanden gefährdet haben, ist das okay gelassen. Oh Gott, was ist denn jetzt? Da sind noch irgendwelche Pfeifen hier. Und scheint ist da oder den ich darf. Oh. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, ne? Und was bei der... Was denkst du, wo die hinfahren? Tschüss. Tschüss. Alter, was passiert hier? Vielleicht sucht der Ar, vielleicht re-re-re-kruiert denn, re-re-re-kruiert. Boah, fuck. Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re자가-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re... Was? Moment. Das sag ich zu mir selber gerade. Ach so, ich bin sehr schön. Ich sag du das schon wieder aus. Ja. Stay in the life. 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 Chase me if you can. Ach, da seid ihr. Ihr seid doch gerade so weit gefahren oder nicht? Zack, da hat er ein Obstladen dahin mitgenommen. Boah, das hier. Warte, wir müssen Bikes holen. Wir müssen unten die Bikes holen. Außerdem sagen wir dem Sheriff, dass wir auf einer Motocross-Strecke wollen. Jo, du Motherfucker, ich fick dich. Hast du mich verarschen, Kim? Ja, ganz ruhig, Mann. Alles cool, Mann. Was? Hast du mich gerade gerammt? Weißt du, wie toll die Car ist? Was brauchen wir? Ey, ich muss anders. So was kommt nicht. Was? Was brauchen wir jetzt? Wir müssen die Bikes holen. Ja, wir müssen die Bikes holen. In Condemption. Ach. Okay, schnell hier rein, Mann. Wo sind die? Komm mit. Warte, warte auf die anderen, Mann. Ja, wir müssen sie eh wenden. Ja, kurze Kick, kurze Kick, wir dürfen aber nicht übertreiben, Alter. So, jetzt haben wir für deine Mutter. Stay kann ja auch nichts dafür. Der hat ja letztes Mal in seinem Stream auch gesagt. Oh Gott, da komm ich in Form. Ist ja auch nur Spaß. Hier links. Flachsange. So. Haben die schon gemerkt, dass wir weg sind? Diese Idioten. Ey, yo, wer bist'n du? Yo, it's me looking for. Ich kann das nicht, ich kann das nicht zitieren, aber das war aber irgendwie sowas von, ich kann doch nichts dafür, dass die ganzen Streamsniper und die Fame hohen dahin kommen, wo ich bin. um einmal meine Stimme zu hören, irgendwie so. Das hat's Dale gesagt. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ja, genau, beim PD-Abgang. Einer noch. Hast du schon mal die Stärke gefangen, Woll? Nö. Boah, das ist richtig geil. Alter, ich sag dir ganz ehrlich, mein Leben besteht nicht aus Spaß haben. Ja, ui. Ja, ich freu mich gerade tierisch, Mann. Ich mach sowas sonst nicht. Ich hab für sowas gar keine... Ich sag nicht, der Tank ist leer. Doch, der ist nur halb voll. Vielleicht müsste die einmal zum Tank schlafen. Ich glaub, ich hab hier noch was, Mann. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Kim, nein, Kim. Warte, ich tanke gerade. Ja, ui, Mann. Wo hast'n du denn... Wo hast'n du das Ding her? Ja, der stand... Ach, der stand da. Ah. Mal, du Pinzern, es wird getankt gerade. Okay, fertig. Es ist halb voll. Ich trink kein Bier. Wir fahren jetzt nochmal... Oh, du Wichser. Du Wichser, Alter. Ich fick dich. Warum fährst du mich an, du Wichser, Alter? Au, ah. Sollen wir in die Tanken fahren? Ja, hier hab's ja die wohl. Ach so, die ist an. Wir fahren, Alter. Wir wollen, können die und Tanken fahren. Ich muss nicht... Okay, dann komm mal mit. Oh, das ist ein richtiger Moped-Club. Das sind die Raffaldas. Das ist auch ne Kutte. Ich zieh die Kutte an den Wichser. Ich zieh die Kutte an den Wichser. Am besten fahren wir aber kurz rechts rum. Erst mal gucken, ob das Ziel höher ist. Weil sonst... Lass uns doch einfach zum Start gehen, Pinsel. Und von da fahren wir dann immer in Runde. Ja, dann müssen wir rechts rum. Okay. Okay. Ist höher gemacht. Ja, klar. Meinst du den Tanken habe ich Scheiße? Nein. Müssen wir nur... Ach so, warte nicht, da ist einer dagegen geflogen. Doch, ich hab mir fast das Knick gebrochen. Okay, das ist die Cross-Strecke. Hier ist ungefähr der Start und dann muss man in Fahrt. Jenny, vielen lieben Dank für den Wight und Talon alle. Unerschönen Abend. Keine Ahnung. Man kann ja sagen, erste Runde Innenkurve, zweite Runde Außenkurve. Ja, du musst denen erstmal die Kurve zeigen. Ja, ich zeige euch das. Ah, Moment, warte mal ganz kurz hier bitte. Da gibt's nachher zwei Abkürzungen. Zuerst muss man die Innenkurve und dann die Außenkurve nehmen. Hammer hatte sein. Vielen Dank für den Prime-Service. Chat, begrüß die Leute mal. Ansonsten einfach der Strecke folgen. Und du stehst falsch rum, du Idiot. Bitte dem Straßenverlauf folgen. So. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Ja, Moment bitte. So ungefähr. So, ich bin zu früh, Komma. Was hörst du denn für den Song? Nein, du beim Lade. Ja, du hörst. Ja, sag mal, was du anmachst. Action, Mann. Okay. Sarit ist dabei. Also, seid ihr bereit? Ja, Mann. Nein, naja, ich weiß nicht. No, dann. Alles hatte ich über. Aja. War erwartet? Aja, was der Komm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich habe einen Pfeilrüx hier gemacht. Das bist du im Dienst. Was? Ich bin am Ziel, ich bin durch. Bist du im Dienst? Nee. Komm mal, Gott, schnell. Ja, ich kann nichts machen. Komm mal wieder her. Ja, wo? Rechts von dir. Wir müssen, Jan, da, und jetzt links. Fahr dann links, 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 durch den Zaun. Das ist der Gegenverkehr. Ach so. Durch den Zaun. Aua. Ich kann nicht mehr weg sein. Aua. Zum Glück nichts Schlimmes passiert. Wo? Aua. Wo geht's hier lang, ey? Ich wollte ihn wirklich verloren. Alter, dem geht's gut. Der bewegt sich sehr schnell. Links von dir. Hier. Siehst du mich? Nö. Du fährst auf mich zu. Hier. Guck mal. Der Boy. Wo? Alter, das bist du gar nicht. Kannst du... Ich bin links von den Autos. Ich bin links von den Autos. Geradeaus? Ich seh nicht. Hier rechts von dir. Ach, da. Ich bin links von den Autos. Oh Gott, der Boy. Warte. Dem geht's gut. Der ist so ganz sackig. Dem geht's gut. Yo. Ich denke, ich bin ein Flümmi. Bing, boing, bing, boing. Ich will etwas versuchen. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Halt's für das Becker an. Guck. Kann ihn. Ich halte ihn. Ich habe ihn. Audi. Halli, es kalt ist. Wir haben verletzten an der Motorcursstrecke. Ja, ich schicke jemand vorbei. Bei 7, 8, 0 darunter. 7, 8, 0. Genau. Unter Harmonie. Okay. Dankeschön. Ich mache mal Unterhabe. Ähm, ja, oh boy. Ähm. Ist der mit dem Kopf da oben gegengeknallt? Stimmt. Nee, nee. Siehst du, dem geht's gut. Der hält sich um an den Seilen fest. Darfst du zittern? Zittern nicht. Rät dir nichts an. Ist doch klar. Frächer kommt. Ich kann dem nicht helfen. Wir brauchen Fireware. Waffenfreundet 6. Ach so. Pinsel, hast du nicht so einen Schlüssel für die Autos, die da stehen? Äh, doch. Dann kannst du das hier parken und dann auch wieder raufjumpen, oder so. Hä? Kannst du doch hier parken und das so als Rampe benutzen. Das sind doch eigentlich die Rammen gebaut von, guck doch. Ja, aber wenn du hier das Auto rausstellst, dann kannst du vielleicht ihn da von den Seilen holen. Ach so. Ach, Quatsch. Mach dir doch gut. Und dem Roy ist ganz kalt, der ist voll am Zittern. Zittern nicht, Junge. Und was machst du hier grad so? Ich häng ein bisschen ab. Ich bin ganz viele da. Ja. Hallo? Wo bist du? Was? Staub, oh Gott. Roy ist grad bewusstlos. Oh Gott. Fuck. Oh Gott, jetzt ruft... Bruder, wir haben zehn nach zwölf. Jetzt ruft er an. Das war's. Ich kann auf jeden Fall nicht fahren. Oh Gott, ich bin da oben runtergefallen. Ich hab mich festgehalten. Oh Gott. Oh boy. Ja, ist das in meinem Mädchen. Ich bin hier langerufen. Oh Gott. Ganz schlechter Zeitpunkt gerade. Oh Gott. Ich hab mich voll auf die Frasse gelegt. Oh Gott. Ich springe, Mann. Ich halt mich da oben fest. Mal hab ich mich nicht schreien hören, Mann. Und dann fahre ich jetzt hier runter. Oh Gott. Er hat angerufen. Wir müssen sofort los. Okay. Ja, ich bin fit, Mann. Aber das Baker kommt. Ich hab mich auf die Frasse gelegt. Ich hab doch nur da oben gehangen, Mann. Ich hab mich noch festgehalten. Aber ich hab mich auf die Frasse gelegt. Ich kann nicht fahren. Oh, ich auch. Wir warten kurz auf Baker. Dann kümmern wir uns um Billy. Oh Gott, der ist doch schon so spät. Oh Mann. Oh Gott. Überstunden, Curtis. Überstunden. Und die werden nicht mal bezahlt. Ja. Voll so toll geizig. Alle. Das wird nicht mehr gewürdigt. Obwohl es die kostenlose Möglichkeit gibt. Ich hab so eine schöne Eisbombe. Das wäre gut. Von Baker. Ich hab mich voll aufs Maus gelegt. Ich auch. Oh ey, Alter. Kim, bist du besoffen? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast schon die Laser eigentlich. Ja, der macht Johnny Sachen. Ja, anscheinend Nachtschicht heute. Junge, wo ist der Baker, Alter? Ich bin auch echt dazu einfach nur gemacht, um zu gaffen. Bin ich, ich bin, ich bin, ich. Warum springst du auch vom Bike und hältst dich da oben fest? Wie ich dachte. Ich hatte Angst, weil ich so hoch war. Voll im Kabelsalat gewesen. Oh, Mann. Weißt du, deshalb bin ich der Typ, der organisiert und in Zukunft planen kann. Ich bin kein Teil der Action. Verstehst du? Das ist ein Zeichen. Wir werden alt, oder? Wir werden alt. Oh, Mann. Ich war noch nie gut in solchen Sachen. Wo ist der Pinsel? Wo ist los? Die Korpsi, ich muss los. Gute Frage. Hm. Zett, vielen lieben Dank für die Wüster beim 34. Grüße. Dankeschön. Wo ist der Pinsel? Hat der sich aufs Mauer gelegt, oder was? Oh, Mann. Baker, wo bleibst du? Und Samplex langschön für den Prime 19. Überstunden wurden bezahlt. Was geht ab, Kony, you know? Kann man jemanden das Baker suchen und pinseln? Ja. Der Pinsel liegt wahrscheinlich auch im... Der Besoffene sagt ja auch gar nicht. Grüße, was passiert hier? Ich hab keinen Plan, ey. Wo ist denn jetzt der Besoffene hin? Und die Konteste Pinsel zocken hat. Und Willi ist gerade im Sterben, der klang richtig, als wäre da irgendwas gewesen. Der ist am Staudamm. Die Ballers haben ihn... Die Ballers... Was? Der ist am Staudamm, der ist abgehauen von links. Was? Staudamm? Oh, warte. Oh. Telefonieren kann ich noch. Billy, 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 Billy. Das heißt, der war die ganze Zeit unterwegs mit Handy, was auswacht. Ja. Oh, fuck. Wo bist du? Wo bist du? Was machst du als Staudamm? Hä? Ach so. Was, sterben? Wie cool ist das, bitte? Der soll dem Code geben, der Wichser? Ist er in Fortnite und trinke Olas? Wird er aufgelegt? Äh, ja. Bro, lass uns... Lass uns den Schild einfach... Ja, wer, wen, und wer, was, warum sagt er nichts? Arbeit, Arbeit, ja, ja. Oh. Den kannst du so in die Tonne kloppen. Okay, ich hab mich ein bisschen erholt, Mann. Stahlbrauch, weil du bist am Zehnten. Wir müssen das klären. Bin jetzt wichtig. Oh, wir müssen... Die Karren, die sind alle an. Wir müssen ein Auto. Au, ui. Komm, man. Wo ist Pinsel? Arbeit, Arbeit, ja, ja. Weiß ich. Ja, was ist mit den Bikes, Mann? Bikes, ja? Was ist, wenn wir einfach mit den Bikes fahren? Ja, Dr. Jimmy. Wo liegt der Verletzte? Ja, boah. Ich Pinsel, es war schwunden. Der liegt irgendwo verletzt. Auf dem kleinen Befinden, den nicht. Bei 708 oder bei Red Hotline, ne? Es geht um... Ja, genau, bei dem Dings. Okay, ich geb das nochmal durch. Alles klar. Okay. Ja, sollen wir einfach mit den Bikes fahren? Los, Mann, komm. Scheiß, komm. Das ist unsere Notfall-Sondergradifikation. Komm mal die anderen zusammen. Ah, fuck. Komm mit, mit, mit. Okay, Mann, bist du nüchtern oder kommst du noch klar? Wir haben echt eine wichtige Aufgabe jetzt. Hey, ich bin dabei. Oh, Gott. Das geht doch nicht gut aus. Okay, los geht's. Ab zum Stauder, Mann. Okay. Pensel, keine Fragen, komm mal einfach mit. Es drängt. Schneid. Aua. Müsstens Bein. Ja, ich auch. Auf ein Rad, Männer. Oh, fuck, mein Rücken. Ich glaube, da hat sich einer hingelegt. Gänse nicht für meine Sicherheit. Was ist denn los? Wir müssen zum Staudern. Warum? Der Biddy ist da, dem geht's nicht gut. Müssen ihn da rausholen. Oh, nein. Okay. Ich hab nur gesagt, wenn ich nicht mehr ankomme, dann kommst du. Roy, leh nicht zurück. Guck, mich abgehend. Leh nicht zurück, Roy. Ach, ich hab eine Uhr. Seinem Dankeschön für die Weezer vom Dritten und Bodo Dankeschön für die Fünf. Gibt es ab, so mein Gott. Pensel. Ich hab mich grad schon hingelegt. Ich hab mich grad schon hingelegt. Ich hab mich grad schon hingelegt. Lass kurz warten. Ach. Ich hab noch zu... Warte kurz, Kenny. Ich hab noch zu euch gesagt, wenn ich nicht mehr ankomme, dann liege ich am Start irgendwo. Und weißt du, dann krieg ich einen Anruf. Fuck, wo ist Roy? Er ist rechts lang, glaub ich, auch von oben. Ja, dann kommt. Und weißt du, dann lass mich nicht mehr. Ich hab mir nicht mehr. Okay. Ich hab mich dran. Und ich hab mich, auch von oben. Ich hab mich dran. Ich weiß nicht, was da oben abgeht, ne? Warte auf die anderen, oder? Ruf mal lieber an. Ich dachte eben, einer von euch ruft mich an und fragt, wo bist du, wie geht's dir? Rufst ein Typ an und sagt, ey, kannst du mir die Augen lasern? Du bist ja Augenarzt. Bist du schon oben, Roy? Ja. Okay, komm. Ja. Wie geht's denn? Was ist denn das? Ja. Es ist Billy. Es ist zwei. Oh. 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 Was ist das? Oh. 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 Zeig uns wo, Cam, du Penner. Ja, da vorne. Billy, Mann. Oh, fuck. Komm, Pinser. Was ist? Hier lang. Hä, wo? Komm mit. Toll. Da hat ihn einer gefunden? Nein. Warum geht's? Wir müssen Billy suchen, Mann. Der ist irgendwo hier. Ruf ihn an, Curtis. Ausschwärmen. Stehsteine machen. Billy suchen. Billy suchen. Billy, ja. ja wo bist du drin steine das irgendwann was an den stein wir sind da wir sind da steine wasser runtergeworfen hier geht auf die bikes geht auf die bikes ins wasser geworfen ich bin nicht im wasser gelandet du liegst auf dem stein steinseite rechte oder linke seite ja wir sind da ich kann dir helfen kein wasser ist wussten hier kein wasser auch jetzt auch nicht hier unten hier unten ist wasser oh gott er sagt nicht hier unten bekommen bekommen oh gott manche baker schnell an der mann war runter damit wir brauchen ganz schnellen helikopter alles ja ich bin selber im einsatz wir haben gerade keinen der sonst fliegen kann wir brauchen auf jeden fall krankenwangerdings die haben den billi ohne geworfen am staudamm auf der seite wo kein wasser fließt der liegt da und er hat aber überlebt aber wahrscheinlich knare knochenbrüche ja ich versuche was zu organisieren okay wir müssen eigentlich runterkommen ich muss da hin weiß nicht der ist ja runtergefahren irgendwo ruf mal noch den kenny an dass der bescheid weiß der ist doch irgendwo oben hier oder ja krass wir haben crossbikes man rechts rum hier kommt kein krankenwanger das war seine eigenen leute alter guck mal sein bein man das hängt von 90 grad alter dass ich die schluck da schnell das musste schlucken er hat angerufen alles gut und das musst du ziehen doch schmerzen hast du nach gestern nicht gelernt billi dass du mit keinem reden sollst kannst du nun mal ein ding sein rufen ich habe schon bescheid gesagt weil hier kommt kein krankenwanger wir müssen im bild irgendwie aufs bike schneiden oder so ja das kriegen wir hin man irgendwie hinten drauf gelegt wir bringen den zum euro park tankstelle ja deine eigenen leute haben mich hier runtergeworfen ja weil ich sie gefeuert habe hast du schmerztablete genommen ja ich habe mal deine hand auf lass dir mal das kokain ziehen das auch schmerztablete genommen ja das ist das gute zeug dein rechtes bein ist auf jeden fall gebrochen du wirst dich gleich besser fühlen wir schneiden sich jetzt gleich hinten auf dem motorrad kennt das nicht am bluten aber bein gebrochen und mehrere dinge ganz viele prallungen alles hinten drauf man kommt ihr müsst helfen warte warte wir nehmen sein charlie tun wir tun seine kommt da kommt der helde kopf der kann ich nicht landen oder ich habe ich habe gesagt man ich habe gesagt bei mir parktankstelle wir bringen dahin man wir bringen zum euro parktankstelle wir schneiden das torrad ich rutsche immer wieder runter ich weiß nicht warum ist der motor aus der motor ist aus wenn sie der motor ist aus hier anders in dem wasser wahrscheinlich aber das ding ist im arsch man haben das motorrad das blaue hier die kopf können abtransportieren schneller wir sind schneller okay da hat dich schnell billig fest mit dem schal du deine arme um mit denen mein körper der motorrad schneller los und baker schnell wir haben billy billi und er von der brücke geschmissen hat überlebt seine eigenen leute angeblich fans welker im süden sind da oben noch alleine da ist keiner mehr wir haben die nur unangeschmissen finden sie was mit ein kurs bei ich krieg sie nicht aus dem wasser das war es mit dem wend ich habe es nein das ist okay die sind kaputt deine wendung muss weg vom wasser ja mir geht es nicht gut ich bleib so was ist mit dem das müsste gehen aber das funktioniert müssen das aus dem wasser ziehen warum ich habe ich weiß nicht mehr drei ich warte ich mache weiter du schiebst wieder rein ja ja bekommen bekommen wir schieben gerade nur die bikes auf dem wasser mach mal die wieso ist doch jetzt schon hier oben aber ich glaube das wasser drin kann dann wir sind zu dritten wochen 21 sicher dann kommt ein bisschen fahren kurz zu den kindern ab was machst du versuchst du schieben kannst du aufsteigen das kurz an machen kannst du versuchen schon versucht ich kann drauf warte steht doch genau hier vor mir jetzt hier vor mir steht ja ich glaube wir haben beide knicken wirklich jetzt 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 oh gott noch weiter das ist doch bescheuert ja ist jetzt das wasser drin scheinbar geht es dann warte die frage ist liegt ist es jetzt komplett kaputt weil es kurz im wasser war nein komplett kaputt ist das nicht der gyni holt das hier raus und macht das wasser raus egal dass mit dem gefahren macht das an ja es ist jetzt so das ist das geht ich habe mal satzkanister hoffentlich hast du ein ja hatte nicht in wasser wagen geht mein getriebe kaputt was jetzt abgeht die haben die nach unten angeschmissen guck mal von da oben aber zum glück in wasser na ja zum glück ist ja so schlimm und zwar der tod geht keine in richtung wenn du eine hinrichtung hat dann wird ein character geflaggt hat wenn er beim nächsten mal stirbt nie wieder aufsteht das ist keine richtigen richtung gewesen einen paybox ne ja ich hab dich zu verhörten ich hab dich zu verhörten ja dann? Dann dreht man noch mal. Dann fahrt man noch mal vorbei. Kannst du mir sagen, dass... Kim, ich komm nicht gleich holen. Fahrschnitt. Kim, ich komm nicht gleich holen. Das war auszusehen. Das war nicht mit Absicht. Ich wollte mich richtig festhalten. Dann hab ich dich getrinkt. Oh Gott. Festwollen. Links. Weiß ich nicht. Wo sind wir? Links in Kanausamfach. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, Alter. Ich würde am liebsten so schreien, aber ich kann nicht die pennen alle. Bin sorry. Ich muss dich liegen lassen. Ich muss dich liegen lassen. Ich komm jetzt. Gott. Aua, aua. Puh. Bro, ich kann nicht mehr. Ich bin so am schwitzen, Alter. Der hat sich selber ausgedockt, indem der... Schmerz mit dem Leben. Oh Gott. Was ist heute nur los? Ich kann nicht mehr. Hier befindet sich... Oh Gott. Ja, ich arbeite ja. Du siehst doch nicht so gut. Ja, ich bin's. Pinsel hat sich verletzt. Ich muss den Huhn gehen. Oh Gott. Oh Gott. Kann er wieder kein Motorrad fahren? Nee. Ja, ich bin's. Um... ob mir das selber halt alles jetzt Let's go! Oh, Glippstein! Das kannst du keinem erzählen, was heute... Oh mein Gott, was für ein Clip, Junge! Pensa, ich bin da! Ich bin nicht mehr Leitstelle, es ist nur noch Timi. Was ist mit deinem RTW? Ja, er hat einen kleinen Unfall gehabt. Alles klar, du kümmerst dich drum, ne? Ja, ja, Amelia hat mich schon gerettet. Oh Gott! Was ist passiert? Du bist gegen den Baum gequetscht! Boah, ich bin schlecht gerade, ich bin auf dem Weg. Wir haben einen Unfall gebaut, alles, Kim liegt, alles kaputt. Okay, Minus zwei und ein Mann, dann. Ja, ja, okay. Ich bin bei ihm. Bis gleich. Oh Gott! Ach, ich habe Arzt in die Fresse gekriegt. Pia, käme dich selber an, ich geh zu Kim, Walter. Ja, ich bin mal hier. Ganz viele Unfall hier! So, ihr Lieben, ihr wisst, ich bin ab morgen bis Sonntag auf Fortbildung und komme hoffentlich schlauer und weiser zurück. Check! Ja, was zum Spoll, Junge! Es ist Montag! Paul! Viel Spaß! Weis lieber, ich bring euch ein paar... Ciao! ...n paar Forma-Werbe-Geschenke mit. Ja, bring mal Wodka mit! He, das sowieso! Geiler Funk! Junge! Wenn ich den nicht selber leer gesoffen habe. Junge, wie ich den weggekickt habe. Ey, bitte macht einen Clip davon. Das war echt aus Versehen, ne? Komm! Ich bin da! Ja, du bist mir, ich bin nicht aus der Kolsch. Na, du! Hast du Schmerzen? Ne, aber mich... aus der Kolsch. Aber nicht! Ah! Das stimmt hier. okay komm ich hab von halte mich nicht mit nein ist kein tod und ich brauche einen clip vom pinsel und vom treten ich wollte dich nicht warum hast du tun du kann langweilig wir so ein bisschen was für ein chaos ich bin unterwegs ist jemand er hat sich selbst ausgenockt indem den baum gefallen ist ich hab nichts gesagt guck mal wie flutschig ich bin nein pinsel komm schnell ich hab mir alte bilder vorne okay guck mal da stehen steht ein biker steht da oben an der brücke gerade die ganze zeit gehabt bestimmt ist anspannen du hast so einen fluch gemacht ne was will das taxi da hallo und ging schon mal besser nein sie wichser ich bin das taxi heute kostenlos doch ich verstehe danke fürs kommen warum ist ein taxi hier habe ich dich rufen ich glaube nicht schönen feierabend wer ist denn das da der geht doch dazu oder wer ist denn das wer ist denn das das war nicht Kenny ich dachte das ist Jörg oder wie der heiß das kann das kann Wir brauchen nur für Dr. Chicken. Was braucht ihr? Pencil ist mit dem Moppet hingepfallen und der andere ist betrunken. Ja, hier ist echt alles kaputt gerade. Für Jimmy, oder nicht? Pencil, lass dich kurz durchs Untersuchen von Dr. Chicken und Kimau. Das ist klar. Stimmt, ja. Jo, er liegt in seinem Zimmer von gestern. Warte kurz hier. Ja, wir haben ihn ins Koma gesetzt. Okay, ich komm, ich komm, ich komm. Ich muss OP-Kleidung anziehen. So. Wir sind die Betrunkenen hier. Wir gehen hier rechts rein. Oh, okay. Wir wollen jetzt die Farbe, die Liebe. Raus hier! Ein Stück hoch. Ein Stück, die kann ich nicht mehr. Curtis, du musst den rechten, äh, den linken aufzunehmen. Ja, ich weiß. Und den linkenberg. Das ist falsch. Das ist richtig. Scheiße, kangen aus. Das ist doch auch falsch. Wo bin ich hier? Was ist denn da, Crispy? Was ist denn da, Crispy? Ich komm! Los, Schöpchirurg. Jo, Dinkelberg und ich haben ihn hier überall angeschlossen, Mann. Der ist jetzt im Koma, jo. Oh Gott. Ich hab doch versucht, gerade aus ihm rauszuwürgen, sein Scheiß-Code für sein Scheiß-Lager. Und? Der kann froh sein, wenn er aufwacht und nur noch sabbert. Warum eigentlich... Das Einzige, was er noch zu mir gesagt hat, das waren seine eigenen Leute. Was ich gestern gesagt hab, dieser Sancho und so, die haben den gestern schon verraten. Vorgestern mittlerweile. Er wollte nicht auf uns hören, Mann. Was haben sie ihm gesagt, Alter? Was ruft... Ey, wir haben gesagt, kein Kontakt zu Außer... Ja, das ist dumm. Wir werden jetzt jeden seiner Leute ausfindig machen, den foltern und den Scheiß-Code auf den Rippen prügeln. Wir brauchen einen Scheiß-Folterkeller. Ich höre mich drauf. Oh, dass der das überhaupt überlebt hat. Alter, ey. Der war mies zerfetzt, Alter. Jo. Ich hab die Rücken... Warte mal, ich häng den mal hier rein, Alter. Der hat in dem Hand... Ding im Berg? Ja. Guck mal hier. Hat der in dem Hand gemacht oder so? Alter, das sieht einfach nur aus wie ein Smashfest. Oh Gott. Aber keine anderen Blutung, oder? Ja, doch ein bisschen, aber nichts Schlimmes. Willi, Mann, du Scheiß-Wichser, wache auf. Ich will den Korte, dein Scheiß-Lager. Ansonsten verreckt doch. Meinst du, du wachst nur mal auf? Keine Ahnung. Wie du hast... Wie du hast deine Hose... Ist nicht zu lachen, Mann. Ich hatte Bereitschaft. Ich wurde angerufen. Ja, ich bin bereit. Alter, stell dir mal vor, der hätte einen richtigen Doc gehabt. Vielleicht wird es... Wir brauchen den Code. Der will nicht auf uns hören. Wenn er das überlebt und danach nicht mehr auf uns hören, dann bringe ich ihn höchstwürdig um. Ja, der ist an deinem Gerät angeschlossen, ne? Ja, alles tippitoppi. Komm, lass uns runtergehen. Jörg und Ingo waren auch da irgendwo. Du willst nicht wissen, was gerade passiert ist. Ich habe noch ein Stethoskop, jo. Ich mag das hier drin. Ich gebe dir meins. Ich sage dir ehrlich, ich will gerne hier so. Und alle akzeptieren mich, verstehst du? Das ist so schön. Ich gebe dir, ich meins. Weißt du, was gerade passiert ist? Wir versuchen die Karre aus dem Schlamm zu ziehen, Pinsel und ich. Wir fahren dann Kim vorbei. Ich rutsche so nach vorne mit dem Bike und ich trete aus Versehen, Kim kaputt, ne? Aus Versehen. Ja, pass auf. Und dann fahre ich mit Pinsel und der knallt vor so einem Ast, der fliegt vom Motorrad runter. Das kannst du nicht ausdenken. Was passiert heute schon wieder? Es ist Magic, man. And I like. Ich muss mich untersuchen. Lass dir Brücken schmerzen. Oh, hey. Ja, was geht, man? Ich lasse mich kurz untersuchen. Ich habe ein Bein vor der Tür zusammengeschoben. Ja, mir gerade so still. Ich brauche Hilfe. Aua. Hilfe bei was denn? Wir haben uns gerade hingebaut mit dem Motorrad. Mein Rücken tut weh. Ah, okay. Ja, gehen Sie mit. Oh, wow. Jo, was ist hier los, Mann? Hallo. Was ist denn mit dir? Stimmt der mit dir nicht? Jo, was ist denn mit dir? Was schlägst du hier einem im Krankenhaus zusammen? Jo, Mr. Arab, Jo. Äh. Jo, kannst du reden oder soll ich den Ding verpassen? Aufheben, ja. Er hat meine Mutter begleitet. Jo, was denkst du, wo du hier bist, du Vogel? Raus hier. Sonst bleib ich dich weg und dann schlägst du nicht mehr auf. Äh, du. Das kommt jetzt. Ich schläge dich in die Masse schon. Brauchst du Schmerz, Mann? Cool, bei Greif. Gut. Ich kann die Form krank ausmachen, Alter. Ah, jetzt nix. Warum sind die Schränke leer? Gut. Ja, Chef zusammengeschlagen ist okay. Oder die ganzen Medizinschränke sind leer. Wo sind Medikamente? Wollen die mich verarschen? Boah. Ich strähe heute nur durch. Warum sind denn keine Medikamente in meinem Schrank drin, Dingeberg? Ähm, du bist vielleicht am falschen Schrank gewesen. Ich war in 1-3. Die sind alle leer. Nee, komm mal mit. Ja, was macht der Rücken? Sollen wir den nochmal anschauen? Komm, wir machen ja schnell nochmal. Ja, auf einen Rücken wäre gut, glaube ich. Ja. Hallo. Hallo. Ist nicht so schnell, okay. Langer Weg. Habt ihr da alle ein Einlager gesündert? Ja, ja. Und da oben der Dings, ne? Bist du in Narkose? Oder was hast du mit dem gemacht? Oh Gott. Ja, 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 ja. Gleich alle Medikamente umgerissen hier. Weil hier aber auch alles in den Rücken spielt. Ja, Koma. Schmerz der Blätter. Weißt du was? Ich hau mir so ein Kühlpack hinten rein. Ach, Jimmy kann das auch einreden. Komm. Alles drin, ne? Oh Gott. Da ist der Wirbel wieder drin. Okay, ich brauche doch keine Schmerzdaulette. Oh Gott, du bist ein Wunderheiler. Natürlich. Oh Gott. Dr. Dingleburg kann alles. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Leute das erfahren sollen da oben. Deswegen erstmal. Ja, ich hoffe keiner. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass da keiner hochgeht. Ja, da weiß ja keiner was von. Ja, stimmt. Boah, ich fühle mich wieder wie neu geboren. Ja, siehst du. Erstmal ein Stück Kuchen habe ich gemopst. Oh. Und zwar ein Stück? Ja, gerne. Ja. Das ist die Echt-Torte. Habe ich mir verdient heute. Weil der ganz schwellen Arbeit ich mache hier. Alle, ne? Ich hoffe, der Willi, der wird wieder... Ja, aber den haben die die Brücke runtergeschmissen. Wem hat er sich denn da eingelassen? Das waren wohl seine eigenen Leute. Ja. Weil er die gefeuert hat. Was hat er? Innere Blutung? Irgendwas? Ja, innere Blutung. Überall Brüche, ne? Beinbrüche. Aber du hast das behandelt, ne? Ja, ich habe das behandelt. Aber er liegt jetzt erstmal im Koma. Da hat er keine Angst dazu. Ich habe da keine Angst dazu. Ein Stück. Das sind böse Menschen auf der Suche nach dem. Ja, deswegen. Warten wir ab, wann er wieder aufwacht, ne? Ja. Du hast ein Gerät angeschlossen, ne? Ja, ja. Und da hat er so einen Drücker da oben. Wenn irgendwas das ist. Der Doktor, Professor Krinkrasch hat mir auch geholfen da. Ja, der Fake-Dings. Ja, ja. Ich ziehe mich mal kurz um. Das soll jetzt eh Feierabend, oder? Ich mache jetzt Feierabend. Jawohl. Ja, ich ziehe mich kurz um. Ja, beeil dich, Mann. Wichtig. Wo bist du? Ich hoffe, es schmeckt gut. Danke, mach. Sind denn alle schon wieder? Draußen rechts. Das waren seine eigenen Leute, jo. Waccarino und Zandro haben das gesehen. Die denken jetzt, er ist tot. Das muss auch so beibehalten werden. Da müssen wir mit Dingeberg quatschen. Dann quatsch den mal voll. Das ist dein mal. Dr. Dingeberg, wo sind Sie? Dr. Dingeberg. Dr. Dingeberg, wo ist denn er? Der ist, der ist gerade sich umziehen. Ah, okay. Ich geh zu gucken. Dr. Dingeberg? Gimmi? Okay, der ist Penning, fuck. Wenn er es entscheidet aus dem Support, sagt er, du musst halt anmelden im Support, wenn du sterben lässt, oder es gibt einen Hinrichtungsantrag oder so gegen dich. Du musst aber alles im Support erst entschieden werden. Okay. Dann ruf ich mal Zandro an. War eben doch hier im Krankenhaus. Was? Okay. Zandro. Ja, das müssen wir nachverfolgen mit Billy Mann. Warum er auf einmal seine eigenen Leute umbringen wollen, das ist sehr wild. Das hat er doch gesagt, warum? Der hat die alle gefeuert. Wer hat den jetzt runtergeschubst? Sancho und seine Leute. Ich dachte, die gehören zu dem. Anscheinend nicht. Warum? Woher wissen die anderen? Der Job ist wichtiger, ne? Wenn man gekündigt wird, dann bringt man niemanden um. Aber warum? Woher hat Margarina das gesehen? Irgendjemand hat Zandro angerufen, dass da gleich was passiert und er war mit dem unterwegs. Und deshalb sind die da hin und die haben das gesehen. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wer zu wem gehört, um ehrlich zu sein. Das findest du heraus, Penze, ganz ruhig. Okay. Wir haben was zu tun die nächsten Tage. Wir müssen jeden einzelnen von Freddy's Crew einpacken. Aber diesen Zancho hab ich noch nie irgendwo gesehen. Keine Ahnung, wo die die unten rumhängen. Das werden wir schon hinbekommen, oder? Was bekommen wir nicht hinbekommen? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich bin so weit rumhängen. Der ist jetzt hier so ein Quarz. Ja, Ken, aber wir fahren super 100 Millionen Quarz rum in der Stadt. Ja, was auch. Möchtest du euch sagen, wo die rumhängen? Wo? Ähm, also ganz, ich hab die schon öfter gesehen. In der Nähe vom BD, westlich, davon, dort und öfter im Parkplatz. Genau, Bobbis Dings. Bildes Büro-Räume. Als ich noch bei der Polizei war, sind wir dort öfter ja durchgeheizt. Aber ey, die denken, er ist tot. Ja, ja, und das wird auch so bleiben. Das ist, das wissen nur wir und noch hier in zwei, drei Leute. Quarz kümmert sich darum, dass es... Ich hab mich schon drum gekümmert. Warte mal. Ich hab mich auch grad schon drum gekümmert, dass keine Ahnung geschrieben wird. Und hat von denen jetzt einer den Code nennen, dass die jetzt das Lager leer räumen? Billy meinte vorgestern, jemand hätte den Code davon, ja. Und die wären das so leerräum. Die wären das leerräum, bro. Ja, sollen wir mal dran vorbeifahren? Ich würd's vielleicht überprüfen. Naja, ich nehm die erste Schicht. Ich nehm die Nachtschicht. Also, sechs kann der nächste sein Papa. Ich mein doch nur vorbeifahren. Alles gut, können wir mal. Bro, der hat schon wieder nicht auf uns gehört, der macht mich sauer. Der Typ ist Bumbi-Boot. Wenn er das überlebt und hier rauskommt, dann packe ich den noch am Sack und zieh den den ganzen Tag hinter mir. Ah, da ist es. Pinsel, ich hab einen Crossback von dir da vorne im Gebüsch gesteckt. Ah, die sind eh alle leer. Ja, das stimmt. Und wir haben keine Karren hier und meine Karren ist oben. Und wenn ich, können wir uns nicht irgendwie ein... Ausleiten? Ey, ich hab keinen Taxi hoch und eben, hab ich auch gemacht. Wenn der Typ da abhaut, können wir den nehmen, ja. Und da passen sechs Leute rein. Ja, stimmt. Aber der muss erst gehen, aber ich glaube, der geht nicht. Aber ich weiß, wo wir ihn kriegen. Unten. Komm mit. Mit dem Finger runter wohl. Also noch blicke ich da nicht richtig durch, aber ich bin voll da drin. Ich klare dich auf, Pinsel. Aber hier geht richtig Scheiß an, ich sag's dir. Weiß, du kannst mir nicht in zwei Tagen fünf Monate erklären. Wir müssen in die Karren, Männer. Ich weiß, wir haben einen Hottube. Lager, im Lager. Ja, wir haben einen. Wir haben alles, Mann. Wir haben echt alles. Oder wir haben alles, was drum raus. Crack. Geil. Gummibärchen, Pornos, alles. Warte mal, warum wollen wir nach oben fahren? Wir wollen... Gucken, ob das Lager offen ist. Ja. Oder ob die da dran sind. Ja, dann können wir mit dem RTB hinfahren. Einsatz. Was denkst du, was wir gerade holen? Ich dachte, wir fahren erst im Norden. Nein, da sind wir im Norden. Oh Gott, ich krieg so Ärger, ne? Pinsel, lass mich. Es ist egal, Mann. Es ist Lebensrettung, Position, Mann. Ihr Medics seid dafür da, dass ihr Leben rettet. Nee, das ist der Alte. Egal, oder? Nee, da passen nicht so viele rein. Okay. Ach so. Warte, ich mach ihn weg. Hol du einen neuen. Okay. Gut, ich glaube, wir haben nicht so viele neue. Aber er hat den Brust nicht gewonnen. Und du auch. Er ist der Richtige. Ihr versteckt euch am besten. Los, Mann, alle rein, nach hinten. Alle nach hinten, Mann. Sind alle drinne? So, Schwester, Kusch, einmal bitte. Nee, alle fehlen dir noch. Der rennt hier rum. Jo, wenn das Doktor chicken sieht, ich krieg so Ärger, Alter. Was ist denn du da? Steig eigen auf, Mannes, du Clem, du Witz. Wir sind im Einsatz. 10, 8. Lass mich rein. Okay, also, sonst ist er auf meinem Platz, ja. Abfahrt. Ja, warte, da ist noch ein Winkel. Warte, da ist noch ein Winkel. Es sind tote Winkeln, ja, sehe ich nicht. Los, du schaffst das, Kim. Warte, versuch mal jetzt. Wo willst du denn hin? Er wollte hinten nicht sitzen. Naja. Sitzen alle? Jetzt sitzen alle. Okay. Mach braunlich dann. Gemütlich hinten. Unterwegs zur Einsatzkriege. Robi ist mein mit Gemündlichkeit meine Ruhe und in der Mülligkeit. Oh, super Bremsen. Hör ich mal vor mir, das Pillbox wäre noch hier, oh Gott, dann wäre die letzten drei Tage nicht möglich gewesen. Dann würde ich jetzt schon anrufen. Wenn diese letzten drei Tage nicht passiert, Mann. Ja, stimmt. Irgendwann nicht. Direkt runter. Ja. Ah, die sind aber schlimm, schon. Sondern wir versuchen, den Code zu quacken? Ja, warte. Wir sind voll viele, Mann. Billy, der Billionär. Er ist einfach. Er ist simpel. Ich versuche 69 69. Ich bin ein Kicker. Ich versuche Lied. Eins, drei, drei, sieben. Wir müssen hier rein, Mann. Wir müssen in den scheiß Bunker hier rein. Die Frage ist, wie viel Zahlen sind das, ne? Wir können bei eins anfangen und dann zwei, drei, Also, ich kann nicht sagen, wie die das waren, sechs Zahlen. Ja, dann wird das wahrscheinlich hier Hause sein. Ja, mein Lager hat fünf Zahlen. Wie war, warte, besucht Billis Handynummer. Okay, ich sage euch eine Nummer. Ja. Bitte. 86 08 2 5 8 6 0 8 2 5 Nein. Scheiße. Wir müssen in dieser Scheißbude... Soll ich einen Bohrer holen, Mann? Wir müssen diesen Zancho-Typen finden und das aus dem Raus prügeln. Obwohl wir nicht wissen, ob der dem weiß, ne? Oh Gott. Aber was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Er ist immer noch besoffen. Ach so, Schnupf mal einen Gramm Koks, ey. Oh. Brauchst du was? Nein. Bist du dir sicher? Meinst du nicht, wir können die Scheibe da oben kaputt machen, wenn einer auf dem Erde besteigt und dann halt durchkrabbeln? Okay, ich sage euch mal was, Mann. Wir haben hier in der Halle schon umgebracht. Hi. Ich war hier schon drinnen, Mann. Das ist top-secured. Die High-Shit, Mann. Ja, aber dann können wir da nicht rein. Wir haben alle. Nun, hey. Was war das? Husten? Nee, Schnupf. Hübs, die Furz. Das war so aus allen Löchern. Jo, lass uns diesen Wichser Sancho suchen. Vielleicht sind wir unterwegs irgendwo. Er wird niemals damit rechnen, dass da sechs, sieben Leute aus dem Erdebekommen. Auf geht's, Mann. Besser. Hast du ein Pflaster? Warte, wer? Jo, ich bin doch kein Doc. Nee, können. Fucker. Die Kussschwestern sind wieder auf Tour. Ich hab Salbe. Das ist Minas Salbe. Oh, die LSD-Salbe. Ja, perfekt. Du musst dich eincremen. Ja. Ja. Okay. Komm nicht hinein. Mach ich. Oh, hi. Hi. Mach die Tür zu. Ja. Oh, haltet euch fest. Ich bin so ein Pflaster mit dem Fettunkel. Guck mal, was wird so ein Detective jetzt machen? Ein Detective. Ja, du warst doch irgendeiner sowas. Der war doch kein Detective. Was soll ich nicht machen? Das ist einfach. Der war nur einfach ein Streifen. Da müsst ihr ja nur fragen. Ich war nur die Speedunit. Ich hab nicht mal ne Akte geschrieben. Keine Akten-Schreibverbot, weil mir ne Rechner immer so kacke ist. Was? Wirklich? Ja. Ja. Vielleicht durchwühlen sie auch grad da sein Büro, Mann. Hier rechts, da geht's auf den Hof. Da waren die immer. Ganz oft. Sieht leer aus. Welche Etage war sein Büro nochmal? Ne Ahnung. Ja, sollen wir da rein einfach? Um gucken? Hat er einer Dietrich dabei? Ja, aber der hat bestimmt eine Alarmanlage. Ah, gar keine Wuppe. Was hältst du davon, wenn wir es aufmachen? Rennen weg und gehen dann nach rein. Nein. Jo, guck, weißt du, wo das Handschuh immer rumhängt? Warum fragen wir die nicht selber nach dem Code? Da ist ein Dings im, ähm, Narkose-Dings. Das ist nicht Narkose. Wo man es nicht ist, Koma? Ja, genau. Also ich kann die Nachtschicht bis um zwei Uhr übernehmen, aber dann muss man wechseln. Alles klar, Mann, wenn du weißt, wo der ist, meld dich mal bitte. Danke. Ich auch nicht. Das Red. Oh, der Redman, Mann, der Crackhead. Grü- Grüße. Oh, warte, warte, warte. Alles klar, ich meld dich. Hallo. Hallo. Was geht, Mann? Oh, scheiße, Alter, könnt ihr mich mitnehmen? Äh, wir sind voll. Das ist komplett asozial. Ich hab'n... Leute, mein Bein, Alter. Na ja, ich komm schon klar. Nein, geh doch mal da hinten rechts hin, wenn wir kommen. Die ist und in Ordnung. Der macht... Ich trage euch nicht. Oh, Gott. Thomas. Na, guten Tag. Doktorin Jochenstein. Lass die mein Name. Ja, ich bin schon... Ich bin schon versorgt, könnte man sagen. Hallo, Mann. Ich bin schon versorgt. Diese Herr... Achso, er... Fällt mich gleich. Ja, alles was... Alter, was ist passiert? Du, Alter. Ich hab' äh... Ich war dabei, wie der Billionaire rumgebracht wurde. Oh, oh. Ich hab' mit Macarena telefoniert. Das war so skurril, Alter. Wir waren auf dem Weg dahin. Dann kommen die... Die, die, die... Ist alles in Ordnung. Vielen Dank. Ach, guck mal. Ich hab' aber... Ich glaube, ich komm' hier weg. Töse, Sandro-Fan. Komm mal her. Ja, warte mal. Nee, Johnny, du musst jetzt... Keine Zeit. Ich muss mit dem Mann sprechen, bitte. Nee, gemastel dich vom Mann. Der ist nicht wegen dir hier. Machst du jetzt ein Autogramm haben. Ja. Füi, Sandro. Bist du jetzt frei? Ja, ich bin jetzt frei. Okay, dann muss jetzt... Ich nicht mehr... Füi, Sandro schreien. Oder wie? Ja, ich hab's ganz Zeit davon... Äh... Er hat nie geschrieben. Füi, Sandro. Sandro. Können wir uns kurz an die wichtigen Sachen kümmern? Das ist echt wichtig. Ganz kurz. Donnie, danke dir. Ja, ja, das ist der. Glaube ich. Der Wichser hat in die Blumen gepisst. Was ist passiert? Ähm... Ja, also... Ach, den hab ich abgezogen. Wir haben... Wir haben eine kleine Attacke aufs Taxi-Unternehmen gelauncht. Ja. Und haben in der Chamberlain's Hood... Als Chamberlain's verkleidet ein Taxi... Komplett kaputt geballert. Ja. Dann wurden wir verfolgt von den Bullen. Mhm. Dann sind wir auf dem Dach geflüchtet. Preiss und Cortez hinterher. Ja. Und dann hatten wir Preiss und Cortez als Geiseln. Dann hab ich gedacht, oh nein, Geiseln sind nichts Gutes. Hatte ich einfach so im Gefühl. Und dann hab ich... Ich bin weggegangen, hab einen Krankenwagen organisiert. Ähm... Und dann waren aber die anderen schon wieder gepflichtet. Und, äh... Ja, dann sind die Chamberlains in mich reingecrasht in den Krankenwagen. Und dann haben die gesagt, so, Sandro, hinten rein. Jetzt fahren wir weiter. Und dann sind wir gemeinsam zu dem Ort der Hinrichtung von BNR gefahren, haben da zugeguckt. Ich glaub dem kein Wort. Also die Chamberlains wollten da durch Zufall hoch. Weil die praktisch da Petro hinrichten wollten. Und dann war da ja aber schon einer. Also haben wir uns angestellt, zugeguckt. Warte, das war... Warte, ich hoffe, ich hab Spaß noch. Das war wirklich so. Das ist jetzt nicht mal gelogen. Wir haben da gewartet. Wir haben die Frau vom Medical Center im Krankenwagen hinten festgebunden. Dann, ja, und dann haben wir uns angestellt, gewartet. Ja. Und dann, wo haben die Macarena... Hat keine Seine, aber ich glaub, den hat IZ nicht. Macarena lebt, aber Macarena, den gibt's doch. Nee, 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 die wollten den nur Richtung Wasser werfen. Haben aber hinterher geschossen, weil der den noch beleidigt hat im Fall. Und dann kamen die Bullen. Dann wollten die das noch mit mir in der Bett, mit der Bett vorne besprechen. Und haben dann gesagt, Sandro, du kannst deine Schuld wieder, wieder, wieder losbekommen. Wenn du uns mit dem Krankenwagen aus dem Ding rausfährst. Du bist ja tatsächlich... Scheiße, da gibt's neue Forte jetzt, Alter, seit sieben Minuten. Okay. Sag mir, wer war das, der Billy runtergeschubst hat? Ähm, Sancho. Und wer noch? Ach, da standen ganz viele. Diese ganzen Ratten, die mit Billy näher und rum waren. Der hat die wohl alle verarscht. Und die waren mega stinkig. Nee. Der hat die einfach entlassen. Ach, und dann haben die... Ja, klar, könnte ich vorhin entstanden. Das sind die aktuellen News, Mann. Also ich war dabei, ich wollte auch noch was dagegen sagen, aber ich war ja auch praktisch einer, der vom Turm fallen sollte. Und dann haben die gesagt, du hättest, die fressen Sie uns. Was sagst du dazu, dass Billy jetzt tot ist? Der Scheiße, Alter. Das war ein wichtiger Mann, oder? Ja, Mann. Bernd war ein wichtiger Mann, Billy war ein wichtiger Mann. Und dann, alle tot, Alter, das nervt. Ja. Und wenn du so weitermachst, bist du der Nächste. Was heißt denn hier bin ich der Nächste? Wo hast du dich denn verletzt, Sandro? Du bist auf der Liste, Sandro. Auf welcher Liste bin ich drauf? Ich, das Einzige... Sandro, wo hast denn du dich verletzt? Am, äh, Knöchel, aber ich brauche keinen Krückstock. Das passt schon. Und was ist dir passiert? Ich bin vom, ähm, also ich wollte flüchten und bin von einer Brücke gesprungen, aber da war kein Wasser. Da wurde von den, ja, wollen wir uns am Anwesen mal treffen? Ja, also, dann lasse ich mich von meinem, von meinem Sandro und dem Superfan, der die ganze Zeit gerade den Sandro geprüft hat, fahren. Dr. Johann Standlowski wünscht eine gute Besse, Luke. Oh, ja. So, dann... Okay, es war Sandro und seine, es waren wirklich die eigenen Leute. Yo, Roy. Ja? Ich habe gerade einen Anruf von JBL bekommen. Der wurde wohl von Sandro in der Falle gelockt und die haben ihn verprügelt. Al, was passt? Ja, ja. Boi, 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 hörst du mich? Ja, und dann hat er gefragt, was wir machen, und dann habe ich aber gesagt, kann ich dir nicht sagen. Hänsel? Boi. Boi. Schau dir mal am besten an. Boi. Aus eurer Truppe. Ja. Wem kann ich da vertrauen und wem nicht? Ich bin gar nicht mehr durch. Alle, die hier gerade drin sitzen. Ich habe gehört, du wolltest vertrügelt. Okay. Komm zum Anwesen. Du kannst alle vertrauen, die hier sitzen, außer... Dann kannst du dich gleich rächen. Ganz genau. Wenn ich da so weit mir ein gutes Angebot mache. Das ist Schwierigkeit, Pinsel. Bis gleich. Wir sind alle da, keine Sorge. Männer, ich lasse es hier... Ich lasse euch bei der Garage raus. Du musst mir Antebit zurückbringen, ne? Habt ihr gehört? Ja, dann bringen sie mit. Schwierig. Du solltest gleich sein wahres Gesicht sehen. Du trägst ein falsches Spiel mit uns. Scheiß auf, ich nehme den Antebit mit. Du pennert alle in der Wille. Ja. Nein, ich kann den nicht mitnehmen. Fuck. Nein, nein, wir... Warte, ich hole einen Bison, ja. Ja, einer muss mich am Dings abholen. Ich hole dich mal weg ab. Ja, mach ich. Okay. Und Roy. Oh Gott, oh Gott. Und Roy. Komm mal, warte. Komm mal her. Ja. In der Aktu steht, dass Samu gebrochenen Knöchel hat, ne? Dass irgendwas Heftiges passiert. Ich werde ihn untersuchen. Okay. Ja. Ja. Moment. Oh, hallo. Steige aus, du Panner. Die nehmen dich doch mit. Hallo, Pavi, was ist das? Ähm, ja, nee, nicht da drinnen. Ach, du bist ein Glück, der Pinsel. Falsches Timing. Oh, unten, das wird Ärger. Was ist denn? Fuck. Wir waren Motor, ja, wir waren Motorrad fahren. Auf der Cross-Strecke. Den ganzen Tag. Mann, hatten wir Spaß. Dann hat sich einer den Fuß verknackst. Und die Bikes stehen jetzt alle beim Pillbox Krankenhaus. Komm, Pinsel, wir müssen nach oben. Wo hast du mich gesehen? Am Staudamm habt du mich gesehen? Ach so, doch. Ja, ja. Dann waren wir dann auch. Gott, ich liebe unseren Gang, Alter. Das ist essentiell wichtig, dass keiner davon uns redet. Pinsel, der von mir leise. Dass Billy lebt, Mann. Okay, hast du mich verstanden? Ja, hab ich. Wo darf keiner reden? Das lebt mal lauter dahin. Wo darf keiner reden? Dass Billy noch lebt. Sein Koma ist liegen. Genau, Pinsel für dich auch, ne? Billy ist tot. Oder man sagt einfach, man hat keine Ahnung. Und Dodo, dann schüpfelt den Gifte, dann ist gottisch Goldkett. Und ich meine, ich bringe euch um. Ich bringe euch um. Mit meinem Revolver. Jawohl, dann gibt es ein Blatt auf, Bitch. Im Sisyphus, der Arter. Und ich mache daraus eine Show. Ich verdiene damit noch viel. Habe, ich verstehe dich nicht. Wir fahren gerade im Auto und wir reden ganz viele. Wenn der Mond in den Anger zu kracht. Bam, bam. Pass auf, ich ruf dich sofort zurück. Wenn wir anhalten, ja? Das ist nur aus mir geworden. Ich bin ein Gangster. Du warst schon immer einer. Ey. Du warst ein Vorbild. Hört mal zu. Ein Polizist hat mich angerufen. Als ich klein war. Der fragt mich, ob alle am Staudern überlebt haben. Weißt du nicht, du bist doch kein Metziner. Oh Gott, doch Wiener. Oh Scheiße, du bist auch drauf. Was ist das heute für den Abend? Schmeiß dich einfach auf die Ladefläche. Schmeiß dich einfach auf die Ladefläche. Schau her, hopp. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ach Gott, das war schwer. Teddy, raus mit dir. Schmeiß den raus. Ach Gott, und hopp. Besterfahrer. Ich muss da hinten rein. Ja, wir sind ja nicht. Wir kümmern uns auf. Komm, ich lüft dir. Auf, das ist gebrochen. Ach, sehr gut. Ach, ja. Ach, was soll ich dem Bussisten sagen? Hast du keine Ahnung davon aus? Okay. Oh Gott. Oh, nein, das ist nicht. Können, das geht dir gut? Ja, mir geht's gut. Oh Gott, der liegt einfach auf der Ladefläche. Ich liege auf der Ladefläche. Das habe ich mal in einem Film gesehen. Oh Gott. Vielleicht sollten wir die Ladefläche zu einem Hot-Tab ausbauen. Ja, ich bin eine Autobombe. Doch lieber hinsetzen. Ja, und ladies and gentlemen, welcome. Wir haben eine Menge zu tun die nächsten Tage. Dass er jetzt im Kreis steht. Say what? Wir können Leute verprügeln, einsammeln, einsacken, alles, was wir gerne machen. Nur endlich mit Sinn, Mann. Endlich mit Sinn. Ja. Jo, wer ist das? Was ist denn hier los? Oh. 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 Was gut, Johnny? Tschüsschen. Guter her, guter her, warten Sie. Wir hier stehen noch ganz viele Klappstühle vorhin mit dem Treffen, mit Esteban. Warte mal ganz kurz. Genauer, denn da ist das nicht mein Wagen? Er hat einen gebrochenen Knöchel, ne? Ja, das ist genau mein Geschmack. Was ist das? Endlich geht's los. Endlich, wenn, endlich. Haben wir dir alle Zügel in der Hand? Was, bitte? Wer ist denn das jetzt da vorne? Das ist der Arab, Mann. Keiner lacht, weil er stottert. Ich hau euch weg, ich sage das Shit. Aber ihr seid ja erwachsen. Aber ich wollte das jetzt anmerken. Jo, der verkauft dir Falafel und so'n Scheiß. Voll geil. Höfte ohne reden. Wirklich, machst du das? Ja. Ja, ist der? Jo, hallo, Johnny Layser. Johnny Ufo? Wer ist denn deine Freundin? Ich habe herausgefunden, dass ich einen neuen Seenverwandte habe. So richtig... Also, ich hab, äh... Witzig, Roy. Ha, ha, ha. Lady, er ist super, kleiner Scherz. Aber ich muss... Wir machen was. Ich freu mich ja nicht, dass du jemanden mal gefunden hast. Gut, fuck, dann kommen wir natürlich wieder her. So. So, du bist doch hier die beim, ähm... Beim Friseur? Ja, hi. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß noch nicht wozu, aber Dankeschön. Weißt auch nicht, ich dachte... Oh, ganz schön Halli hier im Innenraum. Im, im Hof. Lady, ich... Ich kann nicht kurz mit Ihnen... Johnny... Okay. Okay. Bitte, sie gibt Ihnen ja keine Infos. Du weißt von nix. Okay. Ja, wenn ich was weiß, sage ich. Götis, warte mal. Was dann? Hat mich gerade im Kopf angerufen, der ist in der Deodor, ne? Warte. Der hat gerade... Ja. Der hat mir gerade gesagt, dass vom Staudamm zwei Leute gesprungen sind oder geschubst wurden. Zwei. Okay, okay. Und? Dann weiß ich, wer das war. Warte. Also zwei sind da runtergefallen. Du musst nix sagen. Hör mal an von uns zu. Oder komm her. Ja, Pins hat gerade eine Info bekommen. Eine ganz gute. Und das ist ein Puzzleteil, was uns gefehlt hat. Erzähl. Los, hau raus, Dinge. Der von der Deodor hat angerufen. Der hat gerade gesagt, wir wissen, wie es den Leuten geht, die vom Staudamm gefallen sind. Da habe ich gesagt, du musst mir sagen, wie die heißen. Welcher Name, ich weiß ja von nix. Ja. Hat er aber nicht gesagt. Aber scheinbar sind zwei Leute vom Staudamm gefallen. Und wer sitzt vorne in gebrochenen Knöchel? Ja, einmal Sanro, Macarena und Billy anscheinend. Ja, aber dann wurde irgendeiner von denen auch da runtergeschmissen. Also, da waren Leute hier. Achso, okay, ich dachte, er hat das nicht gemacht. Und Macarena auch. Aber die wurden auf die andere Seite geworfen, ins Wasser. Ah, okay. Okay. Ja, gut, okay. Der will jetzt von mir wissen, ich soll eine Erfahrung bringen, wie es dem geht, die vom Staudamm gefallen sind. Warte, ich kläre es kurz ab. Ah, fuck, Dr. Chicken ist nicht mehr da. Jo, sag morgen. Morgen kläre mir das mit Dr. Chicken. Dass es denen allen gut geht und der eine aber nicht aufgetaucht ist mehr. Weil wir müssen das geheim halten, dass bei dem Krankenhaus ist. Ja, ja. Damit wir den töten können, weißt du? Was? Das sagt aber auch keiner, oder? Nee, das weiß nur Dinkelberg und den habe ich erst im S geschrieben. Also, wenn uns dann fragt, dann wie der ist tot. Sag einfach keine Ahnung. Dann fragen die Leute auch nicht nach. Oh, geil. Okay. Boah. Scheiße. Ja, Pinse, herzlich willkommen in der Unterwelt. Was gehen dir? Ah, ich hoffe gar nichts. Wer hat das mal hergekündigt, du Idiot? Komm, wir gehen ein paar Leute abknallen. Wohin? Und wer sind die? Und wer kommt da? Ja. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Kommt da vom Typen Mutzgeschirr, ich glaub's ja nicht. Sag ihm, wer ist das. Ich glaub, keine Ahnung, wer ist das. Keine Ahnung, wer ist das. Sieht aus wie du. Hallo, wer sind sie? Ja, ich bin Stefano, Jo. Jo, und was machst du hier? Ich bin einfach vorbeigekommen. Kai? Was reden? Nix. Wer bist du denn? Wer? Ja. Wie kenn ich wohl hier? Jo, Big Ass ist hier. Big Ass? Ich hab gedacht, du wirst jetzt ein Rocker. Was geht's, Stefano? Warte, was geht's? Sorry, das kann ich nicht ernst nehmen. Ich sag's. Was ist denn los? Nur weil ich meine richtige Persönlichkeit jetzt gefunden hab, Alter. Jo, ich bin jetzt aufhören. Ja, ich bin jetzt aufhören. Also, mir gefährlich ist's. Entspann nicht mal. Leute, Onil hat mich vorhin umgehauen. Das geht so nicht. Wir wollen ein harmonisches Miteinander. Dafür muss jeder was leisten. Oh. Was machen wir? Welcher Onil? Sandro? Ja. Für uns seine Bergsteigergruppe, die zu dumm sind, um irgendwelche Berge runterzulaufen. Jawohl, was machen wir mit Big Ass? Was sollt ihr denn mit mir machen? Der Big Ass ist doch Rocker. Jo, du bist doch im Lost. Ich bin Teilzeit-Rocker. Teilzeit-Rocker. Ey, wir haben uns unterhalten, Big Ass. Ich sag dir das jetzt ehrlich vom Herzen. Wir haben uns über dich unterhalten. Und wir wollten dir eine sechste Chance geben. Hast du eine Chance? Und dann höre ich das so beim Lost-MC-Biss. Ich war da irgendwie eine Woche oder so. Keine Ahnung. Ein Tag oder so. Ich bin so ein Einzelgänger. Sprech mal lauter, Mann. Ich bin da ein Tag und ich bin so ein Einzelgänger. Weißt du, ich bin mal da, mal hier. Ja, genau solche Leute brauchen wir. Big Ass, Mann. Was macht ihr denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, was euer Ziel ist überhaupt. Das sind Graffiti-Künstler. Siehst du, du? Guck dich auf. Was hast du denn gemacht? Alter, da steht Crispy. Dein Name hätte auch da stehen können. Jo. Alter, ist das denn hier ein Wichser? Ist der besoffen? Nee, der ist immer so. Sollen wir den zusammenschlagen, Alter? Nein, noch nicht. Jo, ich hab das gemacht. Du, das ist etwa krass zu sowas. Ich hau dir gleich aufs Maul und jag dir eine scheiß Kugel in den Kopf, du Penner. Ja, weißt du, du hast mir ja nicht gesagt, dass du Graffiti kannst. Alter, ich war 8,9,5. Oh, Grape Seed, Posse, oh, Jim. Das hast du was für 7,1,9, okay. Zeig ihm die Traube. Ja, Mann, komm mit. Geh einfach geradeaus und einmal ums Haus, dann siehst du die Traube. Ich muss kurz mit der Lady reden, das ist wichtig. Äh, Lady, kann ich kurz mit Ihnen sprechen, Jo? Ja. Der ein kleines Werkzeug war. Wer ist er jetzt? Big Ass, ich hab dich im Blick. Ja, das ist gut. Wer ist denn das? Das ist Big Ass. Big Ass? Jo. Wer ist das? Big Ass. Kim, guck mal, dass du keinen Scheiß about. Na klar, na klar, Patron. What the fuck? Die sitzen da. Pinser, hier geht die Postarbeiter. Ich sag's dir, jeden Tag. Jeden verdammten Tag haben wir sowas. Das sind alles kranke Motherfucker. Jetzt nur mehr angekündigt, aber jetzt bin ich froh, dass du hier bist. Jetzt geht's ab in den Untergrund. Guck mich an, schönes Funkgerät, Knarre mit am Rücken. Ich könnte jederzeit Leute umbringen. Und du auch. Aber ich bin doch Ex-Corp. Na und? Der Mann hat dich im Stich gelassen, Pinser, ist ein. Das stimmt. Die Huggy Bee, die macht jetzt Schmink-Widows. Und YouTubsen. Ich hatte einen Song rausgebracht, der ist richtig. Und Vollkopf, so wie die alle heißen, Idioten. Das sind Boomer, Mann. Boomer? Ja. Also ich muss den ja auch ein bisschen schmackhaft machen, ja. Jeden gottverdammten Tag, Pinser, geht hier die Action ab. Gerade, dass ich erfahre hier 10.000 Sachen gleichzeitig. Ich weiß immer von den ganzen Leuten, die da stehen. Ich weiß nicht, wer wohin geht. Auf einmal sind die da, dann sind die weg, dann sind andere da. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Wem darf man reden und mit wem nicht? Hier wohnen quasi zwei Gruppen. Die aber nicht wirklich zusammenarbeiten. Das sind einmal Grape Seed mit Roy und Kenny und so. Und der Sandro O'Neill da vorne. Mit seinem Taxi-Tax 5 Euro. Aber da wird doch gesagt, dem dürfen wir auch nicht vertrauen, dem Sandro O'Neill. Nee, dem sagen wir nichts. Wir bleiben unter Grape Seed, okay? Okay, Grape Seed einfach. Das sind die, mit denen wir eben im Auto waren. Genau, Crispy, Kim, Mila, ich natürlich. Das sind Roy, Kenny. Ich darf jetzt keinem vergessen. Eigentlich müsste Malcolm-Louis auch. Michael-Louis, wer ist Louis? Ja, das ist der Priester, unser Priester. Ach, den kenne ich eigentlich auch. Und was ist mit diesem Jörg? Der gehört zu Taxi-Taxi. Taxi-Taxi, O'Neill, Fred. Genau, das ist Sandro, Fred. Und die kommen miteinander super klar, aber eigentlich macht jeder sein eigenes. Geht hier, Mann, geht hier. Jo, Pinsel, wir müssen Pinsel unbedingt mit Tagen irgendwann aufklären. Wir checken nichts. Oh, das weiß ich. Ich habe hier gar nichts. Jetzt sitzen da einfach. Jetzt hat der Typ auf einmal, hat der da im Kopf, keine Ahnung. Gehen die ab. Das ist der Laser. Und wo ist der Macarino? Der sitzt da auch. Der sitzt da auch. Sehr gut, der auch in der Taxi-Taxi. Pinsel, wenn du willst, nehmen wir uns morgen die Zeit und wir erklären dir alles. Genau, morgen machen wir das. Also ich glaube, das ist so. Also ich, für mich, das ist so, boah, ich bin wie so ein kleines Kind. Noch komplizierter wird es, Pinsel, wer hier mit wem wo vertraut und wer, wie man nicht vertrauen kann und so. Das ist super. Auch wenn wir mit denen hier sitzen, das ist super wild. Ich sage euch ganz ehrlich, es gibt momentan drei Personen, denen ich hier vertraue. Nee, Pinsel, Wanda. Könnis, Bila und Woi, ey. Nein, alle anderen, das war's. Das war's. Crispy und Kim geht ab. Crispy auf jeden Fall. Bei Kim ist so eine 50-50-Sache, bei Laser so eine 70-30. Also bei Kim ist so, wenn man verhaftet wird, verpetzt, hätte ich da mal dann nicht im Knast muss. Okay. Also es kann sein, dass er da einfach auf dich schiebt, wenn es passt. Okay, verstehe. Aber das erklären wir dir alles. Also wirklich, ich fühle mich so. Warte mal, wenn wir in die Grotte gehen, Pinsel, dann geht es richtig ab hinten. Alter, was da für Gespräche? Oh Gott. Ja, das ist ja keine Ahnung, was. Ja, die können wir dir gleich sein. Das ist ja wahrscheinlich voll Bock auf eine Grotte. Ja, gehen wir gleich. Gehen wir gleich hin. Okay, Mann. Ach, so. Warum küsst du seine Füße? Das weiß ich auch nicht genau. Weil Don Sandro jetzt in der Stadt ist hier. Sandro, Mann, ich habe gehört, dass Donnie verprügelt. Ja. War das noch wegen der Fahrradgeschichte? Nö, das war wegen dem, das war wegen dem zu spät kommen von heute. Wie schon gesagt, Roya, es tut mir leid, aber wir sind jetzt ein Kartell. Wir müssen hart durchgreifen, sonst sind uns niemand ernst. Ja, aber doch nicht die Leute, die dir auch helfen. Kein Crispy. Du schießt auf Crispy. Wir haben Crispy nie an. Also Crispy haben wir, der habe ich dich jemals angefrüßt. Sobald ich mal meine Dokumentationen-Wissen auspacken kann, es gibt sogenannte DPs in Gruppierungen, ja? Das sind so Disziplinarverfahren. Was machst du? Willst du eine Kugel, Batsch? Wow, 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 wow. So, jetzt. Verbale Gewalt ist auch Gewalt. Und wir sind hier immer noch im Kontinent. Wenn du noch einmal meine Stallungen vergräbt, dann gibt es Ärger. Ich nehme meinen Job sehr ernst, ja? Ich bin ein Doktor. Sandro, das ist okay, aber nicht vielleicht die Leute, die hier auch wohnen, die Leute, die dir helfen, wenn was ist, Mann. Das ist nicht cool, Jo. Genau, wir haben eine Bestrafung dafür. Weil ansonsten stehst du bald nur noch mit deinen Leuten da und dann hast du niemanden mehr. Und du weißt, ich möchte dir nur einen Tipp geben, mit vier Leuten und fünf Leuten kommst du nicht weit. Auch wenn wir unsere Differenzen haben, auch wenn wir in Ost und West eingeteilt sind wir füreinander da, Mann. Transparenz und wir verfolgen das gleiche Ziel, nur auf eine andere Art und Weise, Sandro. Und Sandro, wir haben so Verfahren dafür, ne? Das Affenkostüm. Wir sind nicht mehr in einer scheiß Groove Street. Es reicht jetzt mit irgendwelchen Affenkostümen. Ach so. Meins willst du nicht sehen. Das, wo Kenny letztendlich vormgelaufen ist. Genau. Ja. Und du mal einst den Sasquatch. Ja, so ähnlich. Apo. Sollte ich hier da jetzt reinspringen ins Kost? Ach komm, ich mach das. Ja komm, Pinsel kennen das auch noch nicht. Ja. Und Lisa, ich muss echt sagen, deine Frisur gefällt mir. Ich weiß nicht. Sieht richtig toggo aus. Die hab ich ausgerechnet. Sie hat, äh, sie, ähm, hat mir ein bisschen den Weg gezeigt. Bist du jetzt deine Freundin? Ich weiß nicht. Jemand hat grad gesagt, ich bin's... Also, ich ist halt schwierig damit, an die Öffentlichkeit zu treten, weil ich in sowas schüchtern bin und das nicht kenne. Wenn du jetzt deine Freundin bist, kannst du den Kontakt verhindern zum irgendwelchen Ex-Pillbox-Mitarbeiter? Das ist ja nett von dir. Äh, ja, sie... Sie redet von meiner Sekretärin. Sie, Bro, sie... Oh, ein F-chen. Äh, er meine ich, sorry, tut mir leid. Pinsel, guck nicht. Das ist, wenn er scheißgebaut ist, eine Bestrafung. Das ist übrigens Gambuli, der nikotinabhängige Affe. Gambuli. Ah, ich bin Apo. Achso, Apo, der nikotinabhängige Affe. Ich hab ihn noch so gut gefunden vorhin. Brauchst du das? Äh, gib mir das mal. Komm mal, danach wird er gleich noch ganz kurz in den Sinn. Aber an... Was ist denn das für ein Teil? Ja, das ist eher so ein... Anstatt die Qualmkippe. Ja, nee. Ja, gib her. Gib her. Gib mal mal. Aber gab's nicht? Ja, warte mal ganz kurz. Stopp, stopp, stopp. Es gab auch so eine Maske, ja, aber... Ja, es gab so eine Maske und das hier gehört dazu, aber... Gib mal her einfach. Das hier ist ja auch so eine Art Masken-Ding. Wenn du verstehst. Ja, aber was ist denn dann diese komplette Maske mit dem Gesicht? Auch eine Maske. Muss die da vielleicht rein? Ja, du hast ja quasi so was, was du über deinen Kopf ziehst. Beispielsweise nur... Ich hab nur zur Information der Big Ass ran drum, ne? Ja, wissen wir. Okay. Das ist nun Spitze von Lost. Was kommt denn da schon wieder für Junkies gelaufen? Es reicht jetzt da. Das ist Kim. Achso. Und wer ist der andere? Nee. Das ist der Arno. Das ist der Big Ass vom Lost MC. Ja, warte. Ich zeig dir, wie das gleiche komplett aussehen soll. Ja? Ja? Ich hab dich im Blick, Mann, ne... Ich hab dich im Blick, keine Knall. Ja, das ist gut, Alter. Ja. Das ist der Big Ass. Ich glaube, das andere Teil, was dir fehlt, das findest du bei den Brillen. Bei Paletti, bei Paletti. Warte, 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 warte. Hast du das? Ja, ja, natürlich. Ich hab' ich das. Mensch, schrei, das andere ist doch... Aber du musst deinen Schlappen ausziehen, Mann. Und dein Bizeps ist so groß. Ja, Alter. Auf die Uhr, ey. Hau dir dieses Achse, das war mal dran, ja. Ja, klar. Kennst du den Sasquatch, den wir damals, weißt du noch, der uns beim Angeln gestalt hat und so? Ja. Das war übrigens Sandro. Ein Schock meines Lebens. Das war Sandro. Das ist richtig gut. Ja, aber ich hab' mit dem Äpfchen-Maske eigentlich auch ziemlich nice. Das ist viel besser. Was? Finde ich schon. Ja, aber du siehst dich doch gar nicht. Hast du irgendwo einen Spiegel, ey, ey, hä? Ja, hier im Auto. Ach so, ach so. Ach so, auch eine Dreckstraße. Ja, das ist ja egal. Was ist denn mit dir? Ja, Sandro, es wär' echt nett, auch wenn so Kim, Crispy, Laser, weiß ich nicht. Ja, warte mal. Warum hast du nur ja nicht zu? Ich? Ja, klar, wer sonst? Ja, verpiss dich. Lass ihn doch. Hast du was Wichtiges? Wollte nicht mit mir spielen. Willst du einen mit dem Stock bekommen, Kollege? Doch, ich schon, Stefan. Ey, Stefan Roman, ich wollte, ich will, aber du fixt mich immer wieder. Genau, du bist ein Verräter-Schwein. Mit welchen, aber welchen von euch redet du? Nein, ich verhörst mich. Du schlüffelst dich auch ein bisschen. Ja, Bruder, was geht's? Ja, Bruder, was geht's? Mama? Papa? Also, mich wundert hier gar nix mehr. Mich wundert hier überhaupt nix mehr. Ich bin ganz ehrlich, wir sollten die Tage mal richtig viel Geld ausgeben und mal so richtig mal die Affen aus dem Zoo lassen. Ich sag's dann mal, aber das kenne ich auch ganz gut. Wir machen die Bank. Wir machen die Bank in ausgebrochenen Tieren aus dem Zoo. Okay, Mann. Yo. Wir tun so, als entsteht da oben im Norden eine Zucht für eine ganz seltene Orang-Utan-Art. Und dann tun wir so, als sind die ausgebrochen und haben die Bank ausgeraubt und du kannst niemanden blamen, weil was machst du mit Tieren, die ausgebrochen sind? Du bringst sie zurück ins Gehege. Die gehen nicht ins Gefängnis, die haben keine Gerichtsverhandlung. Das sind einfach nur dumme Tiere. Oder man schläft die aus. Oder man schläft die ein. Der hat sich bekommen, Pinsel. Ich bin in love mit der Idee. Leute, das machen wir morgen. Ich bin direkt morgen schon. Morgen machen wir das. Morgen. Ja, ganz ehrlich. Das ist wieder eine von den Ideen. Die vergessen, wir machen die nie. Morgen. Was hab ich mit deiner High-Society-Tour? Ja, das ist so wie mit allen deinen Plänen. Das ist genau so eine Idee. Ich hab den Paletti begniet von früh bis spät, dass ich so einen Bus bekomme. Jetzt hab ich den Bus und hab's seit vier Wochen nicht gemacht. Die kommt schon noch. Und die wird auch knallen wie Scheiße. Ja, aber ich hab's ja nicht sofort gemacht. Hätte ich machen sollen. Okay, können wir nochmal kurz klären, dass wir unsere Nachbarn und Freunde oder Freunde von Freunden gleich nicht zusammen prügeln und irgendwo runterschubsen oder so, Sandro? Und wenn das Johnny Laser schon das einfach aus Dreistigkeit ewig warten lässt. Eine halbe Stunde. Ey, Johnny Laser ist Johnny Laser. Er ist ein Versager, das wissen wir alle. Aber er hat auch seine Vorteile. Ladies, damit kann keiner von uns umgehen. Oh Gott, ich glaub, da kommen ganz viele. Ne, doch nicht. Was los, Mann? Wir sind mal da gefahren. Nehmt ihr die Hände hoch? Ich bin der Affe mit Waffe. Ich bin ganz ehrlich. Wir werden einfach eine Orang-Utan herbe haben. Ich bin der eine Grotte. Also, so ein bisschen, weißt du, ich finde das super krass und völlig interessant, aber so ein bisschen fühlt sich jetzt für mich an wie das fünfte Rad am Wagen. Ja, weil du das noch nicht, weil du noch nicht checkst, um was das geht. Natürlich, ich check überhaupt nicht weiter. Aber wir klären dich morgen auf. Das ist ja für mich eine ganz neue Ebene, was hier gerade passiert. Pass auf, aus dem Dings da, da kommt Dings raus. Coca-Cola, aus dem Wasser, aus diesem Springding da. Okay. Das ist gut zu wissen. Guck dir mal die Graffettis an. Ich verstehe, dass das ein bisschen Dings ist, überwältigend, aber du wirst es mit der Zeit verstehen und dann bist du voll integriert. Das ist verdammt viel. Ja. Wenn du wüsstest, was wir alles geplant haben, Mann. Buch? Ja. Ich muss dir dann auch noch erzählen, was ich geplant habe. Ich kann dir nur so viel sagen, dass wir gerade Geld zusammensparen und irgendwann werden wir die Staatsbank ausrauben. Aber im ganz großen Stil. Ja, wo immerhin. Okay. Und hier vorne ist die Grotte. Da darf man übrigens nicht mit Klamotten rein. Wir müssen uns vorne ausziehen. Wie? Ja, aus, nackelig. Das ist das Gesetz der Grotte-Pensel. Und oben haben wir eine kleine Tiki-Lala-Bar. Eine Tiki-Tiki-Fiki-Bar. Okay. Da gibt es einen Kühlschrank, da ist immer Alkohol drin. Okay. Morgen will ich dir dann... Morgen muss ich dir dann auch noch erzählen, was ich so geplant habe, okay? Okay. Muss ich mich ganz nackig machen? Auch Brille? Brille nicht. Schön, das ist auf der Welt zu sein. Aber ist doch schön. Wir warten schon lange nicht mehr hier. Jo. Das ist wie... Weißt du, was das hier ist, Roy? Kennst du den Film Wanted? Wo die sich in das Wachsbad legen, wo... Äh, Salzbad, Wachsbad, ja, ja. Ja, genau. Und das ist das gleiche hier. Wenn man angeschossen wird, chillt man hier und man ist wieder gesund. Oder, Crispy? Ja. Ich gucke ein Stück mehr zu dir. Hi. Hi. Das ist die Grotte-Pensel. Das ist die Grotte. Ich habe meine Business-Meetings abgehalten. Wie findest du mein Tadio? Mila hat das gleiche. Ja, Dory hat mir das gemacht. Och, scheiße, jetzt mein Schwanz in das. Ich bringe ein bisschen der 719-Feeling rein, ja. Was fliegt hier rein? Der 719-Feeling. Oh, nee. Ja, wir haben ein paar Goldfiche und so hier. Die springen aber rüber. Scheiße. Weißt du? Auf dem großen Becken. Na ja, manchmal hüpfen die aber von da oben hier runter und dann hüpfen die hier rein. Oh Gott. Das war nicht. Ist okay, Mann. Die liegen hier rum. Ist alles bestens. Oh Gott. Wobei, wenn du... Oh Gott. Alter. Mach dir alle weg jetzt. Hau dich aufs Maul, Mann. Gleich, ne? Wenn ich einmal anfange, da habe ich halt einfach Bock. Und der Penderball. Los, Penderball. Mach ein bisschen Penderball. Warte. Oh Gott. Was ist das? Ja, warte. Warte. Hey, ab geht's. Au. Au. Oh, ihr seid so versager. Hab schon gewonnen. Scheiße. Yo, deine Rollstoffröne, die sind da bestimmt wasserdicht, oder? Das kommt da bestimmt voll cool, wenn wir hier so eine Blau stehen haben. Ich hab eine Blau dabei. Also... Oh, ja, dann versuch. Im Auto. Haha. Oh, ja. Ja, hab ich jetzt nicht mitgemacht. Äh, wenn jetzt stirbt, Mann. Ich, äh... Roy Lights, Mann, mit der originalen Rollstoffleuchten übernimmt. Keine Haftung. Ach, ein bisschen Strom hat noch niemandem geschadet. Boah. Ah. Wo sind wir denn die an? Alter, hältst du dich grad an den Angeln fest? Hör auf dich an den Angeln zu drehen. Oh, ich hab ein Fischi, Fischi, Fischi. Oh nein. Was für einen Fisch hast du gefangen? Äh, einen Steinkrebs. Steinkrebs. Soll ich versuchen, die mal... Ach so. Soll ich mal... Was denn? Wieder nehmen? Was denn? Die Lampe? Hm? Ja. Soll ich dir? Ja, aber... Ich kenn ich dir. Versuch's, ja? Okay. Hab's ja. Ich hab's ja. Und direkt wieder das Verlangen kriegst du leider. Ne, wenn... Wenn du einmal anfängst, dann kannst du halt den Offenzeit erfangen. Ja. Jibbi. Ja, jibbi. Ach, Reiner. Warte mal, wo ist denn Sandro und so? Jetzt kommt die nicht her. Ruf mal Johnny Laser, Sandro und die sollen alle herkommen jetzt. Boah, Bro, ich geh jetzt pennen, Alter. Ich bin super fertig. Ich verhindere. Du bleibst jetzt hier sitzen. Heute, ich... Wir haben gesagt, heute ist Überstunde. Wisst ihr, warum ich da so stehe? Ich pisse gerade. Ist das okay? Ist okay. Hier ist voll viel Klo drin, ne, Mann? Ich muss auch konzentriert wissen. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Wisst ihr, warum ich hier stehe? Hier kommt so ein Strahl aus, der Mann. Das tut gut. Ja, kann meiner hier Johnny anrufen oder so? Habe ich schon. Sind auf dem Weg. Max, deine neue Freundin. Die will ich haben. Willst du mal noch eine Blaue testen im Wasser? Was können wir testen? Mir wird's hier voll warm. Ah, so. Also willst du noch eine Blaue testen? Ne, ne, ne. Wie eine Biagra? Ne. Boah, ist das cool. Jawohl, ich will nur, dass die herkommen, damit der Blaise das neue Vollen in ein Bikini sieht. Ich will mich mal über die Fabriere anjauern. Ach, ich bin noch fertig. Könnten wir kurz, wir haben heute nicht viel Zeit gehabt, wir müssten vielleicht nochmal kurz drüber reden, wie machen wir jetzt weiter, nachdem alles was passiert. Oh, schau mal ein. Da ist er. Da ist er. Ein echter Seehecht. Ja, Pinsel, du hast doch bestimmt viele Fragen. Dann stell doch mal deine Fragen. Ich hab viel zu viele Fragen. Also Crispy und Kenny, die da hinter dir sitzen, die sind cool. Gut, das hab ich verstanden. Das ist nahe Umgebung. Homies. Bros. Hab ich verstanden. Ich muss doch genau rausfinden, wer es zu wem gehört und wo ich hin will. Ich glaub, das wär auch noch wichtig. Wie wohl du hin willst? Ja, ähm, ich hatte auch Pläne tatsächlich. Okay. Erzähl uns doch deine Pläne und dann kann ich dir sagen, ob vielleicht deine Pläne sich nicht mehr gesehen. Also, genau. Ich will halt so, dass Fans dann, egal was ich mache und was die machen, dass das cool ist, dass wir so ein Einklang sind. So versteht ihr, wie ich meine? Kuscheln, man. Und kuscheln, nennen wir das. Naja, wir sind die Backups. So ein Ding. Nee, verbrauch. Ich glaub nicht, dass der Pepe eben ein Backup macht. Der Pepe denkt, er wird ein Gangster. Pepe ist Nummer eins, Mann. Ah, nee. Der ist doch nicht Nummer eins. Das stimmt. Ja, denkt er. Ja, ja. Ranchos. Uh. Rancher Talk. Das ist kein Rancho. Scheiß denn im Briefkasten. Ich plane was anderes als Rancho. Jetzt mach ich eine Achtung. Ja, was, was plantst du denn? Boah. Ja, hart. Ja, aber gut. Ja, aber, aber, Pinsel, was, was, was plantst du denn, Mann? Was sind deine Pläne? Du musst mit uns reden, damit wir das verstehen. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, das, hm. Doch, das sagst du uns jetzt. Ansonsten kommst du aus dieser Scheißgrotte nie wieder raus. Ja, ich wollte eh hier schlafen, ey. Ich denke, das ist die Grotte der Wahrheit. Genau. Äh, Pinsel, es gibt die Regeln. Keine Gewalt auf dem Grundstück. Keine Waffengewalt. Keine, keine Flags. Äh, und hier wird nicht gelogen. Alle kommen die nicht in die Grotte? Äh, doch, doch, wir kommen gleich. Du schämst dich ja nur. Ja, lass mich doch. Du musst dich nicht schämen. Doch, muss ich. Nein. Ich bin so muskulös wie du. Ich hab auch so ein kleiner. Ja, aber meiner ist wirklich, also deiner sieht dann größer aus als meiner. Was ist denn das? Wie? Alles mit der Zeit. Nein, ich bin nicht so krank. Nee, aber was willst du mit Piep, Mann? Oh. Oh, Piep ist tot, Mann. Der ist doch gar nicht mehr unterwegs. Schon voll lange nicht mehr gesehen. Du hast heute so viele Sachen mitbekommen, Mann. Eigentlich kannst du da nicht mehr. Eigentlich kannst du nicht mehr weg, Mann. Du bist eigentlich hier festgebunden. Leute, ich wollte, ich wollte irgendwann mal... Ja, was man will und was man bekommt sind zwei Paar Schuhe, Mann. Warte mal, ich hab dich gefragt letztens, ne? Was denn? Cool, wenn ich zwischen deinen Beinen stehe. Ich hab dich letztens gefragt, ob du mit uns abhängen willst und so. Ja. Das stimmt. Was hat ein Piep für dich getan? Was hat ein der für dich getan? Nein, das war nur ein Beispiel. Pass auf, ich hatte vor... Mein Gott. Das ist... Leute, kann ich mit Klamotten nicht haben? Ich hab Angst, dass ich das nicht mehr anbekomme. Nein, nein. Keine Klamotten. Nein. Es gibt Regeln. Das Ding ist wie eine Rüstung, wirklich. Gott, seine Haare hat. Ich brauch fünf Leute, die das mir abmontieren. Ja, Kim, hilf ihm doch gerade mal. Ihr steht doch drauf, Leute, auszuziehen. Pinsel, lass uns ja morgen doch quatschen. Ja. Ich soll komplett abziehen, nicht ausziehen, mein Freund. Ey, Pinsel. Ich würd mich freuen, Mann. Ich auch. Wenn du den Cracky Nantle... Mit dem Pieper hattest du schon voll viel was zu tun. Ja. Eine Sekunde. Wer soll wem beitreten, Leute? Wir freuen uns nicht. Der Pinsel. Pinsel. Das ist doch ein Scheißkopf. Nein. Kein Kumpel. Nein, du bist... Du hast ihm... Hast ihm nie einen verhaftet. Alter, wo ist denn deine Zeit, der Kind? Die Quatsch mit dem Big A, der immer noch hier ist. Ähm, okay, Pinsel. Ich glaub, wir wären nochmal für ein richtiges Gespräch, was das angeht, Leute. Und wir sollten jeden involvieren, der irgendwie daran teilhat, Teil unseres Daseins, also beziehungsweise unserer Gruppe zu sein. Ja, können wir machen. Was zum Teufel macht der da mit dem, Alter? Die Hose aus. Das ist eine verfickt schwere Montur. Okay, das dauert ein bisschen, bis die abgenommen wird. Hallo. Hallo. Äh, was? Hallo. Hallo. Wir sehen dich. Achso, hallo. Das ist ziemlich schnell mal. Das war so ein Flashback, wenn die Mama ins Zimmer kommt. Das ist lauter. Scheiße, erwischt. Weißt du, das passiert, wenn man kein Bein trainiert. Ja. Ach Gott, endlich. Oh, die Ruhe. Warte, ich schau, ich muss weh. Ich, ich, wir quatschen ja morgen ganz zur Ruhe nochmal nochmal, ja? Ja, ja. Was sie nicht irgendwie einringt. Okay. So. Alter, was ist mit deinen Haaren passiert? Also, ich finde die auch cool. Ja, danke. Er ist mutig. Jawohl, der traut sich mal. Ach Gott, das riecht irgendwas seltsam. Hat er auch wieder recht, ja? Irgendwann, die ich eigentlich tragen würde, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ähm. Ich fühle, das riecht irgendwie komisch. Ich, ich möchte auch noch was dazu sagen. Johnny Laser ist Inhaber aller, aller U-Fahrzeuge, die existieren. Johnny Laser ist ein exquisiter Antiquitäten-Sammler. Johnny Laser. Lieblings-Anime. Äh. Death Note. Lollik und Bollik, kennt ihr das? Na tak, na tak. Ach, ist das der mit dem Lottopost? Na tak, na tak, na tak. Bollik und Bollik. Mein zweit, mein zweit Lieblings-Anime ist, ähm, Temptation Island. Wow. Und mein dritt Lieblings-Anime, boah, da gibt es so viele. Ach, ich muss ja mal was ausdenken. Ich mach mal ne Liste und dann sag ich euch das. Sehr liebter Gentleman. Das ist Johnny Laser. Wir alle kennen ihn. Er ist bekloppt, er macht seine Dinge, er ist ein Ausreißer. Robert, bleib hier. Aber trotzdem wissen wir, was wir an ihm haben. Und das schätze ich euch an euch. Ja, ich schätze ihn auch. Ich wollte es helfen. Ohne ihn wären wir nicht so weit gekommen. Also, man glaubt es nicht. Und ich will es besser. Ohne diesen Mann, Johnny Laser, wären wir nicht hier, wo wir jetzt sind. Und ich möchte, dass ihr das akzeptiert. Und? Auch wenn er so ist, wie er ist. Johnny Laser ist einer von uns. Und ich finde, um ehrlich zu sein, finde ich das auch gut, dass das, dass Curtis und ich so langsam auch miteinander warm werden. Auch wenn es schwierig ist. Solange du mir vertraust, Laser, was ich bei heute gesagt habe, ist okay. Okay, okay. Du bist zwar ein richtiges Opfer, aber. Hast du das nur gesagt? Dass du ein Opfer bist. Nein, ich habe gesagt. Warum redest du? Ich habe gesagt, ich bin auch bei deiner netten geselligen Art. Alter, der hat sich mit dieser Ausgesetzt fühlen. Du hast doch gefreit, du Idiot. Ey, Big Ass, halt die Fresse. Halt die Maul. Schmeiß ich dich hier raus. Wow, Alter, bleib mal locker. Du müssen das Futsche hier. Du lass mich nicht gerne. Aber ich finde es wirklich toll. Ich glaube, so eine Gruppe wie die hier hatten wir noch nie. Jeder so individuell und toll. Das ist echt. Das hätte man, das habe ich letztes Mal schon, schon das letzte Mal gesagt. Jetzt hätte man so drei verschiedene Bionicles, die man dann zusammenbaut. So ein riesigen Ding. Ja, so ein Ding, so ein Power-Range-Sort. Ja, genau, eine Megasort. Es ist das Moneyball-Prinzip. Das Moneyball-Prinzip. Finde ich gut. Seine neue Freundin hat guten Einfluss auf den. Ich mag seine neue Freundin, wäre gerne meine Freundin. Die hatte ihn nur auf eine Bittchen und du kannst auch ran. Halt den Maul. Hat der Freund gesagt. Okay, Leute, das reicht jetzt auch. Juna, wir reden nochmal später. Auf jeden Fall gehe ich jetzt ins Bett und ich freue mich, dass wir alle so sind, wie wir sind. Danke an alle. Ja, Mann, ich auch. Hey, wünsch dir was? Pinsel kann, ich glaube, Pinsel wäre hier echt gut aufgehoben. Ja, aber Pinsel will woanders abhängen, sagt er. Ah, okay. Also verprüfen wir ihn. Haben wir einen Schlachtruf hier? Ja. Wir brauchen einen Schlachtruf. Wir brauchen einen Schlachtruf. Einer, alles klar. Ja, alles gut. Guck mal, dass du hier bist. Ja, ein bisschen Würstchenplatte hier. Mann, nehmen wir ihn und chillt später noch. Okay, Juna, bis dann. Kenny, der guckt wieder raus. Gehst du jetzt einfach weg? Ja, ich warte ein Westflügel auf dich. Nummer 702. Das ist der Mr. P-Flügel ab sofort. Ja, kein Problem. Bis dann. Blub, 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 blub. Keine Freunde, wir wollen nicht bleiben. Okay, kein Problem. Ich will auch noch mal. Kann ich dir Kim mitschicken? Sharing is caring. Ach, kommt. Ich geh einfach im Pool. Hey, da bin ich richtig, da bin ich richtig, richtig komisch bei sowas, Curtis. Wirklich. Was denn? Lass das. Komm, geh jetzt drauf. Gehst du jetzt wirklich weg? Gehst du jetzt nicht weg? Gehst du jetzt schlappen? Dass ihr euch irgendwelche drüber lustig macht, nur weil ich eine große, eine fette Libido habe, so. Wirklich. Mach mir doch gar nicht. Na gut. Das ist nämlich voll normal zu ficken, okay? Ja. Gut. Ich bin 18, die Wichser, Mann. Leiser. Ja? Geht's dir gut? Du musst morgen Elpinsel noch in den Kindergarten schicken, um 6 Uhr dann raus und dann, äh, gib ihm. Erzieherin hat gesagt, morgen wird schon gebastelt. Ein paar Sterne und sowas. Ich wüsste, wozu ich in der Lage bin. Ja, ja. Vielleicht kann ich mich ja überzeugen. Zeigt mir's. Du könnt mir ja gerne zeigen, wie krass ihr seid. Ich weiß gar nicht, was in mir steckt. Komm, Schlangen sammeln. Na, wir dürfen ja nicht zusammen. Nein, dürfen wir nicht. Dürfen nicht. Oh, ich bin so voll angreifend. Ich weiß gar nicht, wozu ich fähig bin, Geil. Weiß doch nicht, das zeigen wir dem noch. Okay. Ich wollte ihn umbringen, ne? Wir waren auf dem Mount Chile, da wollte ich ihn runterstoßen. Aber er hat sich noch festgehalten. Ja, ich war dabei. Ja. Nehmen wir einfach einen Sekunde. Leiser ist super komisch. Oh, super. Ja, du auch. Warum ich? Kim auch. Kim auch. Warum nicht? Ich bin alles komisch. Hallo, ich hab hier einen Doktortitel, ja? Hast du auch gekauft. Nee, der ist nicht gekauft. Kim auch, du willst nicht wissen, was wir für deinen Superstar-Ding ausgegeben haben, du Wichser. Ey, 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 warum bist du denn so persönlich jetzt auf einmal du? Ja, du auch. Alter, Mann. Als wir da hingegangen sind und gesagt haben, Kim Möller, da haben die gesagt, wo? New phone, wo das? Okay. Hans, ja, hallo, was soll denn das mich jetzt so fertig machen? Nee, das war eine Lüge, aber ich wollte dich auch nur verletzen, weil du hast nicht verlaufen. Das hast du, okay, da hast du mich wirklich gut dran gekriegt, gerade jetzt. Du hörst, das war nicht so gemeint, tut mir leid, okay? Ich will, dass du mich im Arm nimmst und mir auf die Bank küsst, Kim. Okay, komm her. Gott sei Dank, sie das küsst mir nicht. Tut mir leid. Ist das hier jeden Abend so? Ach, scheiße, Chris, wie ist es ja noch da? Ich wollte dich nicht so respektlos behandeln. Ja, warte, warte. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ja, klar. Aber ich werde dich bei Mila verpätzen. Ich sehe nur so einen igel Kopfball. Akzeptiere ich die Entscheidung. Also, ich gehe jetzt scharfen, ja? Darf ich mitkommen? Oh Gott. Oh Gott. Du bist doch mit Lasern zusammen. Was willst du jetzt vom Pinsel? Was? Nee, ich... Warte mal, du bist die Juni, die Pinsel am Dings, ne? Also, ich sag... Oder? Ich habe nur einmal die Haare gemacht. Du hast gar nichts. Ja. Also, ich habe es nicht drauf, aber du kannst ruhig mitkommen. Nein. Ich glaube, Pinsel, wir sind nicht sexistisch. Ich bin einfach hier sitzen und warte, bis ich auflöse im Wasser. Schläfst du hier, Pinsel? Ich hätte jetzt hier geschlafen, ja. Jawohl. Wie heißt Zimmer? Wir haben 420 Zimmer. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut und bis morgen. Und dann quatsch mal nochmal. Ja, lass nicht unterkriegen. Pinsel, Frühstück gibt es um neun. Bis zwölf. Und um 19 Uhr. Okay. Um 19 Uhr ist ganz wichtig. Ei, ei, ja. Pinsel und morgen reden wir und dann erkläre ich dir alles. Ja. All deine Fragen, wenn morgen beantwortet. Alles klar. Das Orakel wird morgen wieder verhandelt. Und wenn Kenny in dein Zimmer kommt und sich zu dir legt, das ist der Schlafwandler. Ja. Dann kann ich umgehen. Ja, hilf, Tür abschließen. Dann bis dann. Oder einfach bitte nicht stören und an die Tür hängen. Und du musst auf den Bierkeller aufpassen. Und da ist Rente-Mokoi rum. Und im Weinkeller nachts ist meistens richtig. Geh nicht in den Weinkeller. Ich hab so viele Fragen gehabt. Da sitzt immer Christy mit seinem Radio und durch den Monsun und so. Wenn der will da seine Emo-Phase halten. Kommt ihr jetzt mit? Ich spakele dich ein bisschen Emo. Echt? Wollen wir noch ne Runde Penball spielen? Ich bin ganz schön müde und mein Körper ist echt toll. Okay, ich bin Schiefsrichter. Ja, es wird Zeit, einfach schlafen zu gehen. Nein, wir müssen schlafen. Ja, schlafen hier ist super. Ja, ja. Südflügel, großschuldig. Bei gut nach. Komm mit. Okay. Wir müssen den PPR holen. Ja, ich erzähl dir das morgen in Ruhe. Okay? Morgen erzähl ich dir alle in Ruhe. Ich mach deine Frisur. Ich bin viel zu nass dafür. Ich geh so. Ich hab kein Handtuch mitgenommen, ich Idiot. Ich zieh mich drin an, ganz ehrlich, Mann. Ja, es ist ja ziemlich warm heute. Komm, Juna, wir fahren mit dem Auto. Ja, ist ja auch sehr weit. Ja, und wir können mit dem Laufen. Ich geh mal über den Balkon. Ey, lass mir doch auch mal. Vielleicht hab ich mal Glück in der Liebe. Hopp, ich bin in die nicht raus, dass alle deine Freundinnen gestorben sind. Oh Gott. Geh doch mal rein. Oh, das gibt morgen wieder eine dicke Ansage. Ja, ja. Ansage-Video kommt. Warte, Jungs, mach ich in den Hintertür auf. Das war mir klar bei dir, Kim. Ja. Aber no front, Bro. Jeder, wie er will. Wer hat den Schlüssel vergessen? Warte mal, wer macht jetzt hier wem, die hinter dir auf? Weißt du, Kürtis, manchmal ist es wichtig, im Leben auch mal Händertüschchen aufzulassen. Hau ran, Biggers. Oh. Also, Mann. Ich hab niemanden was sehen, der hier möchte. Ich sag doch nichts. Sie machen nur Spaß. Jungs, habt euch lieb. Lasst euch nicht ärgern. Jo. Gute Nacht. Nacht, die Nacht. Schluss mit lustig für heute, Alter. 2 Uhr. Wo kommen wir denn da hin? Absolut beste Truppe, Alter. Absolut Chaos. Einfach nur Chaos. Und morgen wollen sich ja Leute melden, ne? Werden wir sehen. So, ihr wunderschönen Menschen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht noch. Schlaft alle gut. Bleibt gesund. Lasst euch nicht anquatschen. Wir sehen uns später wieder um 19, ja? Dankeschön fürs Dabeisein. Danke für den Support. Danke für alles. Endlich pennen um 7 Uhr Arbeit. Verrückt. Gute Nacht, ihr wunderschönen Menschen. Bye-bye. Gute Nacht, ihr kennt auch. Mand Nice wir arbeiten. 8 Uhr Arbeit. Bitte ver 이유 und losizierend. . Schlaft alle Jungen. Herst Apollo sind mich auf nicht alles abhängig. as sind ja****l. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.